Was meinst du mit nicht gleich? Stimmt, du musst es nur mit. Du hast gesagt, fack überprüfen und dann neutral überprüfen. Ja, aber was meinst du, die Frau ist nicht gleich? Sie ist nicht gleich. Sie darf nicht alles machen, was sie machen. Ja, warum nicht? Weil es einfach total stark ist. Du kannst nicht glauben, was du glaubst. Guck mal, wir wissen doch, dass die Maul überhaupt wurde, um sich zu schützen. Ja, um sich zu schützen und den Selbstmordattentäter zu schützen. Das ist Propaganda, was du konsumiert. Propaganda. Die Bombeanschläge da sind Propaganda. Alter, warte, warte. Ich darf jetzt nach Ramallah, nach Jerusalem normal fahren, okay? Filmen Sie das? Ja. Haben Sie meinen, haben Sie mich gefragt? Wir finden das in unserer Kundgebung. Wir haben Neistream erlaubt. Sie haben gesagt, wir haben nicht hingefahren. Okay, es ist scheißegal, Sie sind krank. Ich darf jetzt nach Jerusalem fahren. Aber Sie darf nicht, weil Sie nicht fliegen. Also... Das sagt ihr nicht, das Gesetz... Du willst mir sagen, dass Muslime nicht in Israel leben dürfen? Okay. Wie bitte? Das hat nichts mit, was ich gesagt habe, zu tun. Warum darfst du nicht nach Jerusalem fahren, weil sie Muslime sind? Oder warum? Weil sie nicht tun. So sind die Gesetze in Israel. So sind die Gesetze in dem einzigen Apartheid-Stadt der Welt. Sie wissen ja auch, dass keine Nicht-Moslems nach Mekka auch nicht reisen dürfen. Das ist nicht mein Gott. Das kannst du mit Saudi-Arabien sprechen. Stimmt? Achso, du argumentierst, du siehst, du argumentierst mit Argumenten, die richtig sehr einfach sind. Nein, guck mal, was wir machen ist, wir schauen uns das faktisch an. Und wir sagen zum Beispiel, im Koran steht etwas gegen Juden. Zum Beispiel, beispielsweise, ne? Tötet die Juden, wo immer ihr sie findet. Juden und Christen sind minder... Zeig mir das bitte. Gerne. Gib mir das bitte in den Koran. Gerne, ich hab's ja. Nein, im Koran, wo du das gemacht hast, nicht was du da hast. Alter, bitte, ich sag dir eine Sache. Du leidest unter Propaganda. Du leidest unter Propaganda. Das ist nicht Koran. Das ist nicht Koran, Alter. Das ist nicht Koran. Das ist nicht Koran. Das ist nicht Koran. Das ist Koran hier in Saudi-Arabisch. Wir haben den offiziellen Koran aus Saudi-Arabisch. Haben wir hier. Wo ist das? Wenn die Kundgebung beginnt. Wenn die Kundgebung anfängt, haben wir. Wir haben den Ordinal, die waren hier aus Saudi-Arabisch. Wir haben das hell von islamischer Angelegenheiten. Haben wir da? Aber wenn du aus Israel hast, warum schließt du denn? Warum sagst du das jetzt denn falsch? Das wird doch jeden Tag praktiziert. Weil, ihr macht falsche Sachen. Weil, ihr macht falsche Sachen. Ich bin Jude und ich stehe nicht mit, was ihr macht. Ihr macht ihr. Und ihr löst nur Propaganda aus. Ihr löst nur Hass aus. Wir lösen keinen Hass aus. Und wenn du Jude... Weißt du? Weißt du, warum ich schließt? Weil es ist Jude und seine Freunde und noch eine Junde. Ich wollte euch sagen, ihr leidet unter Propaganda. Das sagen uns wie viele andere Juden anders. Da bist du der allererste Jude, der sagt, dass die Muslime... Ich bin da kein Problem. Ich bin ein besonderer Mensch. Okay? Kein Problem. Ich hab dir eigentlich gesagt. Ich hoffe, ich hoffe. Aber ich sag ganz ehrlich. Wenn es hier halt so was möglich ist, zum Beispiel, dass die Juden deswegen auch Probleme haben, dann frage ich mich ganz ehrlich. Und das ist nicht böse gemeint, ob du wirklich jüdisch bist, weil die haben da Probleme deswegen. Das sind die Verse, weswegen die getötet werden. Besprechen die Christen und der Messias ist Allah schon. Allah schlag sie tot. Und das ist die letzte Suche, die herabgesandt wurde. Nein. Doch, die Suche 9 ist die letzte Suche. Warum stehst du denn jetzt hinter der Kamera? Bist du jetzt Kameramann? Die Plakate hier ist auch nicht richtig. Läuft das Jude schon? 1 zu 1. 1 zu 1? 1 zu 1. Nein, ihr habt recht. Riegt ihr das richtig? Nicht wir. Der Koran ist so. Wieso regt dich das denn auch, weißt du, Jürgen? Bitte? Wieso regt dich das auch? 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 Warum? Schau mal, ist das hier, Leute, eine Widerkoral? Hier. Vorgeschrieben ist, euch zu kämpfen, obwohl es hier wieder ist. Mach Foto nicht selber. Kämpft gegen sie, bis es keine Verfolge mehr gibt. Und die Religion allein Allahs ist. Zieht aus leicht und schwer und kämpft mit eurem Gut und eurem Blut für Allahs Sache. Der Ordner. Können Sie gerade mal zum Mikron-Generator haben, Christ? Da ist der, ist ein Ost-Generator im Zustand. Nein, nein, nein. Er will Jude sein und sagt, dass Juden da aus Israel. Nein, ich wollte nur ganz kurz was sagen. 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 Ich kann beide Sprachen auch. Nein, ich wollte doch nur sagen. Hier. Nein, nein. Schau mal. Warte mal kurz. Warte ganz kurz. Ich kenne die also. Du siehst, es interessiert mich nicht was du machst. Ich schau nicht. Ist Koran. Ist Koran. Aber ich wollte nur sagen. Ich wollte nur sagen. Nein. Ich bin nicht mit Israel. Ich bin nicht mit Israel. Aber freu dich doch euch. Ich will noch was. Ich freu mich nicht, weil ich Israel verlassen habe. Weil Israel ein Afartheitsstaat ist. Ja, ja. Aber ich wollte nur sagen, dass in Berlin ein Russland gesagt wird. Ich bin Russland. Und ihr habt recht. Alles steht in den Warten. Ja. 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 Da ist es nicht. Nein, aber das ist nicht. Es ist ein. 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 Ja, aber im Christen, ich glaube, der Altes Testament, dann wird reformiert. Das ist doch Neues Testament. Warum nicht so Alte, jetzt kommt es doch Neues Testament, wir gucken. Wir kommen doch noch hier auf den Guttbergplatz zum Gegenprotest. Von den Rechtsaussenden, Islamfeindlichen Steinbeier, der gerne mit der AfD, NPD zusammenarbeitet und redet. So wie die Frieden in München mitbegründet hat, gerne mit der Hohe Gäser, Uliwenz, mit den Salifisten zusammenarbeitet und redet. Das ist alles bekannt, so in den Zeitungen, öffentlichen Medien, wie sie auch immer schön sagen. Wir lügen nicht, wir sagen nur die Wahrheit. Wenn Sie ein Problem haben damit, dann gehen Sie bitte nach Hause in München, wo Sie herkommen. Sie sind nicht begründet in unserer schönen Stadt, Offenheit und Toleranz. Das sieht eigentlich aus, dass Sie noch Anzeigen haben vom Verfassungsschutz wegen Verleugnung und so weiter. So wie mit der Weißen Rose, die Stiftung hat, ich werde damit machen. Die Frau, mit der sie geredet haben, die war Mitglied der Republikaner, eine Nazi-Partei. Also Sie arbeiten gerne mit Nazis und dann gleichzeitig in Toleranz und Rocken, das geht nicht. Steinenberger ist ein aufbekannter Rechtsextremist. Stiftung ist ein aufbekannter Rechtsextremist, dass der Gärtenverpassungsschutz beobachtet wird. Für seine Tür. Bitte verlassen Sie unsere Kumpel, wer ist uns so? Wie eine Anzeige. Bitte, wenn Sie gern Ihre Einheit veranstaltet machen in München, bei Ihnen zu Hause, in Ihren vier Wänden. Nicht in Mainz. Sie sind hier nicht willkommen. Tschüss, tschüss, tschüss. Nationale Fuß raus aus dem... Tschüss, tschüss. ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Ja Freunde, herzlich willkommen hier in Mainz und es ging heute schon gut los. Ihr wisst ja, wir bauen immer zwei Stunden vor Versammlungsbeginn auf und wir sind der Erstanmelder hier. Wir haben schon im Sommer angemeldet und dann haben wir am vergangenen Montag ein Kooperationssprech gehabt mit Polizeieinsatzleitung und Versammlungsbehörde von Mainz und Wiesbaden. Wir haben alle Einzelheiten besprochen und es wurde gesagt, wir sind hier vor dem Theater. Es war keine Rede von einer Gegendemonstration. So, dann haben wir uns heute hier aufgebaut, auch vor dem Theater und zwar genau da, wo da hinten jetzt die Linken stehen. Denn da hinten ist der Marktplatz und da haben wir die Nähe zu den Bürgern. Wir wollen ja Bürgerkontakt haben. So, als wir dann schon die Versammlung aufgebaut hatten, kam dann die Einsatzleitung der Polizei und hat gesagt, Herr Stürzberger, im Versammlungsbescheid sind Sie aber auf der rechten Seite vom Theater aus gesehen. Und die Linken haben nicht den Platz zugewiesen bekommen. In meinem Versammlungsbescheid ist zwar der Platz hier rechts so eingezeichnet, aber nicht die Gegendemo. Dann für uns war es klar, wenn wir hier sind, dann können wir uns dann schon ein paar Meter nach da hinten bewegen, dass wir näher an den Bürgern sind. Weil hier ist mehr los beim Marktplatz und da kommen wir auch näher an die Bürger. So, dann wurde aber darauf bestanden, nein, die Linken haben auch angemeldet, wahrscheinlich erst vor ein paar Tagen, 48 Stunden wahrscheinlich, und die haben den besseren Platz da zugewiesen bekommen. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat ein Geschmäckle. Also, ja, kann man auch nichts dagegen machen. Wir konnten nicht sagen, wir sind Erstanmelder, wir haben besseres Zugriffsrecht, wir haben auch in der Anmeldung, dass wir Kontakt zu den Bürgern, offenes Mikrofon und so weiter. Nein, die Linken haben einen besseren Platz. Okay, that's it. Das ruft nach Mainz 2.0. Und zwar werden wir dann definitiv sagen, wir sind dann da. Weil solche Sachen laufen mit uns nicht. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden ungerecht behandelt, weil die stehen jetzt da und die labern die ganze Zeit, ja, Nazis, 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 ja, bla, 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 bla. Zweck der Übung ist, dass die Bürger gleich abgeschreckt werden, dass sie dann möglichst, dass denen gesagt wird, ja, geht's möglichst. Warum dürfen die so laut und so wahr sein? Bitte kümmere dich um den Ton, kümmere dich um den Ton. Und es ist, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Also Leute, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, ja, da wird dann nachgefasst, ne? Und da kommen wir dann, also nächstes Jahr ist Mainz 2.0, ist oben auf der Liste mit dabei. Wir können jetzt schon ankündigen, Leipzig, da haben wir jetzt noch so viele Sachen im Nachgang erfahren, was da an Gemeinsamkeit, Polizei, Linksextreme, die haben sogar gehört, das müsst ihr euch mal vorstellen, dass nach Ende der Kundgebung der bärtige Polizist, ihr wisst schon, ne, der mich also wie ein Verbrecher behandelt hat, Handshake mit der Antifa, dann auch noch mit dem Glasflaschenwerfer zusammenstehen, wurde mir berichtet, ja. So, Zeuge ist da und das wird alles einfließen. Leute, das ist unfassbar, was in Leipzig passiert ist. Also, es wird wahrscheinlich Leipzig, neben Leipzig 3.0, noch ein Leipzig 4.0 geben, ne? Denn das ist hier, was da abgelaufen ist. Da müssen wir dann noch nachfassen, solange die Sache heiß ist. Also Freunde, wir sind das Bollwerk gegen den politischen Islam auf der Straße. Wir sind auch, wir tragen auch unseren Teil dazu bei, dass die Linksunterwanderung von Medien, Justiz, Polizei, dass die eingedämmt wird. Unseren kleinen, bescheidenen Teil. Und wir machen da auch mit Anzeigen, mit Insaufsichtsbeschwerden, mit Strafvereinigung im Amt, Billigung von Straftaten. Das ist alles sehr empfindlich. Also Polizisten haben neutral zu sein. Also, gestern in Wiesbaden, wer das Kinn hat, super. War echt in Ordnung alles. Polizei hat sofort, wir wurden einmal mit der Wasserflasche, wurden wir also bespritzt. Sofort wurde der rausgezogen, Personale aufgenommen, Strafantrag läuft. So soll es sein. Täter sofort raus, der muss sofort merken, das war eine Straftat. Und nicht wie in Leipzig 20 Minuten, eine halbe Stunde warten. Ich musste immer beim Reden scannen, ob die noch da sind, dass sie nicht weggehen. Unbehelligt. Also, das ist schon müßig, die ganze Geschichte. Also, Straftat, mitnehmen, raus, Personalien, so muss es laufen. Gestern gut, heute werden wir es sehen. Und ja, wir tragen unseren Teil dazu bei. Also Leute, wenn ihr das Ganze unterstützt mit eurer Mitgliedschaft, ist gewährleistet, dass wir die Arbeit fortführen können. Das kostet alles Geld. Wir wollen über Jahre hinweg die Kundgebung in ganz Deutschland fortführen. Geht nur, wenn wir Unterstützung haben. Sonst müssen wir halt dann nächstes Jahr irgendwann mal sagen, nach einem halben Jahr vielleicht, okay, jetzt können wir nicht mehr durch Deutschland reisen, machen wir nur noch in München. Wollen wir nicht. Also, es liegt an euch. Ihr schaut es gern, wissen wir ja, weit über 100.000 Zuschauer bei vielen Kundgebungen. Jeder kann ein bisschen was beitragen. Entweder, ja, am besten Mitglied werden. Am besten Mitglied werden. Ja, wir rollen jetzt auf die 1300 zu, 1500 ist Ziel bis Ende des Jahres. Nächstes Jahr 2000, es geht immer weiter, okay? Also, und EWO unterstützen. Ja, ohne das Journalistenteam von EWO, was uns durch ganz Deutschland begleitet, wäre es nicht möglich, dass das ganz viele Menschen sind. Da hätten wir immer nur, die Leute hier auf dem Platz ist zu wenig. Also, bei EWO kriegt ihr alles gratis, frei Haus geliefert, ohne Zwangsgebühren. Also, spendet auf Paypal, ist in der Beschreibung, ist es überall zu sehen, die Paypal-Adresse, macht was. Und ich habe gehört, es ist noch überschaubar, was bisher kommt. Er ist jeder Euro gut angelegt. Ja, wichtig vor allem. Ja, wir halten alle zusammen. Wir sind ein gutes Team. Die patriotische, islamkritische Familie wächst immer mehr. Macht's mit aktiv. Also, gleich geht's los. Macht's mit aktiv. Macht's mit aktiv. Stürzenberger Redner am 3. Mai 2019 in Weimar für die Patrioten für Deutschland eine bekannte rechtsextreme Gruppierung. Also er redet gerne mit Nazis, Leute. Ich hab echt Probleme. Sagt offen und redet gerne mit Nazis. Leute, da seht ihr mal wieder, es ist so lächerlich. Guckt euch das an. Man kann diese Leute nicht mehr ernst nehmen. Und das Schlimme dabei ist, sie nehmen sich selber noch ernst. Absolute Witzfiguren, wirkliche Clowns. So was, das läuft in Deutschland rum. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich glaub, wir müssen zum Neurologen. Da ist irgendwas im Geist, das ist da nicht ganz richtig. Geht leid. Wir haben noch zwei. Oh, das heißt doch. Also, bis dann. Servus, ciao. Also, bis dann. Ja, natürlich. 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 Ja. Ja, natürlich. 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 In外 gifts. Ja. Ja, über die F Deckers. Wenn ich es wieder gemerkt habe. Ja, natürlich. Ich bin nicht einhause. Ja, ja, und da kam ich auf keinem nachgeraushorfen. Ja, nein. Ja, ja. Ja, wir können ja auch die zwei Dummeer wir imtimee Person. Ich bin nicht so extremkommen. Nein, ja. Das war ein Mädchen, der Anlass, der raus geschmissen ist, dieser Senator festzuteten Gu vardır, Die einen. Das ist eine große Herausforderung. ... ... Es gibt kein Recht am Nazi-Propagant, es gibt kein Recht am Nazi-Propagant, es gibt kein Recht am Nazi-Propagant. Es gibt kein Recht am Nazi-Propagant, es gibt kein Recht am Nazi-Propagant. Es gibt kein Recht am Nazi-Propagant, es gibt kein Recht am Nazi-Propagant. 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 Hier ist die Überobachtung als rechter Propaganda der Nazis. Hier sind die Faschisten. Gefällt euch aus Allgemein. Mein Faschismus! Mein Faschismus! Mein Faschismus! Mein Faschismus! Mein Faschismus! Alle gemeinsam gegen den Faschismus! Alle gemeinsam gegen den Faschismus! Ihr seid Faschismus! Ihr seid Faschismus! Alle Faschismus! Ihr seid Faschismus! Ihr seid Faschismus! Ihr seid Faschismus! Ihr seid Faschismus! Ihr steht der Oberfläche für Baden-Württemberg! Ihr seid Faschismus! Möchtet ihr! Faschismus! Geil! Geil! Kein Recht auf Nazi-Propaganda! 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 Herr Woll! Hau auf! Das Recht auf Nazi-Propaganda gehört! Was weiß ich doch! Das Recht auf Nazi-Propaganda! Wie ist das? Geil! Ich weiß zumindest wo ich das nicht! Das ist genau! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Wir zeigen, ob wir interessiert. Erzähl, warum. Das ist so. Vielen Dank fürs Hintmachen. Wir zeigen, dass wir wirklich auf der ... ... die Gäu-Eig-Ideale-Seite. Eif-Dieler. Eif-Dieler und Eif-Dieler sitzen hier auf der Seite. Hier auf der anderen Seite. Ja klar. Einladen. Mitmachen. Du bist ... ... und in der Diebel drin zu ... ... und in der Diebel drin zu ... Ja, ich darf nicht doch ... ... erst mal den ersten Eintritt haben. Das war jetzt erst noch mal ... ... das weiß ich noch gar nichts sagen. Nein, nein, nein. Nein, aber ich finde das nicht recht. Also, ein bisschen, das ist ... ... ja eben, das ist ja ... ... das gericht, weil es dort ist. Wenn man die Dinge ein und die Engel bringen muss, ... was kommt denn? ... Wenn du bieblich bist, dann kannst du den Kassel gar nicht mehr machen. Halt die Rote, Hände! Reich ist Postal! Reich ist Postal! Reich ist Postal! 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 Wir haben auch einen Bericht übergeschrieben, ne? Michael weiß ja. Ihr weiß Bescheid. Weil, äh, ja, das ist kein Problem. Also, ich weiß nicht. Ich hab's auch selber, weiß denn, also, wir hatten das schon seit zwei Jahren, die wir auch nicht waren. Wie ist ein Teil? Ja. Kannst du den reißen? Ja. 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 Jetzt, links, gibt bei uns nicht. Man sieht, wir haben Schicksal. Man macht mir ja viel, für mich, dass man ja auch viel, dass man ja auch... Wie soll da rein? Ja, 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 ja. Mit der Weile sind ja noch keiner weg. Wir haben dann eine Zeit, wir haben die Krüchen. Und, äh, haben uns gehandelt, also, jetzt, wir haben uns doch, die Führungskritte. Ja. Das war's. Also, er sagt, er ist das wichtigste Zweck der unseres Katholiken, er ist da nur an dem Grund der Götzendienst, der Sünde, das hat eine schöne Beifel mit dem Hengen-Zahl und der Apostelbäude. Und dann, ja genau, dann wollte er sich hin, anlegen, dann sagt er, nein, 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 da hat er gesagt, ich bin nicht Korb, ich bin nur der Bote. Michi, brauchst du ein Taschentuch zum Beinen? Vermissen Sie Ihre Freunde von der AfD und NPD, mit denen Sie gerne, oder mit der OESA, Uli Grinsmann, rechte Schwiegerdruck, Schocken oben. Guck mal, nochmal einen Bischi, ahhhhhhh! Heul, 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 heul rum, heul rum. Aber das ist dann auch nur als Dokument. Nur als Dokument. Aber das ist ein Geräusch, damit der die Soßenhaut dahinläuft. Bis der Gegner ihn berangt. Der wird eben verarscht. Das ist sehr unkommend. Das ist sehr scheuer. Das Niveau ist so bunt. Das sind 200 Millionen Euro. Das tauschen sich 1,5 Milliarden Euro. Und der Staub ist schwarz. Das ist ein Größemann. Die sind ein Größemann. Die hat sich in die Stärke darin. Die sind das Größemann. Der ist eine Größemann. Der ist ein Größemann. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. 5, 1, 2, 3. Whoa! 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5, 6. 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 9. 7. 9. 10. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. gelistet als Nichtregierungsorganisationen. Wir sind bürgerlich Mitte der Gesellschaft. Aus unseren Reihen wurde die Weiße Rose wieder gegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl, Susanne Zeller-Hirzel. Hier ist das Gründungsfoto am 7. Juli 2012. Wir sind gegen jede totalitäre Ideologie, den Nationalsozialismus, den Kommunismus und den politischen Ideen. Vielen Dank. ... Sie ist die Rommage nicht! Nichts! Stimmen? Wir müssen da in einem Moment wirklich nicht in der Mitte sagen. Zusammen gegen den Verschiebstvors! Zusammen gegen den Verschiebstvors! Warum? Ja. Stimmen! Gegen den Verschiebstvors! Zusammen gegen den Verschiebstvors! Schau mal, woher ich mich mal aus Höhefonds genauer habe? Gut, das fand ich aber aus der Stadt. Ja, ja, ja. Ja, Freunde, jetzt wollen wir mal das etwas korrigieren, was da drüben an Propaganda alles abgesondert wird. Wie gesagt, wiedergegründete Weiße Rose gegen jede totalitäre Ideologie und diese Frau hier ist eine der mutigsten Frauen in der deutschen Geschichte, Susanne Zeller-Hirzel, die also damals mutig gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat und dann hat sie sich uns angeschlossen, weil sie erkannt hat, dass der Nationalsozialismus und der politische Islam sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Ja, der Fanatismus, der absolute Wahrheitsanspruch und die geistige Einfältigkeit sind sich sehr ähnlich wie im Islam, so auch im Nationalsozialismus. Das sind unsere Vorbilder. Graf Stauffenberg, der sein Leben eingesetzt hat im Kampf gegen den totalitären Nationalsozialismus, genauso wie Sophie Scholl. Hier haben wir Robert Blum, den Pionier der demokratischen Bewegung von 1848. Ich selber habe früher bei der CSU gearbeitet, bei der Tochter von Franz Josef Strauß, Monika Hohlmeier, ich war Pressesprecher der Münchner CSU. All das, was da gesagt wird, ist falsch. Wir haben überhaupt nichts mit Nationalsozialismus oder NPD, die Rechte dritter Weg zu tun, ganz im Gegenteil. Wir bekämpfen die aktiv, das weiß jeder, der uns verfolgt. Das, was da abläuft, ist wirklich verleumderische Propaganda. Und ich sage es jetzt ganz unmissverständlich. Wer uns angesichts der Fakten und Tatsachen, dass wir die Weiße Rose wiedergegründet haben, dass wir solidarisch mit Israel sind, der einzigen Demokratie im Nahen Osten, angesichts der Tatsache, dass wir vor dem Nazi-Islam-Pakt warnen, angesichts der Tatsache, dass wir zutiefst bürgerlich und demokratisch sind, Wer uns angesichts der Tatsachen als Nazis verleumdet, ist entweder ein kompletter Vollidiot oder ein bösartiger, verleumderischer, politischer Kampfpropagandist. Und ich möchte Folgendes festhalten. Was hier abläuft, ist in unseren Augen Störung einer Versammlung. Wir haben schon im Sommer unsere Versammlung angemeldet. Wir haben gesagt, wir wollen hier faktisch über den politischen Islam aufklären. Wir wollen uns mit Bürgern austauschen, diskutieren. Natürlich wollen wir auch mit allen Menschen diskutieren aus den verschiedenen politischen Spektren. Links, rechts, Mitte, alles was im demokratischen Spektrum ist. Nicht mit Extremisten. Wir wollen mit Muslimen diskutieren, mit Juden, mit Christen, mit Atheisten. Es geht um den politischen Islam, der eine Gefährdung unseres Rechtsstaates ist, unserer Werte, unserer Grundlagen eines demokratischen, freien Rechtsstaates. So, und jetzt wurde hier eine Versammlung genehmigt. Die haben erst vor wenigen Tagen angemeldet. Und die haben erstens auch noch den besseren Platz bekommen, also näher an dem Wochenmarkt. Wir wurden hier in dieses Eck verfrachtet, weswegen wir heute Morgen auch umbauen mussten. Deswegen die Verzögerung, wegen der ich um Entschuldigung bitten möchte. Aber wir mussten unsere komplette Versammlung, die schon mit Plakaten, Pavillon, Bus und alles aufgebaut war, auf Anweisung der Versammlungsbehörde dahin verfrachten. Und die Linken, die erst vor kurzem angemeldet haben, haben den besseren Platz da bekommen. Zweitens, sie sind in 15 Meter Entfernung und beschallen uns hier mit 93 Dezibel. Es ist geradezu unmöglich, dass wir uns hier verständlich machen. Das ist in unseren Augen Störung einer Versammlung. Das ist ein Bruch der Versammlungsfreiheit. Das ist in unseren Augen antidemokratisch. Antidemokratisch. Freunde, ich kann jetzt schon sagen, Mainz 2.0 wird bald kommen. Zeitnah. Und wir werden vor dem Verwaltungsgericht das klären lassen, ob das im Sinne der Versammlungsfreiheit ist, wenn ja eine störende Versammlung von Linken und Linksextremen, die hier sinnfreie Slogans blärren wie Nazis raus, ob das nicht Störung einer Versammlung ist und das nächste Mal nicht mehr genehmigt werden darf. Freunde, wir setzen uns ein für rechtsstaatliche Strukturen dafür, dass unsere demokratische Grundordnung, die genau von manchen Linksextremen abgeschafft werden soll. Das sind Totalitäre. Wenn sie Linksextrem sind, wenn sie für einen totalitären linksextremistischen kommunistischen Staat einstehen, dann sind das die Verfassungsfeinde. Und dass denen genehmigt wird, uns so zu blockieren, niederzublärren, das kann nicht Zweck der Übung sein. So, jetzt werden wir Ihnen die Fakten zum politischen Islam näher bringen. Und, damit Sie wissen... Also da habe ich doch mal eine kleine Frage noch, weil wir haben ja die Auflage, wir dürfen nicht über 75 Dezibel sein. 70! Und ich kann mein eigenes Wort nicht verstehen, weil diese Linksfaschisten da drüben lauter sind. Also darf ich jetzt dann auch lauter drehen oder werden die leichter gemacht? Pass auf, die Auflage ist 70 Dezibel gemessen an der Häuserwand. Wir haben vorhin da hinten gemessen, es waren 76 Dezibel, also sie sind zu laut. Die Polizei hat gesagt, sie kontrolliert es und checkt es. Wir verlassen uns drauf und wir werden auch selber nochmal kontrollieren da hinten. Fakt ist, hier haben wir 93 Dezibel. Aber, wie gesagt, im Versammlungsbescheid war an der nächsten Häuserwand. Ist natürlich für uns hier nützt es nichts, weil die uns hier die Ohren zu knallen. Wir verstehen unser eigenes Wort nicht mehr. Und die Bürger auch nicht. Also das ist einfach nur Chaos. Es ist Chaos. Leute, gestern hatten wir eine Versammlung in Wiesbaden. Da hat die Polizei gezeigt, wie es richtig geht. Da war eine kurzfristig angemeldete Demo der Linken. Die waren stumm geschaltet. Die durften in 80 Meter Entfernung ihre Plakate zeigen, durften Gegenprotest praktisch machen. Aber stumm, weil wir eine angemeldete Versammlung haben und wir möchten uns verständlich machen. Das ist hier nicht möglich. Hier wird Musik beschallt. Reine Störung. Ja, reine Störung. Man versucht uns mundtot zu machen. Das ist ein antidemokratisches Verhalten. Nichts anderes. Wer das objektiv heute hier beobachtet, wird es sehen, dass hier etwas hier falsch läuft. Nein, 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 hör auf uns zu verleumden. Ich habe noch nie mit Nazis zusammengearbeitet. Ich bin aktiv gegen Nazis. Also, Leute. Verleumderische Behauptungen lassen wir euch nicht durchgehen. Ich habe noch nie mit Nazis zusammengearbeitet. Völlig falsch. Wenn ihr meinen Wikipedia-Artikel durchlest, dann wird er da lesen, dass bei einer Demo, die wir veranstaltet haben in München, da waren 1500 Leute. Da liefen im hinteren Bereich, das konnten wir weder kontrollieren noch behindern, da liefen ein paar Nazis mit. Das kann man auch nicht verhindern. Man darf niemanden von der Versammlung ausschließen, es sei denn erstört. Die liefen im Hintergrund mit, die haben wir gar nicht gesehen. Das war eine Demonstration in München. Abends war die erste Bagida Bayern gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und da wird auf Wikipedia behauptet, ich werde zusammen mit ihnen marschiert. Das ist Framing. Das ist linkes Framing. Da wird versucht, uns eine Nähe zu Nationalsozialisten zu unterstellen. Das ist völlig falsch. Es gibt in München einen bekannten Nationalsozialisten, der heißt Karl Richter, der war früher in der NPD und vor dem warne ich ständig. Wir werden von denen als Zionistenfreunde beschimpft. Wir sind Anti-Nazis. Und wenn die da uns als Nazis verleumden, dass wir mit NPD oder sonstigen zusammenarbeiten, ist das eine glatte Lüge. Es ist eine verleumderische Lüge von Linken und Linksextremisten, die nichts anderes im Sinn haben, als uns zu diffamieren, zu verleumden. Und damit wollen sie unsere Botschaft kaputt machen. Sie wollen nicht, dass über den politischen Islam aufgeklärt wird. So, und jetzt werden wir euch mal sagen, was eigentlich Sache ist beim Thema politischer Islam. Da hätte ich auch noch eine kleine Anekdote zu der Bagida. Weil wir haben ja gesehen, dass Karl Richter und Co. dann versucht haben, bei späteren Versammlungen dabei zu sein. Und ich persönlich habe dafür gesorgt, dass er erstens hinten mitgelaufen ist, weil du kannst ihn nicht ausschließen. Und wenn wir gleich bei AfD sind, auch dort, man muss den Leuten nur sagen, der und der und das und das ist der und der. Und dann wird er da auch ausgeschlossen, da war ich auch live dabei. Hey, diese Nationalsozialisten und die gibt es, die haben uns angegriffen oder gedroht, weil wir Artikel über sie verfasst haben, weil wir sie aufgeklärt haben. Weil wir stellen uns gegen jeden Faschismus, gegen den linken Nationalsozialismus, den Linksfaschisten da drüben und den islamischen Faschismus, der aus dem politischen Islam agiert. So, und jetzt möchten wir, also wir möchten uns nicht allzu lange mit denen beschäftigen, weil da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Die wollen gar nicht die Fakten hören, die wollen auch gar nicht sich mit dem Thema beschäftigen. Nur ganz kurz noch, um zu zeigen, wie einige Linke bei uns in Deutschland mittlerweile über den politischen Islam denken. Kevin Kühnert, der ist mittlerweile Generalsekretär von der SPD, der sagt, insbesondere die politische Linke sollte ihr unangenehm auffälliges Schweigen beenden. Sie muss das Wort erheben, weil es auch und insbesondere ihre proklamierten Werte sind, die bei ausnahmslos jedem Terroranschlag mit Füßen getreten, mit Messern erdolcht und mit Sprengsätzen in die Luft gejagt werden. Kevin Kühnert, schreien Sie nicht gegen Kevin Kühnert. Wer Terror und die ihn treibenden Ideologien ablehnt, der muss sich konsequenterweise gezielt gegen die Vertreter und Anhänger dieser Ideologien wenden. So wie der Attentäter von Paris, das ist der, der den Geschichtslehrer Samuel Paty geköpft hat, einer war. In diesem Fall ein Islamist. Der Kampf gegen diese Leute und ihr Denken muss unser ureigenes Anliegen sein. Will die politische Linke den Kampf gegen Islamismus, also nicht länger Rassisten und halbseiten Hobby-Islam-Forschern überlassen, dann muss sie sich endlich gründlich mit dieser Ideologie als ihrem wohl blindesten Fleck beschäftigen. Also wir sagen euch, beschäftigt euch mit dem politischen Islam. Überlegt euch, welche Werte der politische Islam angreift. Ihr seid auch für Gleichberechtigung von Mann und Frau. Der politische Islam sieht es anders. Da steht der Mann über der Frau. Zweitens, ihr seid für den Schutz von Minderheiten, Homosexuellen und Juden. Der politische Islam ist genau dagegen. Er lehnt Homosexualität ab, sieht es als Abscheulichkeit, als Verbrechen. In vielen islamischen Ländern steht die Todesstrafe. Bitte? Und der politische Islam lehnt die Demokratie ab. Er will einen faschistischen, totalitären Staat errichten mit der Scharia als Gesetzgebung. Leute, ihr habt damals eure geistigen Brüder und Schwestern, haben im Iran dem Ayatollah Khomeini und den radikalen Moslems an die Macht verholfen. Eure linken Brüder und Schwestern wollten den Scharweg haben. Sie haben dazu verholfen, dass jetzt ein islamistisches Regime ist. Die Islamische Republik Iran. Und was dort los ist, könnt ihr sehen. Da sind jetzt hunderttausende Menschen auf der Straße. Und unser Herz blutet, dass da jetzt schon 250 Menschen getötet wurden. Frauen von der Scharia-Polizei der Islamischen Republik Iran. Und die Linken haben damals beigetragen, dass dieses islamische System an die Macht kam. Aber die ersten, die dann von dieser islamischen Regierung ans Messer geliefert wurden, waren atheistische Linke. Weil Atheisten hasst der politische Islam. Die wurden an Baukränen aufgehängt oder ins Gefängnis geschmissen. Ja, und ihr macht jetzt wieder den gleichen Fehler. Ihr bekämpft uns, obwohl wir auch für eure Werte einstehen, die der politische Islam bekämpft. Ja, ihr bekämpft die Falschen. Das ist der Iran von 1979. Persien. Bei uns sind viele Exil-Iraner, die bei unseren Kundgebungen sprechen. In Berlin waren zwei Exil-Iraner, die gesagt haben, danke für eure Aufklärung. Unser Land ist im Würgegriff des politischen Islams. Bei den Linken ist Sarah Wagenknecht, eine Halb-Iranerin. Sie sagt, der reaktionäre politische Islam gehört nicht zu Europa. Jetzt kommt er wieder mit seinen rechtsextremen Parteien. Meine Herren, schaut euch an, das war in Persien von 1979. Die Frauen konnten sich frei kleiden. Wie bei uns, freizügig. Sie hatten Selbstbestimmungsrecht. Und jetzt ist das die Situation seit 1979. Islamische Republik Iran, die Frauen müssen sich verhüllen. Wer nicht verhüllt ist, gleich, also, wer dort nicht verhüllt ist, wird ins Gefängnis geworfen. Und, boah, das Mainz braucht keinen Platz für Faschisten. Kein Platz für Faschisten. Du bewegst dich ganz knapp über der Legalität deiner Aussagen. Wenn du uns als Faschisten bezeichnest, dann ist das Verleumdung, das ist eine reine Schmähkritik. Pass auf, was du sagst da drüben. Wir kommen gleich in den justiziablen Bereich. Pass auf, was du sagst da drüben. Ja, 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 Faschismus, uns als Faschisten zu bezeichnen, ist eine Beleidigung, § 185 StGB. Es ist eine reine Schmähkritik. Es ist keine Auseinandersetzung in der Sache. Es ist justiziabel. Halten Sie sich an die demokratischen Regeln. Wir können es euch nur im Guten sagen. Ja, so. Also, das ist die Islamische Republik Iran. Und Leute, wir haben eine Außenministerin, Annalena Baerbock. Habt ihr gehört, was Annalena Baerbock im Bundestag gesagt hat? Die Frauenunterdrückung in der Islamischen Republik Iran hat nichts mit dem Islam zu tun. Leute, die hat einen Berater, der ist iranischstämmig. Der ist Freund des Mullah-Regimes. Und der flüstert hier sowas ein. Und die plappert es nach, die Annalena. Das ist unsere Außenministerin. Und es ist ein Wahnsinn, wenn man sowas behauptet. Die Frauenverhüllung, die dort vorgeschrieben ist, ist natürlich Teil der Scharia. Weil im Koran steht, Frauen sollen sich verhüllen, damit sie als Muslime erkannt werden und nicht belästigt werden. Leute, das Kopftuchgebot ist ein rein sexuelles Gebot. Das hat nichts mit Religion zu tun. Frauen sollen sich verhüllen, damit sie nicht von Männern belästigt werden. Was ist denn das für eine irre Einstellung? Da wird jedem Mann praktisch unterstellt, er kann sich nicht mehr sexuell beherrschen, wenn er eine Frau mit Haaren sieht. Das ist lächerlich. Das ist aus dem 7. Jahrhundert der arabischen Wüste. Das muss für ungültig erklärt werden. Weil im Umkehrschluss bedeutet das, dass ein fundamental eingestellter Moslem, der aus diesen Ländern kommt, Afghanistan, wo die Frauen mit Burg herumlaufen, Gitter vor den Augen, der sieht dann hier eine leicht begleitete Frau mit leichten Dekolleté, Minirock, der sieht, dass dann, also wenn er radikal eingestellt ist, dass diese Frau es geradezu herausfordert. Sie zeigt ihre Reize, also will sie belästigt werden. Begrabscht und vergewaltigt. Sie fordert es heraus. Sie ist freiwillig. Sie ist eine ungläubige Schlampe. Und es kommt dann massiv zu Vergewaltigungen. In der Statistik des Bundeskriminalamtes festgehalten, nach Nationalitäten, Afghanen, genau die Afghanen, die in dem Burkaland aufgewachsen sozialisiert sind, sind bei Gruppenvergewaltigungen 20-fach überrepräsentiert im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil. Leute, wir haben ein Problem. Und das ist eindeutig eine Korrelation zwischen der Erziehung in diesem Land, wo die Scharia gilt, die Frauenunterdrückung, und dann den Folgen Vergewaltigungen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Da ist eine Verbindung. Und das muss aufhören. Wer also will, dass Frauen bei uns nicht mehr Gefahr laufen, vergewaltigt zu werden, muss dafür sorgen, dass die Ideologie raus aus den Köpfen kommt. Sonst wird es immer wieder passieren. Es wird immer wieder passieren. Und Gruppenvergewaltigung, das ist das Schlimmste, was man einer Frau antun kann. Vergewaltigung ist schon grausam. Gruppenvergewaltigung, wo bis zu zehn Männer eine Frau vergewaltigen, das ist bestialisch. Und es wird vielfach gefilmt von diesen Leuten, die machen sich lustig über die ungläubige Schlampe, die dann Bluten am Boden liegt. Das ist alles passiert, dokumentiert. Die Filme gibt es bei uns in Deutschland von Leuten, die als Flüchtlinge zu uns kommen, die angeben, sie werden verfolgt, sie bekommen ihr Gastrecht, sie werden durchgefüttert, bekommen eine Wohnung, bekommen alle Freiheiten hier. Vielfach sind sie in der Sozialhilfe. Und dann auch solche Gewalttaten begehen. Da läuft was falsch. Normalerweise müsste jeder Flüchtling, der zu uns kommt, dreimal sagen, danke, danke, danke. Ja, und sich friedlich verhalten. Und nicht einmal die Hand erheben gegenüber einem Menschen des Gastlandes. Und das Grundgesetz unterschreiben, akzeptieren. Genau, das Grundgesetz unterschreiben und unterschreiben, dass ihr die Scharia ablehnt und den politischen Islam. Das müsste an der Grenze passieren, bevor die Leute einen Fuß hier in unser Land setzen. Ja, jetzt sollen wir runter geregelt werden und die brüllen uns zu. Na, ganz ehrlich, Leute. Also, das ist etwas, was nicht in Ordnung ist, Freunde. Uns werden hier die Ohren vollgeplärrt von den Brüdern da drüben. Ja, Leute, 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 Leute. Also, so. Und das ist etwas, das ist doch das Mindeste, was man einfordern kann. Dass die Leute sich ja anständig verhalten. Ich sage euch eins. Jeder dieser sogenannten Flüchtlinge, die schwer straffällig werden, also Straftaten gegen das Leben begehen oder Vergewaltigungen oder Diebstahl, ins nächste Flugzeug und zurück in das Land, wo sie hergekommen sind, ohne Rückflug-Ticket. Völlig. Das wäre in einem Land mit geistig gesunden Politikern selbstverständlich. Aber ich frage mich, ob wir in dieser rot-grünen Regierung da in der Hinsicht geistig gesunde Politiker haben. Ich sehe, dass das totalitäre Ideologen sind, die ihre Multikulti-Politik um jeden Preis durchsetzen wollen. Und ich kann euch sagen, was da dahinter steckt. Erstens, möglichst viele Menschen aus islamischen Ländern reinholen, dass hier das Volk verdünnt wird, dass dann möglichst viele Bunte da sind in ihren Augen und dass dann möglichst viele Wähler auch für ihre rot-grünen Parteien dann entstehen. Die wollen nämlich, dass Staatsbürgerschaftsrecht schon nach drei bis fünf Jahren den Leuten geben, ohne große Sprachtests, ohne große Integrationsgeschichten. Es geht darum, Wählerklientel zu rekrutieren. Leute, und das rüttelt an den Grundfesten unseres demokratischen Rechtsstaates. Leute, ganz ehrlich. So, und wir haben heute hier ein offenes Mikrofon. Wir wollen eine lebendige Diskussion. Jeder kann was sagen. Unser Moritz hat auch was dazu. Ich habe mal eine Frage von euch. Wer von euch hat sich schon Haare abgeschnitten für die Frauen im Iran? Weil jeder, der sich eine Haarsträhne abgeschnitten hat, Entschuldigung, aber das bringt nichts. Was wir hier machen, ist Grundsatzkritik. Wir sind für die Frauen im Iran, was da gemacht wird, dass die Frauen Frauenrechte haben. Da sind wir gegen. Also jeder, der sich eine Haarsträhne abgeschnitten hat, um für die Frauen zu protestieren, der müsste bei uns auf der Seite stehen und uns unterstützen. Weil das, was wir hier machen, die einzige Kritik da dran ist, die effektiv ist. Weil wenn man sich nur irgendwas abschneidet an den Haaren, das bringt gar nichts. Wir müssen einen grundlegenden Diskurs in der Politik dafür haben, dass man darüber auch mal diskutieren kann, dass man die Leute da auch anregt hier, woher kommt denn das mit dem Kopftuch, das Verhüllungsverbot? Woher kommt denn das? Und wenn eine Frau sich nicht verhüllt, darf sie nach dem Koran belästigt werden. Das ist das Gegenargument, was da kommt. Und man darf im Koran noch zwei, drei, vier Frauen nehmen und Sklavinnen. Sklavinnen halten ist im politischen Islam erlaubt. Und dagegen muss man ankämpfen. Wir stehen für unsere Werte. Wir stehen für unsere freiheitlichste, demokratische Grundordnung. Und was ihr da drüben macht, ist, tut mir leid, ihr erweist unserem Land einen Bärendienst. Ihr hasst Deutschland und deswegen, es tut mir da wirklich leid. Aber ihr habt nichts zu dieser Diskussion beizutragen, was sinnvoll ist. Ich danke aber auch jedem von euch, der hier hingekommen ist, der uns unterstützt, der für uns ist. Wir sind die Bunden. Wir haben hier viele Migranten da. Wir haben viele Juden. Wir haben viele Ex-Moslems. Wir haben modern eingestellte Moslems. Wir haben sehr, sehr viele Gruppen, die für uns sind, die uns unterstützen. Und das, was die da hinten machen, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist definitiv nicht Kampf gegen Rassismus. Wir haben viele Leute, die hier sind, Homosexuelle aus der Bewegung, die für uns sind, die für uns sprechen, die wissen, wie es in diesen Ländern ist, wie es da abgeht. Und die sagen uns alle, dass das gut ist. Ich finde das eigentlich nicht schön, was sie hinten machen. Und ich finde das auch, die Religion ist also nicht schön, was heutzutage ist. Mit den Muslimen, die sich nicht hier anpassen. Und mit den Deutschen, das finde ich einfach nicht korrekt. Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Ich komme aus dem Kosovo und ich bin Gott sei Dank von dem muslimischen Koran und alles weggegangen, weil man konnte da nicht mal normal leben und öffentlich als homosexuell zu sein. Und da hatte ich die Schnauze voll und da hatte ich keinen Bock gehabt. Und ihr schwitzt nur Mist, das ist alles gelogen. Pass auf, Freunde, wir machen jetzt Folgendes. Wir lassen die hier ihre Slogans blären und wir gehen da hinten hin, wo wir mehr unsere Ruhe haben. Ja, weil mit denen kannst du sowieso nicht argumentieren. Die wollen nichts wissen, die wollen nur stören. So, jetzt gehen wir hier hin und machen hier unsere Kundgebung. Da sind wir ein bisschen ungestörter von dem ganzen Wahnsinn da hinten. Wir haben jetzt hier unsere Kundgebung für uns. Ja, ja. Ich kann euch eins versprechen da drüben. Dankeschön, Herr Stürzerberger, dass Sie in meiner Stadt sind. Wir kommen auch bald wieder. Haben Sie meine Post gekriegt? E-Mail oder was? E-Mail? Nee, Klinikum Mainz. Klinikum Mainz. So, und wir können euch eins versprechen, liebe Mainzer. Erstens werden wir vor... ...angemeldet wurde. Wo wir angemeldet haben, wir wollen eine Diskussion mit Bürgern haben, dass die von einer kurzfristig angemeldeten linken Gegendemonstration mit massiver Beschallung in 15 Meter Entfernung mit 93 Dezibel massiv gestört wird. Das kann nicht im Sinne des Versammlungsgesetzes sein. Da wird ein unabhängiges Verwaltungsgericht wird das klären und das wird dann auch beispielgebend für künftige Veranstaltungen sein. Weil wir wollen auch, wenn Linke eine Veranstaltung machen, dass sie ihre Veranstaltung störungsfrei durchführen können, ihre Sachen vortragen, dass man dann miteinander diskutiert. Aber nicht dieses gegenseitige Beschallen, das ist nur Chaos. Da kriegt keiner mehr was mit, da kann kein Bürger sich darauf konzentrieren. Deswegen wollen wir das einmal durchklagen. Das kostet natürlich Zeit, Mühen und Geld. Wir machen das. Und Leute, wenn ihr noch kein Mitglied bei der Bürgerbewegung Pax Europa seid, werdet Mitglied. Wir sind wirklich die an der vordersten Passion auf der Straße über den politischen Islam aufklären. Weil es nicht in Parlamenten geschieht, weil es vielfach nicht in den Mainstream-Medien passiert, weil wir den Druck aufbauen müssen. Und Leute, ihr als Bürger, Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Ihr könnt bei euren Abgeordneten, die für euch zuständig sind, egal ob Stadträte, Landtagsabgeordnete, ja, ja, ist in Ordnung. Bundestagsabgeordnete, sprecht mit denen, nutzt die Kommunikationswege. Sagt denen, wir haben ein massives Problem mit dem politischen Islam. Wir müssen darüber reden, weil unsere Sicherheit gefährdet ist. Gestern waren wir in Wiesbaden, dort ist der Sitz des Bundeskriminalamtes. Die bringen jedes Jahr die Statistik raus, Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Zuwanderung heißt in dem Fall Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylanten. So, und da sind alarmierende, horrende Zahlen. Das sind also die sogenannten Flüchtlinge bis zu vier-, fünffach überrepräsentiert. Im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil. Bei Straftaten gegen das Leben, gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Also Messerattacken, Morde, Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, Raub, Diebstahl. Leute, da läuft was falsch. Normalerweise müsste wirklich jemand, der in ein Land reinkommt und dort Schutz bekommt, sich komplett friedlich verhalten, integrieren, die Sprache lernen und einen Job. Aber vielfach sind die Hälfte der Asylbewerber arbeitslos, sind hier bei uns in der sozialen Hängematte und dann sind noch viele von denen dann straffällig. Leute, wir werden bescheuert, wenn wir das länger erdulden. Aber die Deutschen sind sehr geduldig. Sehr lange geduldig. Und wenn sie selber nicht betroffen sind, wollen sie nichts davon wissen. Hauptsache in dem eigenen Biotop ist alles in Ordnung. Bis dann mal die eigene Frau vergewaltigt wird oder man selber ein Messer im Bauch hängen hat oder irgendwas anderes passiert. Und dann wachen manche auf. Leute, gestern in Wiesbaden waren wir auf dem Mauritiusplatz. Und da ist gegenüber der McDonalds, da lernte die Susanna, diese jüdische bedauernswerte Frau, die dann später von ihrem peiniger Vergewaltigung ermordet wurde, in dem McDonalds an dem Mauritiusplatz, lernte sie den kennen. Und das Ende vom Lied war dann Vergewaltigung und Ermordung. Das sind so kleine Beispiele, das begegnet einem überall. Überall. In Ludwigshafen. Leute, die Geschichte ist auch ganz wichtig. In Ludwigshafen, da hat ein somalischer Moslem, ihr habt die Geschichte gehört, ging ja durch die Medien. Ein somalischer Moslem wollte seine Ex-Partnerin besuchen und er wollte die zwei Kinder von ihr sehen. Also man weiß gar nicht, ob die Kinder von ihm sind, aber er wollte die beiden Kinder sehen. Und sie hat es ihm verweigert, weil sie den kennt. Die weiß, dass er wohl gewaltbereit ist. Und der ist auch, glaube ich, vorher schon straffällig in Erscheinung getreten. So, sie hat es abgelehnt, dass er die beiden Kinder sieht. Dann ist er auf die Straße gegangen. Das ist ganz wichtig, was er dann gesagt hat. Er hat gerufen, Allahu Akbar. Allah ist der Allergrößte. Und er hat gerufen, ich will Gerechtigkeit für meine Kinder. Was steckt da dahinter? In einem islamischen System nach der Scharia bleiben die Kinder bei dem Mann. Das ist vorgeschrieben. Das ist auch übrigens in der Gesetzgebung der Islamischen Republik Iran. Wenn eine Frau sich trennt, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist, die darf sich gar nicht trennen. Der Mann hat es alleine gerecht, die Trennung auszusprechen. Also die Frau, wenn sie sich trennt, bleiben auf jeden Fall die Kinder beim Mann. Und die Frau kann von Glück reden, wenn sie das überlebt. Vielfach werden die dann aus Zorn gegen die verletzte Ehre des Mannes getötet. Nicht selten passiert das. Auch in Deutschland. So. Er hat gerufen, ich will Gerechtigkeit für meine Kinder. Dann ist er zum ersten Passanten auf der Straße und laut Zeugen muss er ihn gefragt haben, sind sie Deutscher? Er hat gesagt ja und dann ging es los mit einer Machete. Zack, den getötet. Und dann ist der 20-jährige Geselle, das war ja ein Malermeister, verheiratet, zwei Kinder. Sein Geselle, 20 Jahre, wollte ihm helfen. Der wurde auch getötet. So, dann hat dann dieser Somali die Hand abgetrennt von dem gerade Ermordeten und hat die Hand auf den Balkon von der Ex-Partnerin draufgeworfen. So als Drohung. Hier, das bin ich bereit zu machen. Und du bist die Nächste. So, also warum hat er gerufen? Warum hat er dich gefragt, bist du Deutscher? Weil Deutsche für ihn das deutsche demokratische System repräsentieren, wo die Frau nach unserem Ehe- und Scheidungsrecht die Kinder zugesprochen bekommt. Das hat er als ungerecht empfunden. Wenn er sagt, er will Gerechtigkeit, das heißt er will nach der Scharia leben, nach dem islamischen Recht, wo die Kinder bei ihm sind. Ein eindeutiger islamistischer Terroranschlag. Aber ihr werdet es erleben, dass er wieder als psychisch krank dargestellt wird. Hat nichts mit dem politischen Islam zu tun. Genau wie der somalische Messermörder von Würzburg. Auch er hat Allahu Akbar gerufen. Der hat drei Frauen getötet im Woolworth. Eine der Frauen hat sich schützend über die elfjährige Tochter drüber geworfen. Dann hat er die Frau getötet, die Mutter. Und die Tochter wurde Gott sei Dank nur leicht verletzt, weil die Mutter sich sterbend schützend über die elfjährige geworfen hat. Leute, das sind barbarische Morde. Vor dem Woolworth wurden noch neun andere verletzt. Unterher haben eine Frau, die jetzt im Rollstuhl ist, zeitlebens an ihren Rollstuhl gefesselt. Ein 16-jähriger Junge wurde abgestochen, schwer verletzt. Also das ist ein Wahnsinn. Und das Ganze unter Allahu Akbar. Als die Polizei ihn festgenommen hat, hat er wörtlich gesagt, das war mein Beitrag zum Dschihad. Eindeutig ein radikal-islamischer Terroranschlag. Was ist denn... Was das uns bringt, ist es auch gut, dass hier ausländische Bürger sind. Ja klar, wir haben hier viele ausländische Bürger. Wir wollen, dass sie integriert sind, dass sie keine Straftaten begehen, dass sie nicht den politischen Islam im Kopf haben, der frauenfeindlich ist, der gewaltfördernd ist und tötungslegitimierend. Leute, wir wollen, dass es aufhört. Sie machen auch Angst. Nein, wir klären auf. Schauen Sie mal her. Wenn wir das beschweigen, passiert es immer weiter. Wir müssen die Ideologie kritisieren. Genauso wie wir die nationalsozialistische Ideologie kritisieren und am besten verbieten müssen, weil da auch gefährliche Gedankengänge in den Kopf kommen, was auch zu Terrorattacken führt. Auch Nationalsozialisten bringen arme Migranten um. Und da muss man drüber aufklären. Da gibt es den Kampf gegen Rechts. Den kennen Sie. Wird mit 100 Millionen Euro jedes Jahr unterstützt. Beim politischen Islam wird nichts gemacht. Ganz im Gegenteil. Die Nancy Faeser hat die Arbeit des Expertenrates gegen politischen Islamismus eingestellt. Leute, es läuft alles falsch. Es wird beschwiegen. Ja, es wird beschwiegen. Es wird behindert. Wie Sie auch sagen. Sie sagen, es macht Angst. Ja, natürlich. Wir müssen doch die Fakten den Leuten klar machen. Wir müssen auch die Politik auffordern. Wir müssen die Politik auffordern, auffordern, dass sie unsere Bürger schützt. Es ist die Aufgabe einer Regierung in erster Linie, die Grenzen des Landes zu schützen und die Bürger zu schützen. Wir wollen nicht, dass weitere Menschen abgestochen werden, vergewaltigt werden und durch Terroranschläge umkommen. Leute, wir hatten im Jahr 2020 Zahlen des Bundeskriminalamtes hier in Wiesbaden. 20.000 Messerattacken bei diesen Straftaten sind 30 bis 45 Prozent Ausländer, also Bürger mit ausländischem Pass. 30 bis 45 Prozent. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist 12 Prozent. Wir merken da schon drei-, vierfache Überrepräsentanz. Und da sind noch nicht die mitgerechnet, die migrantische Wurzeln haben, aber einen deutschen Pass. Da würden die Zahlen noch höher sein. Ja, Flüchtlinge auch da wieder weit überrepräsentiert, vierfach. Leute, da läuft was falsch. Und es ist unser Recht. Danke sehr. Danke. Danke. Die wiedergegründete Weiße Rose. Wir haben herzlichen Dank. Wir sind im Geist der wiedergegründeten Weißen Rose. Im Geist von Sophie Scholl und all denen, die ermordet wurden. Ja, wir kämpfen gegen eine totalitäre Ideologie, die genauso gefährlich ist wie der Nationalsozialismus. Das sagen wir mit Fug und Recht. Bitte was? Was ist los? Was ist denn immer ganz? Ich hab's denn immer ganz? Ja, mit deinem scheiß weißen Rosen-Scheiß. Was soll das? Wir haben die Weiße Rose wiedergegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl, Susanne Zeller-Hirzel. Ja, wir haben alles gegründet. Stell's bitte an den Pavillon zu den anderen Weißen Rosen. Freunde, es gibt uns so viel Kraft und so viel Mut und so viel Entschlossenheit, wenn solche Bürger zu uns kommen, uns Geschenke machen wie Weiße Rosen. Herzlichen Dank. Wir sind, ja, und zeigt, zeigt die Sabatina James. Ja, es ist eine mutige Frau. Ich kenn sie persönlich. Ich hab sie schon mehrfach getroffen. Sie ist pakistanischstämmig in Österreich aufgewachsen, in einer streng religiösen Familie. Sie wurde zwangsverheiratet mit ihrem Cousin. Und dann hat sie, sie wurde also nach Pakistan gebracht, wurde zwangsverheiratet. Dann ist sie dann ausgebrochen aus dem Islam, ist jetzt Christin, hat eine Zeit lang in Österreich gelebt, eine Zeit lang in Deutschland, jetzt ist sie in den USA. Und sie warnt, bringt mir mal die Bücher von der Sabatina James, das ist eine mutige Frau, die kennt den Islam. Sie weiß, dass dort Zwangsverheiratungen stattfinden. Sie weiß auch, dass da Zwangsbeschneidungen stattfinden. Leute, es ist ein Wahnsinn, was da alles abläuft. Sabatina James, nur die Wahrheit macht uns frei. Wir müssen die Wahrheit aussprechen. Und wenn die Dame sagt, dass die Wahrheit ihr Angst macht, ja Leute, wir können da nicht, klar macht es erstmal Angst, aber es muss auch entschlossen machen, die Angst zu beseitigen, indem wir die Grundlagen für den Terror und für die Frauenunterdrückung, für die homosexuellen Feindlichkeit, die Judenfeindlichkeit aus den Köpfen rausbekommen. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was bei unseren Kundgebungen alles geäußert wird von radikalen Moslems. Thema Judenfeindlichkeit. Leute, das ist nicht zu fassen, was da Leute, Moslems sagen. Wir waren in Marl, waren wir auf dem Marktplatz und wir haben eine Kundgebung gemacht. Ihr habt vielleicht den Livestream gesehen. Da kam ein türkischstämmiger Moslem und der hat gesagt, der einzige Fehler von Adolf Hitler war, dass er nicht alle Juden vergast hat. Wortwörtlich, wortwörtlich. Du, das hat er mitten auf dem Marktplatz vor laufender Kamera gesagt, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Er hat es gesagt. Du und die Polizisten, betreten, auf den Boden geschaut, das war denen unangenehm. Die wollten den ja auch jetzt nicht irgendwie dann festnehmen, weil es ist ja ein türkischstämmiger, es ist ein Migrant. Da muss man ja vorsichtig sein. Da gilt man als Polizist ja gleich als Rassist so ein bisschen, kommt ja oft vor, dass man dann irgendwie dann gleich angeklagt wird. Wir hatten in Berlin, hatten wir einen mutigen Berliner Polizisten. Die haben in dem Haus einer syrischen Familie, ein Ehepaar, haben die einen Strafvollzug durchführen wollen. Die waren also straffällig. Dann sind die rein in die Wohnung und die haben sich aufführt, die beiden Syrer. Haut ab aus unserer Wohnung. Und da gab es wahrscheinlich auch Beleidigungen. Das wurde auch gefilmt. Und dann hat irgendwann der Polizist gesagt, das ist mein Land und ihr verhaltet euch nach unseren Regeln. Bravo für diesen Berliner Polizisten. Bravo. Und so sollte jeder Polizist gegenüber einem aggressiven, straffälligen Zuwanderer reden. Und was kam dann sofort aus Kreisen der linken Politik? Das ist ja antimuslimischer Rassismus. Leute, wer sowas sagt, ist nicht mehr geistig gesund im Kopf. Ganz ehrlich, was der Berliner Polizist gesagt hat, der müsste das Bundesverdienstkreuz bekommen dafür, dass er unsere Werte und unser Land verteidigt. Aber Leute, es ist vielfach so und das können vielleicht der ein oder andere Polizist bestätigen. Es ist eine wachsende Respektlosigkeit vor Polizeibeamten, nicht nur Polizeibeamten, auch Sanitätern, Feuerwehrleute. Wir haben in Berlin einen Feuerwehrmann gehabt, der kam zu uns und er hat gesagt, Leute, ich habe hier einen Erste-Hilfe-Rucksack, ich helfe euch, wenn was passiert. Weil der kriegt ja mit, ich werde oft geschlagen, ich habe schon Verletzungen gehabt, ich wurde angespuckt und zigfach Sachen. Wir wurden mit Gegenständen beschmissen, Flaschenwürfe. Also es ist manchmal echt nicht ganz unquälig, sagen wir mal so. Aber wir lassen uns natürlich nicht einschüchtern, wir nicht, wir nicht. Und er hat gesagt, ich helfe euch und er hat gesagt, ihr wisst gar nicht, wie viele Sympathisanten ihr habt bei Polizisten, bei Feuerwehrleuten, bei Sanitätern. In Berlin ist es mittlerweile so weit, da können Sanitätswagen oftmals nur unter Polizeischutz in manche Stadtviertel reinfahren. Weil wenn Sanitäter dann gerufen werden zu irgendwelchen Notfällen, die werden nicht selten angegriffen, weil wenn ein Mann, ein nicht muslimischer Mann, eine muslimische Frau anlangt, weil er ihr helfen möchte, dann kommt nicht selten ein wutschnaubender Ehemann und attackiert dann den Sanitäter. Weil in seiner Vorstellung des politischen Islams darf kein ungläubiger Nicht-Muslim, darf keine muslimische Frau anlangt. Streng verboten. So läuft die Nummer ab. Es sind Polizisten oftmals nur in Mannschaftsstärke, die in solche Viertel reinfahren, um eine Festnahme vorzunehmen, weil dann ruckzuck die Brüder und Cousin und der ganze Clan gerufen wird. Da sind Polizisten oft 100 radikalen Moslems gegenüber, in solchen Vierteln wie Neukölln und sowas, wo schon mehrheitlich Moslems leben. Da ist bereits Scharia-Zone. Das sind No-Go-Areas. Und das muss aufhören. Diese No-Go-Areas müssen aufgelöst werden. Es muss jeder Quadratmeter deutschen Bodens unter der Gewalt der Polizei sein. Das ist die einzige Gewalt, die in Deutschland akzeptiert wird. Und unter unseren deutschen Gesetzen. Das muss unmissverständlich klar werden. Und da muss man durchgreifen. Was macht Berlin? Berlin macht nichts gegen die Gegengesellschaften. Berlin hat jetzt sogar noch durchgesetzt, das müsst ihr mal vorstellen, dass die Polizei nicht mehr die Nationalität der Straftäter erfassen darf. Das sind alles nur noch Männer. Zweibeiner am besten vielleicht nur noch. Dass niemand mehr merkt, was hier los ist. Die sind komplett gegen die faktische Aufklärung. Ja, bitte? Ich halte. Was ist so schlimm an Gewalt? Ernsthaft? Ja. Befürwortest du Gewalt? Das haben Sie gesagt. Sie fragen mich, was so schlimm an Gewalt ist. Dann frage ich Sie, ob Gewalt für Sie in Ordnung ist. FDP. Was heißt FDP? Fickt die Parteien. Ja gut. Das ist jetzt glaube ich keine Diskussionsgrundlage. Also es muss klar sein, wir sind strikt gegen Gewalt. Wir sind für den argumentativen Austausch. Wir haben nichts gegen Moslems, um das immer wieder zu sagen. Wir haben auch da ein großes Plakat. Unsere Kritik richtet sich nicht gegen Moslems, vor allem nicht gegen die friedfertigen, demokratiebewussten, die sich hier integrieren, die fleißig sind, deutsch lernen, arbeiten. Herzlich willkommen. Vorhin war ein modern eingestellter Moslem bei mir. Er ist Mitglied bei uns und er hat eine katholische Ehefrau und die Kinder sind katholisch getauft. So sollte es sein. Aber das ist entgegen der Regeln des politischen Islams. Erstens, ein Idiot und ein Rassist. Warum bin ich ein Idiot, warum bin ich ein Rassist? Der politische Islam ist keine Rasse, folglich kann Kritik daran kein Rassismus sein. Nein, Volksaufklärer. Volksaufklärer. Das sind ja alles Fake News. Fake News, was ist falsch? Da sind Angaben zu Toten, die nicht stimmen und hier wird gegen Moslems... Zahlen des Bundeskriminalamtes. Nein, die sind ja auch nicht in Ordnung. Alles gefälscht, alles Fake News. Sie lebt in einer Parallelwelt, in so einem links-rot-grünen Paralleluniversum. Alles in Ordnung, hier ist kein Problem. Alles Fake News, alle Daten sind gefälscht. Leute, solche kann man nicht erreichen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ja, erstmal zu denen drüben, dass sie jeden als Nazi beschimpfen, der sich kritisch äußert. Das ist eine Verharmlosung in meinen Augen. Das ist eine Verharmlosung des Nationalsozialismus, ne? Erstens. Zweitens. Und eine Verleumdung von uns, eine bösartige Verleumdung. Wir sind Demokraten und schützen unser Grundgesetz mit Artikel 5, Artikel 8 und Artikel 20 im Grundgesetz. Da steht drin, Artikel 5 im Grundgesetz. Alle Menschen haben das Recht, ihre Meinung in Wort, in Schrift und in Bild zu äußern. Auch in Mainz. Zweitens. Artikel 8 im Grundgesetz. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ohne Anmeldung, ohne Erlaubnis. Das ist schon mal das Standpunkt. Und der beste Artikel im Grundgesetz, die Staatsgewalt, geht vom Volk aus. Wir sind das Volk und wir kümmern uns um den Frieden hier in unserem Land. Richtig. Darf ich fragen, was Sie für einen Hintergrund haben? Ich bin Deutscher, tatsächlich. Ich habe indische Wurzeln, ja. Aber ich schätze und ehre die deutsche Kultur. Ich schütze das Grundgesetz, indem ich hier meine Meinung äußere und hier mein Gesicht zeige. Richtig. Wunderbar. Und wenn Sie aus Indien sind, haben Sie muslimischen oder hinduistischen Hintergrund oder atheistisch? Nein, ich bin da völlig neutral, ja. Ich habe auch muslimische Freunde und das ist alles kein Problem, weil im Rahmen der Meinungsfreiheit kann man die Dinge ansprechen. Und jeder, der das nicht möchte, ist ein Antidemokrat, ganz klar. Wunderbar. Hervorragend. Und wir haben so viele Menschen in Deutschland mit migrantischen Wurzeln überall. Was ist Ihr Hintergrund? Wo ich herkomme? Aus dem Kosovo. Aber ich passe mich in Deutschland und ich liebe Deutschland. Und es ist egal, welche Religion es ist, aber man muss sich hier anpassen. Und nicht sagen, ich Deutsche, das gibt es hier nicht. Man muss sich anpassen. Wir sind alle Bürger dieses Landes und vereint bei der Demokratie, unserem Grundgesetz, unseren Werten. Und das finde ich das Schönste und ich finde das immer so traurig, dass die ganzen verschiedenen Muslime immer das ausnutzen. Und dann mit Deutschen sagen, die sind unreinig, die sind eklig, die müssen nur beschnitten werden. Ich finde das immer so traurig, diese muslimischen Frauen, die dürfen sich nicht so offen. Und das ist immer so schade, die dürfen nie mit einem deutschen Mann zusammenleben. Weil immer Moschee und diesen Koran immer dabei ist. Und ich finde das einfach ein Quatsch. Man sollte leben, wie man das möchte. Und nicht einfach so, ja, heute so, ich muss glauben, ich muss zum Allah. Ich finde, ein Gott ist der gleiche, egal, Jesus Christus. Es gibt einen Gott und fertig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gleich, gleich. Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Es darf keine Religion den Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben und auch kein Gesetz vorschreiben. So, der Islam ist die einzige Religion auf diesem Planeten, wo also Religion und Politik vermischt sind. Der Islam hat eben den politischen Islam, wo die Scharia Gesetzgebung ist. Stimmt das nicht? Die Islamische Republik Iran hat die Scharia als Gesetzgebung. Und da sehen Sie, was da gerade los ist. Da wird Frauen vorgeschrieben, dass sie Kopftuch tragen müssen. Wenn sie es nicht tragen, werden sie ins Gefängnis geschmissen. Die Kirche schreibt ja auch vor, dass die Frauen nicht in der Kirche einen Platz haben. Das ist doch genau dasselbe, oder nicht? Die katholische Kirche schreibt vor, dass die Frauen keinen Platz haben oder getrennten Platz haben. Oder was meinen Sie jetzt? Da darf eine Frau Pfarrer werden. Bei der evangelischen Kirche schon. Bei der katholischen aber nicht. Bei der katholischen ist, glaube ich, jetzt die Entwicklung. Denn das Schöne ist, bei der christlichen Religion ist die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Weil das Neue Testament ist also von Evangelisten aufgeschrieben. Und bei Jesus findest du auch nichts, was gegen Frauen gerichtet ist. Nee, also Jesus... Nee, nee. Pass auf, das kommt aus dem Alten Testament. Das wissen wir. Das wissen wir. Und da wissen wir auch, dass da Relikte sind, die müssen bekämpft werden. Da sind wir uns doch völlig einig. Wir sind auch gegen die homosexuellen Feindlichkeit. Aber wir sehen bei der Kirche in Deutschland speziell, dass da eine Entwicklung ist. Es wird dann nicht mehr gegen Homosexualität geredet im Großen und Ganzen. In der evangelischen Kirche werden Männer, wenn er auch kirchlich geheiratet, da ist eine Entwicklung. Bei evangelischen Kirchen ist die Regenbogenfahne. Die katholische Kirche ist noch ein wenig hintendran. Klar, da gibt es da auch noch was zu arbeiten. Ja, aber da brauchen wir heute keine Kundgebung zu machen, weil da wird sowieso darüber diskutiert in ganz Deutschland. Aber über den politischen Islam wird nicht diskutiert weitestgehend. Da ist ein Nachholbedarf. Und das Thema haben wir uns heute rausgesucht. Wir können über tausend Sachen reden. Entschuldigen Sie, würden Sie den Menschen bitte mal erklären, wir haben doch hier in Deutschland einen säkularen Staat, einen sogenannten Religion und Politik getrennt voneinander. Dann würde mich interessieren, warum es Parteien gibt wie christlich-soziale Union und christlich-demokratische Union. Und warum diese Parteien zum Beispiel auch abdecken, dass wir drittgrößter Waffenexporteur der Welt sind. Also passen Sie auf, die CDU und die CSU beruft sich auf christliche, humanistische Werte. Und da ist erstmal nichts Schlechtes dran, weil mit Jesus seiner Philosophie, das sage ich als Agnostiker, ich gucke mir alles an und ich kritisiere auch alles. Ich kritisiere auch das Alte Testament. Übrigens, wegen dem Alten Testament bin ich aus der Kirche ausgetreten, ich bin christlich erzogen. Aber das Alte Testament kann man nicht mit dem Neuen zusammenbringen, weil Jesus gilt ja als der Sohn des dreieinigen Gottes und im Alten Testament tötet Gott. Das kann niemals Jesus gewesen sein. Das ist meine Überzeugung, meine private. Aber ich muss sagen, Jesus hat eine wunderbare Philosophie gebracht. Ja, wenn ihr euch die Bergpredigt durchlest, er war für Nächstenliebe, sogar Feindesliebe, er war Pazifist. Das kann man nicht leugnen. Deswegen kannst du mit Jesus keine Gewalt legitimieren. Es gibt keinen einzigen Terroristen, der die Neue Testament hochhält, in der anderen Hand eine Waffe und ruft, Jesus Christus ist der Allergrößte. Gibt es nicht. Aber es gibt tausende radikal-islamische Terroristen, die den Koran hochhalten und in der anderen Hand eine Waffe und dann töten. Holt mir mal bitte alle Plakate her. Hier, der politische Islam fordert die Tötung von Andersgläubigen. Jeder, der zwei Beine hat, ein Plakat hochhalten, dass wir das alles mal hier vorzeigen. Es erschlägt uns geradezu. Auch Europa ist Ziel von Terroranschlägen. Wir hatten alleine zwischen 2015 und 2018 hatten wir 40 Terroranschläge mit 393 Toten und 1.216 Verletzten. Trauriger Höhepunkt Berlin, Weihnachtsmarkt, Breitscheidplatz. Der radikale Moslem aus Tunesien, Anis Amri, hat einen 30-Tonner erbeutet, den polnischen Fahrer erstochen und dann mit diesem 30-Tonner über den Weihnachtsmarkt drüber gebreddert. Da wurden Menschen getötet, die sich friedlich auf diesem Weihnachtsmarkt versammelt haben. Es gibt nichts Friedlicheres als einen Weihnachtsmarkt. Besinnlich Weihnachten vorfeiern. Da waren zwei Israeli, ein israelisches Paar plattgewalzt, ein italienisches Paar plattgewalzt. Er hat sich gegen die christliche Religion, das war ein Dschihad, gegen das Christentum. Eindeutig. So, und hier schaut ihr, was da alles los ist. Wir werden geradezu erschlagen von den Terroranschlägen. Das hier, das war der Tag, an dem ich auf den politischen Islam aufmerksam geworden bin. Der 11. September 2001. Als 19 Moslems, 15 davon aus dem heiligsten Land des politischen Islams, Saudi-Arabien, in vier Flugzeugen 3000 Amerikaner pulverisierten. Drei der vier Terrorpiloten sind in Deutschland in Moscheen radikalisiert worden. Wo? In Hamburg. In Hamburg. Die waren dort in der Al-Nur-Moschee. Da wurden sie radikalisiert. Da gibt es Filmaufnahmen, wie sie vom Dschihad gesprochen haben. Kampf gegen den Satan, USA, Kampf gegen die Ungläubigen. Dann ging es nach Afghanistan in die Terrorausbildungslager von Al-Qaida, Osama Bin Laden. Gedeckt von den Taliban. Taliban, gelehrige Schüler des Propheten Mohammed. Alle einverstanden mit Terror. So, und dann wurde in New York Massenmord gemacht. Wer war damals Innensenator in Hamburg? Der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat mit seiner total toleranten Wegschaupolitik es ermöglicht, dass hier ein Netzwerk von radikalen Moslems sich gebildet hat. Das waren nicht nur die drei Terrorpiloten. Das war ein Netzwerk von ungefähr 50 Financiers, Unterstützern, Organisatoren. Ein dichtes Netzwerk. Das Biotop in Hamburg war optimal für radikale Moslems. Die haben in der Technischen Universität einen Gebetsraum gehabt, da konnten sie sich versammeln. Die hatten Wohngemeinschaften, wo sie sich getroffen haben. Die haben alle weggeschaut. Verantwortlich Olaf Scholz. Später, als Bürgermeister von Hamburg hat er einen Staatsvertrag mit dem Islamischen Zentrum Hamburg geschlossen. Das Islamische Zentrum Hamburg, das gilt jetzt als Außenposten der Islamischen Republik Iran. Selbst die Grünen fordern jetzt in Hamburg, dass das geschlossen werden soll. Da gehen Hassprediger ein und aus. Die Islamische Republik Iran ist aggressiv. Sie will Israel vernichten. Sie liefert Kasam-Raketen in den Gaza-Streifen, wo die radikalen Moslems dort, die Hamas-Terroristen, zehntausende Raketen auf Israel schießen. So, und das wurde von Olaf Scholz hier mit Staatsvertrag geadelt. Jetzt ist er Bundeskanzler einer Regierung, wo die Innenministerin die Arbeit des Expertenrates zum politischen Islamismus beendet. Leute, hier sind Politiker am Werk, die den politischen Islam unterstützen, die Kritik dagegen einstellen, dafür sorgen, dass immer mehr Menschen aus fundamental-islamischen Ländern reinkommen. Das wird ja intensiviert. Die dafür sorgen, dass die immer mehr, immer schneller den deutschen Pass kriegen, damit sie dann die Parteien wählen, die sie am meisten unterstützen, SPD und Grüne. Das ist eine ganz klare Machtpolitik. Sie wollen sich ein Wählerklientel reinholen ins Land, um auf Jahre und Jahrzehnte an der Regierung bleiben zu können. Leute, und das geht zum Schaden des deutschen Volkes, weil viele dieser Menschen aus fundamental-islamischen Ländern haben den politischen Islam im Kopf. Frauenfeindlich, integrationsfeindlich, feindlich gegenüber Andersgläubigen, terrorunterstützend und tötungslegitimierend. Leute, und da werden immer mehr Straftaten passieren. Frauenfeindlich, ihr seid die leidtragenden Leute. Ihr werdet es abkriegen. Ihr, eure Freunde, bekannte Familienangehörige. Irgendwann wird jeder einen kennen, der zu Schaden gekommen ist. Weil es sind hier Hunderttausende im Land, von denen eben viele radikal orientiert sind. Also über zwei Millionen sind es ja, de facto. So, und da passieren irre viele Straftaten. Wir haben den Polizisten Stefan Schubert. Bleibt nochmal die Plakaten da. Holen wir mal bitte den Stefan Schubert. Der war früher Polizist. Der hat die Zahlen des Bundeskriminalamtes, hat er genau studiert. Der ist zu einem Ergebnis gekommen, dass alleine von 2015 bis 2018 über eine Million Straftaten von sogenannten Flüchtlingen begangen wurden. Und es sind exakt 627.000 Straftäter. Flüchtlinge. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da läuft was falsch. Da steckt ein System dahinter. Korrelation zwischen der Ideologie des politischen Islams und den Straftaten. Weil der politische Islam diese Straftaten fördert. So, sein Buch heißt Sicherheitsrisiko Islam. Wie der Kriminalität, Gewalt und Terror. Wie der Islam unser Land bedroht. Dieses Buch ist sehr zu empfehlen. Wie gesagt, Stefan Schubert. Einer von euch. Früher Polizist. Jetzt ist er Journalist und klärt auf. Guter Mann. Einer der Besten, den wir im Bereich Journalismus haben. Kann man wirklich nur jedem empfehlen. Dieses Buch. Und wir klären da weiter drüber auf. Das ist eigentlich nur von 2015 bis 2018. Jetzt haben wir 2022. Ihr könnt euch vorstellen, wie jetzt die Zahlen weiter nach oben explodiert sind. So, und das muss aufhören. So, wir haben hier einen Bürger aus Indien. Da gibt es auch was Interessantes. Islam und Terrorismus. Marc Gabriel. Ich war ja früher Fernsehredakteur beim Bayern Journal. Ein Sender, der auf Sat.1 und RTL ausgestrahlt hat. Mein Chef hieß Ralf Burkay. Ralf Burkay war nicht nur Chef des Bayern Journals. Er war auch Schatzmeister der Münchner CSU. Und Vizepräsident des TSV 1860 München. Des Fußballvereins. In München eine sehr bekannte Persönlichkeit. Christ. Und hatte keine Ahnung vom Islam. Ich habe dann in den Jahren 2006, 2007 mit ihm viel über den Islam diskutiert. Er hat gesagt, der Islam ist doch genauso friedlich wie alle anderen Religionen. Wie so viele Menschen hier denken. Weil ihnen ja ständig eingeredet wird, Islam bedeutet Frieden. Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun. Das sind nur die radikalen Extremisten, die irgendwas falsch verstehen. Das wird Tag ein, Tag aus den Menschen eingebläut. Es sind alles Lügen. Denn Gewalt und Terror und Töten hat natürlich mit dem politischen Islam zu tun. Es ist originär, ist es aus dem politischen Islam. Und ich habe meinem Freund Ralf Burkheim, habe ich das Buch gegeben, Islam und Terrorismus. Jawohl, da kommt es jetzt. Moritz, ein Applaus für Moritz, unseren wertvollen Assistenten, der auch viel ans Mikrofon geht. Freunde, Moritz wird mal den Staffelstab übernehmen. Das ist die junge Generation, the next generation. Menschen, du bist, und du machst das jetzt schon. Ich meine, ich mache es noch 30 Jahre, Freunde. Ich bin jetzt 58, ich mache es noch 30 Jahre. Oder sag mal 31 Jahre. Sonst müsste ich sagen, ich mache es bis 88. Nicht gut. Machen wir 89 besser. 89, ja. Also ich kann euch garantieren, viele in meinem Alter denken, ähnlich wie ich, die trauen sich halt jetzt noch nicht, weil wir halt aktuell politisch sehr stark eine Diskriminierung haben. Weil Leute, die ihre Meinung frei äußern, im Rahmen des Grundgesetzes, als Verfassungsfeind oft bezeichnet werden. Michael halt auch, wie gesagt, da ist in den letzten Jahren ein sehr problematischer Wind. Und wenn man seine Meinung frei äußert, im Rahmen des Grundgesetzes, wird das aktuell schon von Leuten wie da drüben, wird man da ausgeschlossen, da werden Bilder von uns gemacht. Es sind oft Fotografen hier, die machen Bilder von uns, stellen das auf ihre Seiten drauf und schauen, dass wir dann keinen Job kriegen, beziehungsweise, dass die das an die Arbeitgeber weitermachen. Da ist eine riesige soziale Unterdrückung auch aktuell da. Und sobald der politische Islam als das Problem erkannt ist, da bin ich mir absolut sicher, werden viele, viele junge Menschen dazu auch stehen, das auch sagen, weil sie es jetzt nicht trauen. Und das ist allein schon ein Riesenproblem für unsere Demokratie, dass so etwas passiert. Ja, genau richtig, Moritz, genau richtig. Und wir werden gleich auch, du hast es in der Hand, politischer Islam, CSU, machen wir gleich dann. Jetzt kommen wir noch erst auf dieses Buch, das habe ich meinem Freund Ralf Burkhard zum Lesen gegeben. Von einem Ex-Moslem, der hat früher als muslimischer Professor an der höchsten Universität des sunnitischen Islams, der Al-Assa-Universität in Kairo gelehrt, der hat als Professor mit seinen Studenten das Problem der Gewalt diskutiert, weil er hat ein Problem gesehen. Die Gewalt im politischen Islam hat ihn gestört. Und da wurde er verhaftet in Ägypten, weil er sozusagen die Religion kritisiert hat, das ist streng verboten im Islam. Nach seiner Zeit im Gefängnis ist er in die USA ausgewandert, ist Christ geworden. Er hat das Buch geschrieben, Islam und Terrorismus, was der Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des Dschihad lehrt. So, und dieses Buch habe ich meinem Freund Ralf Burkhard zum Lesen gegeben. Er hat es in einer Woche schnell durchgelesen, es ist wirklich für jeden zu empfehlen, der als Neueinsteiger ins Thema kommt. Leicht geschrieben, verständlich erklärt, wirklich ein wunderbarer Einstieg. Dann hat er mir das Buch gegeben, hat gesagt, Michael, ich mache jetzt einen Urlaub in Indien. Das ist für mich so ein Lebenstraum. Urlaub in Indien. Wo ist unser indischer Freund? Ist er noch da? Ja, Urlaub in Indien. Und wenn ich zurückkomme, werden wir im Bayern-Journal-Reportagen über diese Gefahr machen. Dann am letzten Tag seines Urlaubs, es war der 26. November 2008, waren zehn pakistanische Moslems gedrillt in Koranschulen in Pakistan mit genau diesen Tötungsbefehlen. Hier, wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Sie sind verflucht. Wo immer sie angetroffen werden, werden sie ergriffen und allesamt getötet. Bitte mal auf die Seite gehen, dass auch die Zuschauer im Livestream die Plakate sehen können. Also, hier die Begründung für 9-11. Auch ganz wichtig. Der schlimmste Terroranschlag bisher des politischen Islams wurde ausgeführt am 11. September 2001. 9-11. 9-11-01. Deswegen, weil der Vers, Surah 9, Vers 111, für sie die Legitimation ihres terroristischen Massenmords in ihren Hinterlassenschaften wörtlich angegeben wurde. Mohammed Atta und seine Freunde haben diesen Befehl von Allah. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache. Sie töten und werden getötet. Was steckt da dahinter? Allah fordert von Moslems, dass sie für seine Sache kämpfen, töten und getötet werden. Es geht darum, den politischen Islam überall an die Macht zu bringen. Und die Scharia, das islamische Gesetz, überall den Menschen aufzuzwingen. Das ist die totalitäre faschistische Ideologie des politischen Islams. So, und dann, wenn sie selber töten und dabei getötet werden, bekommen sie das Paradies versprochen. Kein Moslem kann sich sicher sein, ob er nach dem Tode ins Paradies kommt. Ausnahme, Dschihadisten, die töten und bei der Ausführung des Tötens selber getötet werden. Die gelten als Märtyrer, die bekommen den direkten Einzug ins Paradies und dazu 72 Jungfrauen, die ihnen jeden Tag zur sexuellen Befriedigung zur Verfügung stehen. Im Koran beschrieben, wörtlich mit schwellenden Brüsten. Gluteugig. Mohammed hat seinen muslimischen Anhängern den Mund wässig gemacht. Er hat sie damit todesverachten in Schlachten geschickt. So nach dem Motto, kämpft furchtlos. Wenn ihr getötet werdet, kein Problem. Ihr kommt ins Paradies, Allah hat eure 72 Jungfrauen. Die haben das geglaubt, das glauben die bis heute. Warum binden sich radikale Moslems, viele radikale Moslems, Sprengstoffgürtel um und jagen sich selber in die Luft. In Kirchen, Marktplätzen, überall. Würde kein normaler Mensch machen. Das machen nur Menschen, die ideologisiert sind von der Vorstellung, dass sie dann Belohnung von Allah bekommen. Er will es so und sie kommen dann ins Paradies. Für ewige Zeiten. Und diese Jungfrauen, das ist auch noch ganz interessant, über Nacht wird die Jungfrauen heute wieder draufgezogen, haben sie am nächsten Tag wieder Jungfrauen. Das glauben die. Hat auch Mohammed Atta geglaubt. Und der war nicht blöd, der war Architekturstudent in Hamburg. Der Professor von ihm, der hat große Stücke auf ihn gehalten. Der hätte so eine Karriere machen können. Was schütteln Sie in den Kopf? Blödsinn, oder? Weiß nicht, worum es geht, aber Blödsinn. Komm doch mal her. Sag doch mal, was Blödsinn ist. Macht er nicht. Einfach nur Blödsinn reden. Senf absondern und weitergehen. Leute, wir haben noch nie ein faktisches Gegenargument gehört. In den 13 Jahren, wo wir diese Kundgebung machen, über 400 an der Zahl, hat noch keiner unsere faktische Aufklärungsarbeit widerlegen können. Ich komme gleich zu Ihnen. Jetzt noch die Geschichte hier zu Ende bringen. Und wer auf Allahs Weg kämpft und dann getötet wird oder siegt, dem werden wir gewaltigen Lohn geben. Die 72 Jungfrauen. Und hier seht ihr alle diese radikalen Moslems. Alle halten den Koran hoch. Alle holen daraus die Legitimation für Töten, für Terror, für Dschihad, ihren heiligen Krieg. Das sind Fakten. Und es wird ausgeführt. Fast jede Woche werden irgendwo grausame Terroranschläge gemacht. Der Planet wird erschüttert vom Terror des politischen Islams. Und da dürfen wir nicht die Augen zumachen, wie die Dame vorhin gesagt hat, sie machen uns Angst. Hey, Leute, wir müssen die Grundlage für Terror beseitigen. Der politische Islam muss verboten werden. Die Scharia muss für ungültig erklärt werden. Sind Sie anderer Meinung? Sind Sie anderer Meinung? Nee, oder doch? Ich komme gleich zu Ihnen. Also, so, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Zehn pakistanische Moslems wurden genau nach diesen vielen Koranbefehlen gedrillt. Hier, tötet die Ungläubigen, wo immer sie findet. Der schlimmste Koranvers, der verhängnisvollste meines Erachtens, Surah 8, Vers 17. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Da wird Moslems auch noch, also radikalen Moslems, die töten, das schlechte Gewissen beim Töten genommen. Weil es ist ja Allah, der durch ihre Hände tötet. Wenn sie Ungläubigen die Köpfe absäbeln, nach dem Koranbefehl. Wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Leute, das muss für ungültig erklärt werden. Sonst geht es mit den Köpfen ewig weiter. Auch in Europa wird schon geköpft. Der Geschichtslehrer Samuel Paty, der im Unterricht die Mohammed-Karikaturen diskutieren wollte, wurde geköpft von einem tschetschenischen radikalen Moslem auf offener Straße. Das wurde von tausenden Moslems bejubelt, auch in Deutschland. Auf Facebook, alles voll. Ja, oh, der tschetschenische Löwe, er hat es dem Ungläubigen gezeigt, der Mohammed beleidigt hat. Leute, das ist der Geist dieses radikalen politischen Slams. Es gibt ganz viele radikale Moslems, die bereit sind zu töten, wenn jemand in ihrer Ansicht den Propheten Mohammed beleidigt. Hatten wir in Paris auch bei Charlie Hebdo. Diese Karikaturenzeitschrift, die haben Karikaturen abgedruckt. Ganz harmlose Karikaturen. Da sind dann zwei radikale Moslems in die Redaktion mit Maschinengewehren, haben elf Zeichner und Redakteure erschossen. So, und jetzt kommt man an einen ganz entscheidenden Punkt. Liebe Polizisten, das geht jetzt an euch. Es war in Paris ein muslimischer Polizist im Jahr 2017. Der hat sich im Laufe der Jahre radikalisiert. Er hat irgendwann mal Polizistinnen und Kolleginnen nicht mehr die Hand gegeben. Das ist das erste Alarmzeichen. Das ist die Geschlechtertrennung des politischen Islams. Alarmzeichen. Dann hat er die Morde an Charlie Hebdo, an den elf Zeichner und Redakteuren, für gut beheißen, weil der Prophet Mohammed beleidigt wurde. Und da hätten die Alarmglocken wirklich schrill läuten müssen. Aber auch in Frankreich ist man ja erstmal tolerant. Ja, mein Gott, Religionsfreiheit und wir wollen doch hier nicht irgendwie Vorurteile haben. Dieser französische moslemische Polizist ging dann eines Tages in die Polizeiwache in Paris und hat mit einem Messer mit einer 30 cm langen Klinge fünf seiner Polizistenkolleginnen von hinten erstochen. Eine davon eine Polizistin. So, und da sagen wir jetzt eines, weil es sind ja hier ein paar Polizisten, die zuhören. Auch wichtig, dass da der Erkenntnisgewinn auch ankommt, weil es geht um das eigene Leben. Wenn ihr Kollegen habt, Moslems, die hier glaubhaft für die Demokratie einstehen, glaubhaft, die unser Land verteidigen, unsere Gesetze, die den politischen Islam ablehnen und die Scharia ablehnen, alles gut. Wenn sie anfangen, Polizistinnen nicht mehr die Hand zu geben, wenn sie anfangen, islamische Terroranschläge für gut zu heißen, dreht ihnen nicht den Rücken zu. Ich weiß, manche unterhalten sich da jetzt lieber, was redet der Stürzenberger da für ein Quatsch, interessiert uns nicht. Wenn es das erste Mal in Deutschland passiert, dann werden vielleicht manche sich daran erinnern, es war vielleicht doch nicht so ganz falsch, was der Stürzenberger und die von BPE gesagt haben. Ich weiß, es sind auch ein paar Soldaten hier anwesend, die zuhören und auch bei der Bundeswehr in Afghanistan gab es schon Anschläge von afghanischen Soldaten, die Bundeswehrsoldaten getötet haben. Wissen auch einige Soldaten, die hier anwesend sind. So, und jetzt die Geschichte nochmal in Mumbai. Mein Chef Ralf Burkai. Ist interessant, jetzt sind die Polizisten abgezogen worden, als ich gerade sie angesprochen habe. Ja, ist interessant. Und dann ist mein Chef Ralf Burkai am letzten Tag seines Indienaufenthalts in Mumbai, er war im Taj Mahal Hotel im sechsten Stock. Da sind radikale Moslems rein und haben Menschen abgeknallt, weil das Taj Mahal Hotel war bekannt, da sind Andersgläubige drin. Amerikaner, Engländer, Franzosen, Deutsche. Und sie waren am Hauptbahnhof und haben da auch Leute abgeknallt. Knapp 200 Menschen wurden getötet. Mein Chef Ralf Burkai kam im Sarg aus Mumbai zurück. Das ist die Geschichte von meinem Freund Ralf Burkai. Und dieses Buch hat er mir kurz vor seinem Tod gegeben. Genau dieses Buch. Besorgt es euch, wenn ihr es noch nicht habt, gebt es auch an Neueinsteiger. Das ist ein Augenöffner. Ja, wunderbar. Ja, so. Eine Sekunde. Gerne. Wird es gleich gefilmt? Ja, ist in Ordnung. Wir müssen nach Afghanistan gehen. Ja, und dann, was machen wir da? Nix, ist passiert. Nichts passiert? Das sind die Taliban. Sind Sie für die Taliban? Sind Sie aus Afghanistan? Ja, ja. Und wollen Sie zurück? Ich würde gerne sein. Sie würde gerne? Ja, ja. Gehen Sie doch dahin. Da ist eine Scharia. Ja, da werden Mädchen nach der sechsten Klasse, werden die nach Hause geschickt. Die dürfen nach der sechsten Klasse nicht mehr die Schule besuchen. Das ist Afghanistan. Das sind die... Da gibt es gutes Essen. Da gibt es gutes Essen. Also okay, Mädchen bis zur sechsten Klasse, nur zur Schule und dann nach Hause. Ich bin Italiener. Italienischer Moslem? Ja. Sind Sie für die Taliban? Nein, aber ich finde, in Afghanistan gibt es gutes Essen. Gutes Essen? Ja, ja. Das ist ja schön. Aber es gibt keine gute Regierung. Ja, da kann man nichts gegen machen. Da kann man schon was gegen machen. Im Iran versuchen gerade die Frauen und hunderttausende Menschen, diese Scharia, diese islamische Republik zu stürzen, eine Demokratie zu errichten. Ist doch lobenswert, oder? Ja, kann man schon sagen. Aber ich muss jetzt weiter. Okay, alles klar. Schönen Tag noch. Alles Gute. Ja. Ja, gerne. Guten Tag. Ich will jetzt etwas sagen als Mutter von vier Kindern. Ich bin selbst nicht betroffen, aber ich weiß von vielen Eltern, dass unsere christlichen Kinder Moscheen besuchen, was überhaupt nicht problematisch ist. Aber dort zwingt man sie auch zu beten wie Moslems. Und wenn sie das nicht machen, sie kriegen Disziplinarmaßnahmen. Ja. Wenn das Kind sagt, nee, ich will nicht, ich bin ein Christ, dann ist er intolerant. Ja. Der kriegt Abzugspunkte. Und sie werden auch in diesen Moscheen indoktriniert. Da kommen dann Imame und erzählen den Kindern, ach wie friedlich der Islam doch ist, ne? Was das für eine schöne Religion ist. Indoktrination. Statt Aufklärung, kritische Aufklärung, wird indoktriniert. Ja. Wer wollte noch was sagen? Sie wollten was sagen, ja. Hallo, ich wollte noch was zur Geschichte sagen, zum Islam und Nazi-Deutschland. Also, wie sie den Plakat hochgehalten hatten, Hitler war ein Fan vom Islam, weil er so kriegerisch war. Aber ich muss sagen, im Kern ist Nazi-Deutschland und Islam in der Ideologie komplett verschieden, sogar gegensätzlich. Im Nazi-Deutschland waren die blonden Arier die Herrenmenschen. Und im Islam sind die Moslemen die Herrenmenschen, die Gläubigen Moslemen. Und die Ungläubigen sind dann die Untermenschen. Und im Islam, sorry, im Nazi-Deutschland sind die Schwarzehörigen die Untermenschen, ja. Und diese Ideologie ist eigentlich gegensätzlich. Hätte Nazi-Deutschland damals gewonnen, dann hätten sie sich mit den Muslimen danach bekriegt in den 70er Jahren. Die hätten dann die Muslime vergast dann, ja. Also, das darf man nicht vergessen. Ich erwähne das ganz bewusst, weil Moslems, wenn man sagt, dass Hitler ein Fan war von dem Islam, ja. Viele Moslems sehen das nicht negativ, sondern die sagen, wow, wir können es ein bisschen bestätigen mit Deutschland. Vor allem auch aus der Türkei vor allem, ja. Und daher will ich es mal auch gesagt haben, ja. Im Kern, in der Ideologie war Nazi-Deutschland zum Islam gegensätzlich, dass das nicht vergessen wird. Ja, es gab Gemeinsamkeiten, es gab Gegensätzliches, ganz klar. Gemeinsamkeiten war die Ideologie des Kampfes, des Terrors, des Tötens. Totalitäre faschistische Ideologien. Zweitens, Bekämpfung des Judentums. Das war eine ganz bindende Klammer. Hass auf Juden ist in beiden Ideologien ganz stark. Was Rassismus anbelangt, das wissen die wenigsten, dass der politische Islam, als er die Welt erobert hat, Rassismus gegen Schwarze geäußert hat. Mohammed hat von Rosinenköpfen gesprochen, abwertend von Schwarzen. Es wurden Schwarzafrikaner versklavt zu Millionen vom politischen Islam. Das wird heute vergessen, es wird nur noch vom Kolonialismus und von der Sklavenhaltung der europäischen und amerikanischen Geschichte erwähnt. Aber nicht die Versklavung des politischen Islams. Wie gesagt, Millionen Afrikaner, Millionen Europäer, weiße Europäerinnen wurden als Sklavinnen heiß begehrt in die arabische Welt verschleppt. Also das war ganz, ganz schlimm. Also Sklavenhaltung übrigens bis heute im politischen Islam erlaubt. In einigen radikal-islamischen Ländern wird es de facto praktiziert. Da werden Gastarbeiter aus anderen Nationen wie Sklaven behandelt. Ganz schlimm. Gut, dass Sie es erwähnen, weil was hinzukommt, der Islam hat das gar nicht aufgearbeitet, das mit den schwarzen Sklaven. Also das erwähnen die erst gar nicht. In Europa, im Westen wird das alles richtig reingedrückt, schlimm gemacht. Aber im Islam, die haben darüber kein Wort erwähnt. Aber wissen Sie was? Das Schlimme ist, dass die Verehrung für Adolf Hitler bis heute in vielen fundamental-islamischen Ländern riesengroß ist. Sogar in der Türkei wird Hitler verehrt. Warum? Weil der Hass auf Juden ist bis heute in ganz vielen islamischen Ländern, in ganz vielen radikal-muslimischen Köpfen da. Merkt ihr auch in Deutschland. Es gibt Demonstrationen, ist alles festgehalten worden mit Videos, kam sogar in der Tagesschau. Radikale Moslems, die in Gelsenkirchen vor die Synagoge gezogen sind und scheiß Juden geplärt haben. Da ist es nicht mehr weit, bis die erste Synagoge brennt. Es wurde gerufen, Juden ins Gas in Frankfurt und Berlin. Es wurde gerufen, wo ist Adolf Hitler. Bei unseren Veranstaltungen, wie gesagt, Adolf Hitler, der einzigste Fehler war, dass er nicht alle Juden vergast hat, türkische Moslem, in unserer Demonstration in Mal. Festgehalten im Video, in Hanau auf dem Freiheitsplatz, eine Muslimin ohne Kopftuch. Hitler war gut, der Holocaust war richtig. Leute, es passiert ständig. So, und hier sehen wir Kafkam. Mein Kampf auf Türkisch. Bestseller in der Türkei. 2010 auf Platz 3 der Bestsellerliste. Wir sehen radikale islamische Terrororganisationen, Hamas und die Spoiler mit Hitlergruß, weil sie Hitler verehren, weil er 6 Millionen Juden vergast hat. Hier, und hier Demonstration in Pakistan, radikale Moslems, Gott segne Hitler. Hier sehen wir die Klammer, Gemeinsamkeiten zwischen Islam, also politischem Islam und Nationalsozialismus, geäußert von einem der damals ranghöchsten Moslems, dem Großmufti von Palästina, Mohammed Amin al-Husseini. Der war auch SS-Gruppenführer. Und Leute, bis heute werden diese Typen verehrt. In Ingolstadt gibt es eine Moschee der bosniakischen Gemeinde, die wurde nach dem Chozo, Imam Chozo benannt. Der war hinter dem Amin al-Husseini, gleich der nächste hier in Deutschland. Der war auch SS-Gruppenführer. Und nach dem wurde die Moschee in Ingolstadt benannt. Chozo-Moschee. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ein Skandal, sondern das Gleiche. Stell euch mal vor, es würde in Deutschland eine Kirche nach einem SS-Gruppenführer benannt. Wäre ein Riesenskandal. Sondersendungen rund um die Uhr, Rücktrittsforderungen in der katholischen Kirche. Wenn es eine Moschee ist, schweigen im Walde. Keine einzige Zeitung hat darüber berichtet. Die schweigen des Todes. Warum? Sie wollen nicht, dass hier sozusagen antimuslimische Gefühle aufkommen, dass hier eine Muslimfeindlichkeit kommt. Totschweigen. Totschweigen ist das Motto. Alles, alles verschweigen. Und das ist richtig gefährlich. Er hat gesagt, in vielen Bereichen laufen die Ideale des Islams und des Nationalsozialismus parallel. Einheit der Führung. Ja, da haben wir die Bilder. Einheit der Führung. Im Nationalsozialismus der große Führer Adolf Hitler. Schon beinahe gottgleich angesehen. Im politischen Islam Mohammed. Der Prophet. Alles, was er gesagt hat, ist richtig. Nach der Auffassung des politischen Islams. Alles, was er gemacht hat. Und er ist Vorbild für alle Moslems. Dann. Ordnende Macht. Gehorsam. Disziplin. Du darfst im politischen Islam nichts kritisieren. Der Koran ist Allahs Wort. Es ist verboten, irgendetwas davon in Zweifel zu ziehen. Eine totalitäre faschistische Ideologie. Keine Kritik erlaubt. Jeder Befehl von Allah ist zeitlos gültig. Und wird eben auch von vielen, vielen radikalen Moslems umgesetzt. Das geht von so Dingen wie Kopftuch tragen. Kein Schweinefleisch essen. Blut ist unrein. Deswegen werden Tiere bei lebendigem Leibe geschächtet. Bluten grausam aus. Minuten lang. Das ist Tierquälerei. Und wir sagen, Freunde. Es darf kein religiöses Gesetz über unseren Gesetzen stehen. Der Tierschutz steht über religiösen Gesetzen. Deswegen sind wir für das Verbot des Schächtens. Nächster Punkt. Beschneidung. Muslimische Männer werden alle, also Jungs werden beschnitten. Im Alter von sechs, fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Und wir fordern. Im Grundgesetz ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wir fordern. Und das gilt für alle Religionsgemeinschaften. Auch die jüdische. Wir haben sehr viel Sympathie mit dem Judentum. Wir sind solidarisch mit den bedrohten Juden hier. Wir sind solidarisch mit dem Staat Israel. Aber auch für die jüdische Religion gilt. Unsere Gesetze haben Vorrang. Wir fordern, dass die Beschneidung erst ab der Volljährigkeit erlaubt wird. Und dann können erwachsene Menschen selber entscheiden. Kinder können das nicht. So. Und dann können sie entscheiden, ob sie sich die Vorhaut wegschneiden lassen wollen. Wir sagen, die Evolution hat sich was gedacht bei der Entwicklung des Menschen. Die Vorhaut hat einen Zweck. Sie schützt die Eichel. Und die schneidet man nicht einfach weg. Und vor allem nicht bei Kindern. Also, Erwachsene sollen dann entscheiden, ob sie sich beschneiden lassen wollen. Das Nächste. Die Beschneidung der Frau. Wisst ihr, dass in Deutschland 68.000 muslimische Mädchen und junge Frauen beschnitten sind? In 68.000 Frauenärztinnen und Frauenärzte schlagen Alarm. So. Wisst ihr, dass die Beschneidung der Frau im Islam legitimiert ist? Die Beschneidung gab es schon vorher. Im Islam. Äh, in Arabien. Und dann, als dann der Islam daherkam mit Mohammed, hat eine Beschneiderin den Mohammed gefragt, dürfen wir das weitermachen? Und dann hat Mohammed gesagt, schneidet, aber schneidet nicht zu viel. Er hat es legitimiert. Könnt ihr nachschauen auch. Auf Wikipedia steht es, Beschneidung der Frau im Islam. Alle vier sunnitischen Rechtsschulen, die maßgeblich sind für die Gesetze, befürworten die Beschneidung der Frau. Millionen Frauen in Afrika sind beschnitten. Millionen Frauen in Ägypten sogar. Da machen viele von uns Urlaub. Ja. Es ist ein riesengroßes Problem. Da ist eine davon, Ayan Hirsi Ali. Ayan Hirsi Ali, eine somalische Ex-Muslimin, die war auch Abgeordnete im holländischen Parlament, beschnitten. Leute, das ist grausam. Die Klitoris wegschneiden, das ist ein empfindliches Organ. Warum macht man das? Damit Frauen nicht mehr so viel Lust empfinden, dass die Gefahr nicht mehr so groß ist, dass sie fremdgehen, weil nach dem Verständnis des politischen Islams soll die Frau bei ihrem Mann sein und hauptsächlich Kinder gebären. Im Koran steht, die Frauen sind euer Saatfeld. Geht auf euer Saatfeld so oft, wie ihr wollt. Frauen müssen sexuell zu Willen sein. Nächster Punkt. Frauen müssen gehorchen. Wenn sie nicht gehorchen, sollen sie geschlagen werden. Das ist ein Wahnsinn. Und das muss weg. Frauen müssen befreit werden, muslimische Frauen, von dieser Frauenunterdrückung des politischen Islams. Ganz, ganz wichtig. So, diese Geschichte von Ayan Hirsi Ali ist sehr bemerkenswert. Die hat mit dem holländischen Filmemacher Theo van Gogh einen Film gemacht. Submission. Unterwerfung. Und zwar die Unterwerfung der Frau in der Scharia unter den Mann. Da haben sie einer muslimischen Frau Koranverse auf die Haut draufgeschrieben und sie hat so ein neglischee getragen, so ein schwarzes neglischee, konnte man die Haut durchschimmern sehen. Und da hat die Ayan Hirsi Ali dem Theo van Gogh gesagt, der Film ist gefährlich. Da werden radikale Moslems zornig werden. Setze deinen Namen besser nicht ins Impressum dieses Filmes. So, Theo van Gogh hat gesagt, hey, wir leben in Holland. Tolerante Gesellschaft. Da sind auch Moslems tolerant, hier heiraten auch Homosexuelle kein Problem. Ein tödlicher Fehler. Theo van Gogh war eines Morgens mit seinem Fahrrad in Amsterdam auf dem Weg zu seinem Filmstudio. Dann kam ein radikaler Moslem, marokkanisch stämmig, aber in Amsterdam geboren und aufgewachsen. Er hat ihm vom Fahrrad geschossen, dann lag Theo van Gogh am Boden. Und er hat ihn angefläht. Hey, was willst du? Wir können doch reden miteinander. Lass uns reden. Und der Moslem hat ihn erstochen. Er hat auch noch versucht, ihm den Kopf abzuschneiden. Und dann hat er noch Koranverse in seinen Körper reingerammt. Genau diese Verse tötet die Ungläubigen, wo immer er sie findet. Ja, wer den Propheten Mohammed beleidigt, der wird getötet. Und auch eine Morddrohung an Ayan Hirsi Ali. Leute, das passiert mitten in Europa, in unserem Nachbarland, Niederlande. Wir von der Bürgerbewegung Pax Europa sind jedes Jahr am Todestag, das wird jetzt nächste Woche sein, am 5. November war es, wurde er getötet. Sind wir immer nach Holland gefahren, nach Amsterdam. Und da bei der Gedenkstätte haben wir einen Kranz niedergelegt und Blumen. Theo van Gogh starb für die Aufklärung über den politischen Islam, über die Frauenunterdrückung. Leute, ein Applaus für Theo van Gogh, er hat das Leben für uns alle gegeben. Und wir müssen alle dafür eintreten, dass es keine weiteren Todesopfer mehr gibt. Wir wollen das Leben der Menschen beschützen. Wir wollen das Leben von Homosexuellen beschützen. In Dresden letztes Jahr war ein homosexuelles Paar aus Köln, ein 53-Jähriger und ein 54-Jähriger. Sie sind Hand in Hand durch Dresden gelaufen. Friedlich haben sie die Stadt anschauen wollen. Sie haben keine Ahnung gehabt, dass hinter ihnen eine tödliche Gefahr kommt. Ein radikaler syrischer Moslem. Flüchtling. Mit dem Messer. Bam, bam, bam. Erstochen, den einen tot. Seinen Freund, bam, bam, bam. Lebensgefährlich verletzt. Der hat knapp überlebt. Das ist der Hass auf Homosexuelle im politischen Islam. Wir haben das hier auch auf einem Plakat. Homosexuelle vor dem politischen Islam schützen. Es wird als Abscheulichkeit, wird es hingestellt als ein Verbrechen. In den Hadisen steht die Strafe für Homosexuelle. Sie sollen von hohen Bergen runtergeschmissen werden. Haben sie im islamischen Staat umgesetzt. Haben sie von Hochhäusern runtergeschmissen. Die sind am Boden, zerplatzt, tot. Hunderte wurden umgebracht. In der Islamischen Republik Iran wurden 4000 Homosexuelle bisher hingerichtet. An Baukrälen hängen die die auf. Du, und das ist die Islamische Republik Iran, denen unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 40-jährigen Jubiläum des Bestehens dieses Horrorregimes gratuliert hat im Namen des deutschen Volkes. Oh, jetzt ist es spannend. Respekt statt Rassismus. Sind wir rassistisch? Kommt mal alle ausländischen Bürger her. Hier haben wir einen Bürger aus Indien. Seite an Seite. Wir sind das Gegenteil von Rassisten. Denn der politische Islam ist keine Rasse. Folglich kann Kritik am politischen Islam kein Rassismus sein. Es ist eine politische Ideologie. So, und wir stimmen mit Ihnen überein. Geburtsort, Erde, Mensch, Freiheit, Liebe. Alles in Ordnung. Im politischen Islam sind die Menschen nicht gleichwertig. Ganz wichtiger Punkt. Kennen Sie Raif Badawi? Ein modern eingestellter Moslem. Der hat in Saudi-Arabien, hat er auf seinem Internetblog geschrieben, für mich sind alle Menschen gleich. Juden, Christen, Muslime, gleichwertige Menschen. Wissen Sie, was mit dem nach der Scharia in Saudi-Arabien passiert ist? Der Fall ist international bekannt. Amnesty International hat aufmerksam gemacht. Wissen Sie, was mit dem passiert ist? Zehn Jahre Haft und tausend Peitschniebe. Das ist die Scharia. Wissen Sie, dass in Moscheen kein Jude, kein Christ rein darf? Dass Männer da vorne beten und die Frauen entweder im Extraraum sind oder auf der Empore hinten. Frauenunterdrückung und Rassismus gegen andere Religionen. Wissen Sie, dass im Koran Juden als Affen und Schweine diffamiert werden? Wissen Sie, dass Juden und Christen als schlechteste Geschöpfe bezeichnet werden, die in die Hölle kommen? Und dagegen wehren wir uns. Wir sind genauso, wie Sie, ja komm, jetzt macht er Quark Quark. Es ist so. Leute, wir sind doch eurer Meinung. Alle Menschen sind gleich. Willst du was sagen oder nur Quark Quark? Na gut, wir geben euch die Möglichkeit, was zu sagen. Also, Rassismus, Fehlanzeige. Wir sind nicht islamfeindlich, wir sind kritisch zum politischen Islam. Wo ist Antisemitismus, Judenhass im politischen Islam? Also, sie wollen nur ihre Schilder hochhalten, sind nicht in der Lage, argumentativ. Oder wolltest du was sagen? Also, wenn er nichts sagen kann, dann zeigt er seine argumentative Hilflosigkeit. Also, Fremdenhass ist Quatsch. Also, wo sind wir als Ausländer? Kommt mal alle Ausländer her. Kommt mal alle Ausländer her, die hier sind. Alle mit migrantischen Wurzeln. Die sagen hier, wir werden fremdenhassend. Kommt mal alle her. Hier sind viele Menschen mit migrantischen Wurzeln. Wir sind international. Kosovo, Indien. Was haben wir noch alles? Welche Wurzeln? Iran. Ja. Kosovo. Kosovo. Was haben wir noch alles? Hier sind mehr Ausländer als bei euch. Wir sind international. Die ganze Welt, die klar denkende Welt, ist gegen den politischen Islam. Der politische Islam vergewaltigt ganze Völker. Was sagen Sie dazu, was in der Islamischen Republik Iran mit den Frauen passiert? Wollen Sie was sagen dazu? Nein, nichts sagen. Miteinander Mensch sein. Herz. Ja, ich habe kein Corona. Ich bin nicht aussätzig. Ich bin ein Mensch wie Sie. Möchten nicht. Nur Schilder hochhalten. Wir sind für Sie miteinander Mensch. Wir sind alle hier miteinander Migranten. Ja, viele. Ja, wir haben hier einen halben türkischstämmigen. Ja, wir haben ganz viele Migranten hier. Merkt, die Schilder sind gegen uns gerichtet falsch. Wir sind bei euch. Menschen aller Nationen sollen sich verbrüdern. Ja, klar. Das ist unsere feste Überzeugung. Ihr könnt euch ja damit mal an eine Moschee stellen und einfach mal sagen, hier, was haltet ihr denn von Gleichheit zwischen Gläubigen und Ungläubigen? Antisemitismus. Ja, Antisemitismus. Sagt mal was pro Israel vor einer Moschee. Die Einzige, die mit auch den Islam reformieren will, ist Seran Atec in Berlin. Die versucht, den Islam da zu modernisieren. Die hat Mordaufrufe. Die hat Mordsanschläge auch hinter sich. Die Frau lebt unter Lebensgefahr, wie viele andere, die den politischen Islam reformieren wollen, dass das eine säkularisierte Religion ist. Es gibt sehr viele Bestrebungen, dass er reformiert wird. Wir wollen ja auch, dass wir miteinander friedlich stehen. Da sagen wir ja auch überhaupt nichts gegen. Aber wenn ihr hier mit eurem Gratismut hier steht, dann macht das doch mal bei denen, wo es problematisch ist. Geht an die Moschee in München, die nachdem Hussein Josef benannt wurde, nach dem SS-Sturmbandführer. Geht doch mal dahin, wo es wirklich wichtig ist. Statt hier, weil hier steht ihr wirklich an der falschen Adresse. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass ihr für Menschenrechte seid. Dafür stehen wir ja alle hier auch. Also mir fällt jetzt keiner von uns ein, der nicht für Menschenrechte steht. Sieh schon in den Kopf, warum denn? Ich meine, wir müssen uns doch normal miteinander unterhalten können. Ich weiß, Sie wollen ein Statement setzen. Sie wollen mich hier wegschicken, ja. Aber setzen Sie doch mal ein Statement, in dem Sie etwas dazu sagen und nicht einfach nur stumpf Ihre Plakate hochhalten, weil ohne Quatsch, dann sind Sie nicht besser als die da drüben, die uns zuplärren und nichts dazu sagen. Also man muss doch miteinander reden können. Wenn man eine Meinung hat, dann muss man die auch sagen. Und wir haben ja schon widerlegt, dass das hier nicht gegen uns gilt. Das gilt nicht gegen uns. Ihr seid ja an der falschen Adresse. Also, wie gesagt, wir haben sehr viele Migranten bei uns. Wir haben viele Migranten bei uns. Wir haben einen nigerianischen Christen, der bei uns ist, der Sami. Und der steht auch für uns. Der sagt auch, dass im Koran drin steht, dass schwarze Menschen weniger wert sind, weil Mohammed hat gesagt, ihre Köpfen sind wie Rosinen. Da kommt Rassismus vor. Da könnt ihr euch gerne gegenstellen und nicht gegen uns, weil wir sagen überhaupt nichts gegen andere Menschen. Wir sind gegen eine politische Ideologie und damit kann man doch arbeiten. Ich meine, ihr könnt uns nichts Haltbares doch entgegenhalten. Ihr wollt auch gar nichts zu sagen. Also Freunde, wir haben jetzt hier einige Moslems. Wir haben nichts gegen euch, Freunde. Sie sagen, sie lehnen auch Gewalt ab. Gut so. Gut so. Ganz viele Moslems wollen mit Gewalt nichts zu tun haben. Nichts mit Töten, nichts mit Hass auf Homosexuelle, nichts mit Hass auf Juden. Alles gut. Ihr habt vielleicht christliche Freunde. Alles gut. Im Koran steht aber, nehmt keine Juden und Christen zu Freunden. Doch, da steht Zure 5, Vers 51. Ja, da steht... Ja, das ist doch alles gut. Du Hurensohn. Er ist kein Jude. Ja, ja, das stimmt. Komm, erzählt uns kein Zeugs. Aber Leute, hey, wir wollen euer... Hallo, Servus. Wir wollen euer Verständnis erreichen. Ja, pass auf. Lernt, den Koran mal kritisch zu lesen und das, was da drin steht, kritisch anzuschauen. Wir haben den original arabischen Koran aus Saudi-Arabien. Arabisch rechts, links die legitimierte deutsche Übersetzung vom Ministerium für Islamische Angelegenheit in Medina. Ja, Arabisch kannst du übersetzen, wie jede andere Sprache auch. Arabisch ist ganz einfach. Von der Grammatik viel einfacher als das Deutsche. Bitte. Im Islam ist es verboten, Frauen zu unterdrücken. Ist es Ihr Wunsch? Im Koran steht, Zure 4, Vers 34. Die Frauen, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Leute, er hat gesagt, im Islam ist es verboten, Frauen zu unterdrücken. Hier, Gegenbeweis. Der bekannte Prügelvers. Nein, wir halten nicht unser Maul. Sie wollen mir befehlen, ob ich was zu sagen habe? Leute, Zure 4, Vers 34. Also, er hat gesagt vorhin, gerade eben, im Islam ist es verboten, Frauen zu unterdrücken. Also, die Männer sind den Weibern überlegen, wegen dessen, was Allah den einen vor den anderen gegeben hat und weil sie von ihrem Geld für die Weiber auslegen. Also, Männer sind den Weibern überlegen und sie arbeiten, verdienen Geld. Frauen sind zu Hause, kümmern sich um den Haushalt und die Kinder. Die rechtschaffenden Frauen sind gehorsam. Sie sollen den Männern gehorchen und sorgsam in der Abwesenheit ihrer Garten, wie Allah für sie sorgte. Diejenigen aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, ermahnt sie, meidet sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Da wird befohlen, den Männern, wenn sie nur befürchten, dass die Frauen widerspenstig sind, dass sie geschlagen werden sollen. Ja, Friedhof. Also, Leute, es ist ein Frauenbild aus dem 7. Jahrhundert. Frauen sollen den Männern sexuell zu Willen sein. Suchet 2, Vers 223. Die Frauen sind euer Saatfeld, bestellt es, wann immer ihr wollt. Frauen erben nur die Hälfte im Vergleich zu Männern. Also, eine Tochter erbt nur die Hälfte im Vergleich zu ihrem Bruder. Ist übrigens in der Islamischen Republik Iran in der Scharia genauso festgeschrieben. Ebenso wie eine Frau nur die halbe Zeugenaussagekraft vor Gericht hat. Zwei Frauen können nur die Aussage eines Mannes entkräften. Ist in der Gesetzgebung der Islamischen Republik Iran genau so festgehalten. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles los ist. Das ist der politische Islam. So, und da müssen wir drüber reden. Frauen werden nicht geschlagen. Frauen müssen auch nicht gehorsam sein. Wir haben in Deutschland und der ganzen europäischen, modernen und der gesamten westlichen freien Welt, haben wir Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mann und Frau auf Augenhöhe. Da wird diskutiert. Und das bessere Argument setzt sich durch. Und das kann natürlich auch das bessere Argument der Frau sein. Im Koran steht, die Frauen sind gehorsam. Der Mann befiehlt. Und wenn sie nicht gehorcht, soll sie geschlagen werden. Das ist ein Befehl Allahs. Bitte? Was redest du? Du musst zuschauen. Der Koran sagt das. Der Koran. Wir haben es doch eben gezeigt. Das ist der Koran hier. Du. Wir haben den Original Koran aus Saudi-Arabien. Holt mal bitte her. Chris. Das ist der Koran. Wir haben jetzt den Original arabischen Koran aus Saudi-Arabien. Aus dem heiligsten Land des Islams. Zweisprachig. Rechts, arabisch, links. Die legitimierte deutsche Übersetzung. Leute, ihr kommt nicht weiter damit, wenn ihr sagt, es steht nicht im Koran. Du pass mal auf. Du sagst mir nicht, dass ich den Mund halten soll. Du merkst ja was? Der Moslem sagt mir, halt den Mund. Also das ist in einem islamischen Land mit Scharia wäre das so. Da würde mir ein Moslem sagen, halt den Mund. Und wenn ich ihn nicht halten würde, dann würde ich wahrscheinlich abgeführt werden, ins Gefängnis kommen. Oder gleich an Ort und Stelle massakriert. Die finden das wahrscheinlich alles lustig, aber das ist gar nicht mehr so lustig. Die Lage ist ernst. Und wir müssen denen erstmal zeigen und sagen, was Demokratie heißt. Und wir berufen uns auf das Grundgesetz. Und wer die freiheitliche, demokratische Grundordnung stört oder stürzen will, haben alle Deutschen das Recht, sich dagegen zur Wehr zu setzen und Widerstand zu leisten. Wir leisten hier Widerstand. Wir sagen unsere Meinung. Und das soll jeder Deutsche, der hier lebt und das Grundgesetz schützt, sagen. Richtig. Das ist die richtige Einstellung. Du, das ist ein deutscher Staatsbürger indischer Herkunft. Du, von solchen Patrioten. Da würde ich einen von denen gegen tausend linksgrüne Spinner eintauschen, die da hinten stehen und die Nazis rausplärren, bei der deutschen Nationalhymne pfeifen und sagen hier, Deutschland verrecke und sowas, Bomber Harris, do it again. Die könnten gerne wirklich für jeden einen von denen tausend von denen austauschen. Wirklich, ganz ehrlich. Applaus. Das sind deutsche Staatsbürger mit dem Herz am richtigen Fleck, mit dem Verfassungspatriotismus. Und sie lieben das Land, in dem sie leben, weil Deutschland allen Menschen, die hier sind, alle Rechte gewährt. Wer hier fleißig ist, wer sich einbringt, kann alles machen. Ja, also. Und du hast hier alle Rechte. Du hast hier alle Rechte. Ich bin Moslem. Ja, das ist ja gut so. Aber lernt doch mal kritisch das Ganze anzuschauen. Wenn wir euch diese Koranverse zeigen. Ich schlag nicht meine Mutte. Ich schlag nicht meine Mutte. Nein, das sagen wir nicht. Aber es steht im Koran. Hör mir doch bitte zu. Hör doch mal zu. Es steht im Koran. Wo ist er? 4,34. Leute, weißt du, es nützt nichts, wenn... Für das Frauenschlagen. Ich habe keine Frau gesehen, die wie die gläubigen Frauen so sehr leiden. Schau, ihre Haut ist grüner als ihre Kleider, sagt Aisha. Und Aisha wurde selber von Mohammed geschlagen. Und Mohammed hat sie geheiratet, als sie sechs Jahre alt war. Ein 54-Jähriger. Und die Ehe vollzogen, als sie neun Jahre alt war. Leute, Leute, Leute. So. Sure 4, Vers 34. Hier. Also. Das ist der Koran aus Saudi-Arabien, dem heiligsten Land des Islams. Rausgegeben vom Ministerium für islamische Angelegenheiten in Medina. Jetzt darf ich den Koran immer halten. Das sagen sie uns immer. Jedes Mal. Also, halten wir mal bitte. Hier. Hier arabisch, hier auf Deutsch. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen, wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sind die rechtsstaaten Frauen demütig ergeben und hüten das Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. So, Leute. Jetzt fragen wir euch. Wollen wir das nicht für ungültig erklären? Schlagt sie. Wir sagen einfach, das ist im siebten Jahrhundert entstanden. Das wollen wir jetzt nicht mehr. Also, macht mit bei der Modernisierung. Wieso entschuldigen? Für was entschuldigen? Hey, Leute. Wir wollen hier ernsthaft diskutieren. Hier ist eine Ex-Muslimin. Sie hat den Islam studiert, als er ausgestiegen ist. Was hast du zu sagen? Ja, ich könnte euch auch mal sagen, die Moral Mohammeds, wo keine Moral ist. Nämlich gar keine Null. Gar keine moralische irgendwas, was normal ist. Zum Beispiel hat er die Frau seines eigenen Adoptivsohnes geheiratet unter Zwang. Er hat seinen Adoptivsohn gezwungen, dass er seine Frau heiratet. So, sehr in der Pistie, glaube ich. Seine Eltern selbst waren Atheisten. Schwarze. Hallo, ich rede mit euch. Ich rede nicht mit der Wand. Hör mal zu, bitte. Red einfach weiter. Ja. Wenn die nicht zuhören, ist das doof. Ja, ist jetzt gerade Stress. So, okay. Red einfach weiter. Einfach weiter. Ähm, die Afrikaner betitelte Mohammed, für die alle da hinten, die sagen, wir wären Nazis. Äh, Mohammed hat die Schwarzen als Rosinenköpfe betitelt, ja. So, er war ein falscher Prophet, wo er von einer Jüdin vergiftet worden ist. Aisha war ein Kind von sechs Jahren, die hat er geheiratet und mit neun hat er die Ehe vollzogen. Das ist erlaubte Pädophilie im Islam, im politischen Islam. So. Ähm, dass Muslime überhaupt vier Frauen heiraten dürfen, ist auch sehr, sehr unmoralisch. Das ist wie ein Swinger-Club in eigener Reihe. So. Ekelhaft. Ganz ehrlich. Es ist ekelhaft. Ja, genau. So. Ähm, er war Kriegsführer. Er hat Krieg geführt, er hat Menschen abgeschlachtet, etliche Völker. Er zog in irgendwelche Länder rein, hat alle ausgeraubt und, hallo, bitte, ganz kurz. So. Ähm, also er war Kriegsführer, er hat etliche Völker ausgeraubt und ermordet. Jüdische kleine Kinder hat er in Scharen Köpfe lassen, sobald sie Schamhaare bekommen haben. So. Hitler war der beste Freund eines Islams. Oh ja, Geschichte lese, rede ich. Geschichte. Historie. Hey, was denn? Was? Ist da? 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 So, sie hat vollkommen recht. Hitler war ein Fan des politischen Islams. Er hat den Islam als tolle Religion befürwortet. Zeigen wir euch das wörtliche Zitat. Der Prophet Mohammed hat 74 Kriegszüge angeführt, er hat ganz Saudi-Arabien islamisiert, er hat Karawanen überfallen, von der Beute hat er seinen islamischen Staat finanziert, er hat 800 gefangene Juden köpfen lassen in Medina. So, und das hat Adolf Hitler über den Islam gesagt. Die Mohammedanische Religion wäre uns viel geeigneter als ausgerechnet das Christentum in seiner schlappen Duldsamkeit. Der Islam lehrt, den Glauben mit dem Schwert zu verbreiten und alle Völker diesem Glauben zu unterjochen. Diese Lehre der Belohnung des Heldentums, der Kämpfer allein hat den siebten Himmel, die Germanen hätten die Welt damit erobert, nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden. Also, Adolf Hitler, wir halten fest, war kein Christ, er war Atheist, aber er hat den Islam gut gefunden, den politischen Islam, weil da eben das Soldatentum, der Kampf favorisiert wird, der todesverachtende Kampf und er hat festgestellt, die Germanen hätten mit dieser Religion die Welt erobert. Das ist festgehalten, in Hitlers Tischgesprächen dokumentiert, in den Jahren 1941 bis 1944. Das ist keine Lüge. Jetzt werden sie wahrscheinlich gerade wieder fragen, warst du dabei? Das kommt immer, ja, warst du dabei? Und ich wollte noch was sagen zu diesen Pädophilen, es gibt auch eine Suche 65 Vers 4, da wird es die Pädophilie im Islam erlaubt, also, wenn das Kind keine Menstruation hat, drei Monate, dann darf man sie heiraten. Und übrigens, als Mohammed 63 Jahre alt war, hat er ein Auge geworfen auf ein ein Jahr altes Baby. Und wenn ich noch, wenn sie erwachsen wird, also sechs, sieben Jahre, dann werde ich sie heiraten. Aber zum Glück wurde es erspart, weil Mohammed ist davor gestorben. Also mal so nebenbei, es ist auch erlaubt, mit einem Baby Schenkelsex zu betreiben im Islam. Man darf das Glied an den Beinen vom Kind reiben, bis man kommt. Das ist im Islam erlaubt. Im politischen Islam, ja. Der Ayatollah Khomeini hat es auch bestätigt. Leute, es gibt echt extrem viel schlimme Dinge. Und das Verhängnisvolle ist, dass das Leben und das Handeln des Propheten Mohammed vorbildlich ist für alle Mosle. Er gilt als der perfekte Mensch. Und das, was er gemacht hat, ist Bestandteil der Scharia. In vielen islamischen Ländern werden Mädchen verheiratet, sobald sie die Menstruation haben. Aisha hatte die Menstruation mit neun Jahren, ihr müsst euch mal vorstellen, also ein 54-Jähriger, also ich bin jetzt 58, wenn ich mir vorstelle, ein sechsjähriges Mädchen heiraten und die hat mit Puppen gespielt, das ist alles festgehalten. Und mit neun Jahren, als sie die Menstruation hatte, hat er die Ehe vollzogen mit einem Kind. Also da schüttelt es mich. Und das wird leider Gottes in einigen fundamentalen islamischen Ländern auch umgesetzt. Sobald Mädchen die Menstruation haben, dürfen sie verheiratet werden. Passiert in vielen Ländern. Im Jemen ist es passiert vor ein paar Jahren, da hat ein 14-jähriges Mädchen, die ist in der Hochzeitsnacht verblutet, weil es ihr die Scheide zerrissen hat. Ist doch klar, ein 14-jähriges Mädchen, das sollte noch keinen Sex haben. Und es passiert teilweise mit noch jüngeren Mädchen. Leute, das muss aufhören. Da gibt es keine zwei Meinungen. Also, hey. Bravo. Bravo. Wir wollen die Völker dieses Planeten befreien. Die armen Frauen, die unterdrückt werden. Unser Herz blutet bei den hunderttausenden Frauen, die jetzt im Iran auf den Straßen sind und für ihre Freiheit kämpfen. Die werden umgemacht. Bisher 250 von den Frauen und Männern, die da auf die Straße gehen, wurden getötet. Tausende ins Gefängnis geworfen. Das ist der politische Islam. Das ist die Scharia, das Gesetz des politischen Islams. So, was wollen Sie sagen? Nichts. Wenn man was redet, ist so ein Piech. Ihr könnt was sagen, Jungs. Hey Leute, wir haben nichts gegen euch. Okay? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Nein, wir haben nichts gegen euch. Leute, wir wollen, dass ihr euch das Kritische anschaut. Ihr könnt ja an Allah glauben. Leben nach dem Tode, Paradies, alles gut. Aber der politische Islam, der hat Gesetze. Und die Gesetze gelten zum Beispiel jetzt im Iran. Sehen Sie, was im Iran abläuft? Reingold. Ist es gut oder schlecht? Keine Äußerung. Keine Äußerung, ja. Leute, wir wollen mit allen reden. Will jemand von euch was sagen? Ne? Ja, also, jetzt sagen wir euch mal, nicht, dass ihr glaubt, dass das alles irgendwie nur von uns kommt. Der politische Islam wurde von der staatstragenden Partei in Bayern, der CSU, in einem Leitantrag zu ihrem Parteitag 2016 dokumentiert. Leute, die CSU ist die Partei, bei der ich früher auch mal war. Ich war Pressesprecher in München. Ich habe zehn Jahre lang versucht, Kritik am politischen Islam dort hoffähig zu machen. Ich bin damals gegen Wände gelaufen. 2010 bin ich ausgetreten, 2016 haben sie erkannt, dass das, was ich gesagt habe, richtig ist. Ich zitiere, der politische Islam ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Die größte Herausforderung unserer Zeit. Größer als Rechtsextremismus, Linksextremismus und sonstige Sachen. In den letzten Jahrzehnten hat keine andere ideologische Bewegung weltweit so viel Gewalt, Zerstörung und Destabilisierung hervorgebracht wie der politische Islam. Terrorismus, Bürgerkriege, zerfallende Staaten und kulturelle Konflikte gehören zu seiner schrecklichen Bilanz. Auch in Europa spüren wir die Auswirkungen unmittelbar. Europa ist das Ziel von Migrationswellen, ungekannten Ausmaßes, von islamistischen Terrorattacken und von schärfer werdenden kulturellen Diskrepanzen. Der politische Islam speist sich aus religiösem Fundamentalismus und politischem Extremismus. Er propagiert einen allumfassenden Geltungsanspruch des islamischen Rechts in einer totalitären Auslegung für alle Bereiche von Staat, Recht und Gesellschaft. Der politische Islam versucht mit allen Mitteln und in letzter Konsequenz auch mit Gewalt eine allein religiös legitimierte Gesellschaft und Staatsordnung durchzusetzen. Freunde, letzte Woche war man, nee, vorletzte Woche war man in Berlin. Da war ein ehrlicher Moslem. Habt ihr das Video gesehen? Hat schon 20.000 Zuschauer. Der hat gesagt, wir werden, sobald wir in der Mehrheit sind, werden wir aus Deutschland einen islamischen Staat machen. Wir werden die Scharia als Gesetzgebung durchführen und die Deutschen werden eingeladen, es anzunehmen. Wenn sie sich widersetzen, dann wenden wir Gewalt an. Bis zum Töten. Das ist eins zu eins die Ideologie des politischen Islams. Es wird kommen, Freunde. Sogar der Vorsitzende des Zentralrats der Moslems in Deutschland, Nadem Elias, der war bis 2006 der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Das ist die größte islamische Organisation, die sind auch beim Innenministerium zu Konferenzen eingeladen. Der hat gesagt, der säkulare Rechtsstaat gilt nur so lange, wie Muslime in der Minderheit sind. Leute, das ist eine klare Ansage. Sobald sie in der Mehrheit sind, werden sie es versuchen. Ob sie es schaffen, bleibt dahingestellt. Aber es wird Terror geben. Es wird gewaltige Zerwürfnisse geben. Wie die CSU sagt, Bürgerkriege. Leute, das christliche Libanon muss uns ein wahnendes Beispiel sein. Im Libanon, 50er, 60er Jahre, blühendes christliches Land. Galt als die Schweiz des Nahen Ostens. Christlich, auf Bildung orientiert, gute Wirtschaft. Bingo. Dann haben sie den Fehler gemacht, aus christlicher Nächstenliebe palästinensisch-moslemische Flüchtlinge ins Land zu lassen. Bekommen haben sie Terror, 15 Jahre Bürgerkrieg mit den radikalen Moslems und die Terrororganisation Hisbollah. Jetzt sind sie ein Land im wirtschaftlichen Niedergang, hohe Inflation. Das Land ist auf gut Deutsch im Arsch. So, und das muss uns Warnung sein. Leute, 20, 30, 40 Jahre in der Zukunft wird es bei uns genauso sein, weil es die radikale Ideologie des Polis und Islams fordert. Wir haben ja Gott sei Dank hier ein Grundgesetz. Das Grundgesetz schützt uns aber nicht. Weil die Polizei, was meint ihr, was los ist, wenn Hunderttausende hier Bürgerkrieg machen? Leute, da brauchen wir die Bundeswehr im Inneren. Da wird es hier, gab es in Frankreich schon, da hatten wir marodierende Ausschreitungen in den Bonlieus. Da waren tausende radikale junge Moslems, die mussten das Militär im Inneren einsetzen. Da haben ganze Stadtviertel gebrannt. Es wird kommen, ob sie dann siegreich werden, das bleibt dahingestellt. Aber wir werden zerfallende Situationen haben. Wir werden ganze Stadtteile haben, die in bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wenn die in Schutt und Asche fallen. Es wird kommen, weil es die Ideologie verlangt. Und die Radikalen werden dazu aufhetzen. Und da werden sich viele aufhetzen lassen. Wir haben tausende Radikale, von denen allein schon 700 namentlich bekannt sind, als diejenigen, die jederzeit bereit sind, einen Anschlag durchzuführen. 700 radikale Moslems. Das ist eine Armee, Freunde. Wir hatten damals die RAF, wenn ihr euch erinnern könnt, die Rote Armee Fraktion. Das waren 50. Und die wollten sich nicht selber töten. Und die haben auch nur das Ziel gehabt, nur in Anführungsstrichen Regierungsmitglieder und Wirtschaftsbosse. Die wollten nicht die ganze Bevölkerung massakrieren. Du, jetzt haben wir also von den Gewalt, von den Terrorbereiten, haben wir ungefähr 12, 14 Mal so viele. Und die sind bereit, sich selber in die Luft zu sprengen. Eine tödliche, existenzielle Gefahr. Und die RAF hat damals unser Land echt in einen Ausnahmezustand gebracht. Wenn die radikalen Moslems loslegen, dann werden wir das Kriegsrecht im Inneren einführen müssen. Aber machen Sie sich nicht mehr Sorgen um die Politik, die jetzt an der Macht ist, als um den Islam? Also passen Sie auf. Die momentan regierende Politik unterstützt den politischen Islam. Ich habe es, doch darum geht es. Weil diese Regierung, erstens, unterbindet sie Kritik am politischen Islam. Zweitens, holt sie tausende radikale, also Moslems aus fundamentalislamischen Ländern rein, von denen viele radikal sind. Von der Einstellung schon, weil der politische Islam ist in den Ländern in vielen Köpfen drin. So, und das ist ein Verbrechen an der deutschen Bevölkerung. Weil mit diesen Migrationswellen, sagt sogar die CSU, importieren wir auch Terror, Judenfeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber allen Andersgläubigen, also uns, ja. Ui, was ist jetzt los? Ist nur ein Terroranschlag. Wollten Sie auch was sagen? Ja. Jeder sollte sich mal die Filme angucken. The Stoning of Soraya M. 2008. Ist nach Tatsachen gedreht. Da könnte man eine richtige Steinigung sehen. Und da bekommt ein Hals auf diese Leute. So ticken die. Dann gibt es Betty Mahmoudi, nicht ohne meine Tochter. Das wurde ja auch verfilmt. Und dann den Film, nur eine Frau. So, ich komme ja von Mainz. Ich habe Musik, Latein und Romanistik studiert. Ich wohnte früher im Studenten-Munheim. Muslime Studenten. Viele friedliche, friedliche Leute. Gegen die haben wir ja nichts. Gegen integrierte Leute. Ich habe auch selber Schüler gehabt. Vollkommen friedliche Leute integriert. Aber man erfährt halt zwischendurch auch wieder so Sachen. Diesen Studenten, der hat promoviert. Das waren Jordanier. Ich habe gesagt, wir dürfen hier nicht mehr Mornköpfe sagen. Wir sagten die auf Arabisch. Dann hat er was auf Arabisch gesagt. Was heißt das auf Deutsch? Ja, Sklavenküsse. So, da habe ich gesagt, wie ist denn das, wenn du jetzt wieder nach Hause kommst? Ja gut, hier ist die Scharia nicht. Aber wir fanden das ganz normal, dass in seinem Heimatland Diebe, also da hat er mir erklärt, wie der Fuß abgehackt wird, die rechte Hand. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Bei uns ist das ganz normal. Das war eigentlich ein netter Kerl, aber man wusste, wenn der wieder nach Hause kommt, seinen Posten hat, dann befürwortet er das. Dann ticken die wieder anders. Ja, und das ist ja bei Betty Mahmoudi, das war ja der Fall. Die hat dann geheiratet und dann, wenn die in ihren Kulturkreisen sind, dann gelten halt andere Gesetze. Das muss man einfach mal so sehen. Und dann möchte ich generell sagen, also im Namen der AfD, was da hinten passiert, ist eine Riesensauerei. In Wiesbaden lief das sehr gut. Da hat die Polizei ihre Pflicht getan. Jeder darf hier demonstrieren. Aber dass so eine Veranstaltung wenige Meter genehmigt wird mit so einem Krach, ist eine Riesensauerei. Und das ist nicht in Ordnung. Die können ja ihre Meinung äußern. Und eigentlich müssten die ja für Menschenrechte sein. Also ich verstehe das nicht. Das muss man doch irgendwo einsehen. Diese Unterdrückung. Ich habe heute den Koran mitgenommen. Einige wollten es auch sehen. Ich habe alle Stellen kontrolliert. Es stimmt. Natürlich ist es so, dass einige Dinge wie mit der 72 nicht im Koran direkt stehen nimmt, sondern im Hadid. Aber das kann man ja irgendwie auch rausbekommen und so weiter. Und es geht auch nicht gegen die Religion, den Islam. Jede Religion soll friedlich betrieben werden. Jeder kann auch sexuell betreiben, was er will zu Hause. Haben wir doch nichts dagegen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht schwul. Aber ich würde doch nie auf die Gedanken kommen, Schwulen umzubringen. Nur man braucht es ja nicht gerade in der Öffentlichkeit. So Sachen, Glaube und Sex ist Privatleben. Und es geht darum, dass die Menschen friedlich miteinander leben. Dass wir hier keinen versteckten Hass haben. Und dass die Leute sich wegen irgendwelcher weltanschaulichen Dinge umbringen. Und dann ist es halt so, wir hatten vor 500 Jahren eine Reformation. Wir haben das Zeitalter der Aufklärung gehabt. Und da sind gewisse Dinge, da hat geklärt worden. Wir sind säkularisiert. Wir haben diese Trennung. Und das ist ein Prozess, den der Islam an sich noch durchmachen muss. Das ist bisher versäumt worden. Ich meine, die waren ja ursprünglich auch mal wissenschaftlich führend. So bis 1100, 1200 und dann ist die Sache umgekippt. Und die Araber, die Christen waren, die sich mit der griechischen Philosophie beschäftigt haben, das waren die friedlichsten. Also ich meine, ich bin Musiker, klassischer Philologe. Ich habe Latein und Griechisch gelernt und auch Französisch-Spanisch, also Romanist. Also meine Aufforderung an die Linken, jetzt gebt doch endlich mal Ruhe und lest den Koran mal und unterhaltet euch mal vernünftig miteinander. Ich meine, wir wollen nicht, dass hier Hände abgehackt werden und Frauen geschlagen und Füße abgehackt werden und gesteinigt werden und sowas. Gut, also das war mein Beitrag. Herzlichen Dank, Applaus. Und ich muss eins sagen, also wir als BPE, wir sind ja überparteilich. Wir versuchen unsere Aufklärungsarbeit über den politischen Zusammenhang in alle Parteien reinzutragen. Aber momentan muss man wirklich sagen, die einzige Partei, die das Thema aufgreift, ist die AfD. Muss man mal so feststellen. Ja, es gibt vereinzelte Politiker bei CDU, bei CSU, auch teilweise bei SPD und Grünen, die es auch schon jetzt punktuell aufgreifen. Aber sie müssen es in Regierungsprogramm umsetzen. Es kann nur der Staat lösen, das Problem. Wie wir es in Österreich und wie wir es in Frankreich jetzt schon ansatzweise haben. Unterstützt mich mal bitte mit den Plakaten hier, Frankreich und Österreich. Also, wir haben in Österreich, wo ist der Sebastian Kurz? Da hinten noch der Sebastian Kurz, bitte einer holen. Da liegt da der Sebastian Kurz, schau her, da ist er. So, also, wir hatten in Österreich eine Regierung, FPÖ und ÖVP. Die berühmte türkisblaue Regierung. Da hat sich also die ÖVP unter Sebastian Kurz an die FPÖ angenähert. Die haben eine Regierungskoalition gebildet und die haben den Kampf gegen den politischen Islam als Regierungsprogramm verabschiedet. Und Sebastian Kurz hat gesagt, wir werden den politischen Islam im Strafgesetzbuch verbieten. Es kann nur von Regierungen erfolgen. Die haben das umgesetzt mit einzelnen Schritten. Als erstes Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen bis 14 Jahre, um damit zu unterbinden, dass bereits Mädchen früh sexualisiert werden. Weil durch das Kopftuch, wir haben es vorhin gelernt, schützt sich die Frau vor sexuellen Attacken. Also, wenn schon Mädchen sich verhüllen müssen, da läuft was falsch. Wir würden sagen, generell an Schulen und Universitäten kein Kopftuch. Wie es Mustafa Kemal Pasha Atatürk in der Türkei durchgesetzt hat. Mustafa Kemal Pasha Atatürk war ein Gegner des Islams. Er hat die Türkei laizistisch geprägt, demokratisch. Und wie gesagt, Kopftuchverbot erlassen. Er hat die Macht der Imame zurückgedrängt. Er hat versucht, einen demokratischen Staat aufzubauen. Hat auch ganz gut geklappt. Problem? Atatürk ist lange tot. Und jetzt ist Erdogan Ministerpräsident. Und er hat so eben angeregt, dass das Kopftuchverbot in die Verfassung reingeschrieben wird. Leute, da wird es bald genauso losgehen wie in der Islamischen Republik Iran. So. In Frankreich haben wir einen Staatspräsidenten. Den wünschen wir uns in Deutschland. Emanuel Macron hat gesagt, der politische Islam hat keinen Platz in Frankreich. Bei uns in Deutschland ist die einzige Politikerin, die das sagt, Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke. Haben wir da vorne auch ein Plakat. Der reaktionäre politische Islam hat keinen Platz in Europa. So. Dafür sollte er aus der Partei Die Linke rausgeschmissen werden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und sie weiß natürlich Bescheid. Sie ist Halb-Iranerin gleich. Und sie sieht, dass ihr Heimatland im Würgegriff des politischen Islams ist. Ja. Die Frauen tun mir leid. Die werden da geistig vergewaltigt. Also nicht nur, dass sie das Kopftuch tragen müssen. Wenn sie es nicht tragen, werden sie es ins Gefängnis geschmissen. Ja. Sie erben nur die Hälfte. Halbe Zeugenaussage. Kraft vor Gericht. Sie sind praktisch halbwertig im Vergleich zu Männern. Leute, das ist der politische Islam. Und hier haben wir Gérald Moussa Darmanin. Der ist Innenminister in Frankreich. Sein Großvater war Moslem in Algerien. Er sagt, der politische Islam ist der Todfeind der Republik. Er kennt den politischen Islam. Er weiß, was der politische Islam auch in den Ländern Nordafrikas anrichtet. Und das muss echt bei uns auch endlich von Politikern gesagt werden. Der politische Islam muss im Bundestag kritisch diskutiert werden. Es müssen alle Fakten auf den Tisch. Es muss erklärt werden, was in unserem Land keinen Platz hat. Und all diese Elemente müssen verboten werden. Alle islamischen Organisationen, Verbände, Moscheegemeinden, Koranschul müssen schriftlich unterzeichnen, dass der politische Islam keine Gültigkeit mehr hat und die Scharia ebenfalls als Gesetz nicht zur Anwendung kommt, dass sie praktisch auf den Schuttplatz der Geschichte kommt, weil es aus dem 7. Jahrhundert der arabischen Wüste kommt. Und mit all seinen Bestimmungen der barbarischen Strafgesetzgebung, ja, wir haben es vorhin gehört, Dieben die Hände abhacken, Ehebrecherinnen steinigen und so weiter und so fort, muss für ungültig erklärt werden. Das muss kommen. Und wer das nicht unterschreibt, alle islamischen Organisationen, die das nicht unterschreiben, werden wegen Verfassungsfeindlichkeit verboten, Freunde. Und dann dünnen wir die ideologische Grundlage für diese barbarische Ideologie aus. Und dann ist Schluss damit. So, und dann werden wir unser Land auch in Zukunft wieder frei und sicher und demokratisch mit unseren Werten erhalten. Ja, genau. Du wolltest auch was sagen, ne? Ja, genau. Ich wollte sagen, und zwar hätte ich eine Nachricht an den Linken da vorne. Und zwar, ihr ruft doch immer internationale Solidarität, ja? Warum ruft ihr das bei uns? Warum ruft ihr das nicht an der nächsten radikalen Moschee? Weil wir sind international solidarisch, auch mit den Frauen im Iran. Und ich muss sagen, warum macht ihr das nicht vor der nächsten Moschee, wo wir Hass predigen? Warum? Warum seid ihr hier bei uns und prellt eure Slogans? Und ja, und warum ruft ihr halt zu uns Nazis? Also M-Halt-Nazis. Also M-Halt-Nazis. Warum? Wir sind keine Nationalsozialisten. Wir sind Anti-Nazis. Wir sind Anti-Nazis, sind wir. Das wollte ich nur mal euch in die M-Halt-Bundes sagen. Richtig so, richtig so. Leute, wir sind hier in Mainz. Hier gibt es zwölf Moscheen. Alleine vier von der DITIB. Die DITIB, ja. Und die DITIB, die wisst ihr, das ist die türkisch-islamische Organisation auf deutschem Boden. Direkt der Dianet unterstellt, der türkischen Religionsbehörde, wo der oberste Chef der Erdogan ist. So, und dieser Erdogan, der ist hoch damit, mit dem da. Erdogan, er ist ein Feind der Demokratie. Er ist einer, der den politischen Islam seit seiner Jugend verinnerlicht hat. Und er hat gesagt, bei einer Rede 1998, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bayonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Er sagt es selber, der politische Islam ist eine militärische Ideologie. Moscheen sind auch Kasernen, wo Gläubige als Soldaten ausgebildet werden. Und das wird umgesetzt. Leute, das ist Herford, DITIB-Moschee. Da haben wir auch neulich da eine Kundgebung gemacht. Da war eine Mutter eines dieser Kinder und die hat von uns verlangt, hey, da ist mein Kind zu sehen, bitte unkenntlich machen. Also sie hat bewiesen, dass das da stattgefunden hat, weil ja manche sagen, das stimmt gar nicht. Aber da hat der Westen drüber berichtet, da hat der Fokus drüber berichtet, die Welt, das war ein richtiger Skandal. Leute, überlegt mal, was los wäre, wenn in Kirchen Kinder in Militäruniformen gesteckt werden und für den Sieg des Christentums, sozusagen Kreuzzüge, da gedrillt werden. Du, da gäbe es einen riesen Aufschrei. Da gäbe es Rücktrittsforderungen an die Kirchenfunktionäre. Bei Moscheen ist es halt relativ still. So, jetzt geht's weiter. Leute, die DITIB ist in Teilen extrem radikal. Und von der DITIB habt ihr vier Moscheen in Mainz. Die machen die Jugend, der DITIB macht jedes Jahr eine Reise in die Türkei nach Ankara und auf ihren Reiseführern steht drauf, wir besuchen unseren obersten Heerführer, Erdogan. Die sehen selber sich als militärische Streitmacht und Erdogan ist der Heerführer. Ein DITIB-Jugendfunktionär hat im Februar 2017 auf Facebook geschrieben, Mein Führer, gib uns den Befehl und wir zerschlagen Deutschland. Leute, hier sind Feinde unseres demokratischen Rechtsstaates und die haben das vor. Bei Cartoons von der DITIB veröffentlicht, schlägt ein bärtiger Moslem den Weihnachtsmann. Das ist die Kampfansage an das Christentum. Das ist so dermaßen eindeutig. Ja, weil sie den Kopf in den Sand stecken. Die wollen Ruhe im Karton. Die wollen nicht, dass es da eine kritische Diskussion gibt. Die wollen alles möglichst unter den Teppich kehren. Alles nicht so schlimm. Hier haben wir nochmal diesen Cartoon. Der interreligiöse Dialog à la DITIB. Kampf, Besiegung des Christentums. Im Koran steht drin, Surah 9, Vers 29. Bekämpft die Juden und Christen, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen. Die Unterwerfung aller Andersgläubigen unter die Scharia. Dann sind sie Menschen zweiter Klasse. Moslems sind die Herrenmenschen. Das ist das Ziel des politischen Islams. So, Beispiel Türkei. Die war früher christlich. Im 13. Jahrhundert 100% christlich. Und dann kam die aggressiv türkisch-islamisch-osmanische Eroberung. Und hier sehen wir die Bevölkerungskurve der Moslems und hier die der Christen. Ging radikal runter. Es wurden Kinder, wurden den christlichen Familien geraubt. Das sind die Janitschanen. Und wurden dann in die osmanischen Armeen eingegliedert, erzogen. Islamisiert. So, hier haben wir 1915, 1916 den schlimmen Völkermord an den aramäischen, assyrischen Christen. Und Pontuski. Stolzer Moslem. Stolz auf den Völkermord. Völkermord. Wer hat den Völkermord gemacht? In der... Nicht ans Mikrofon langen. Kreuzrichter war noch der Völkermord. Wann war der erste Kreuzzug? Im Jahr 1095. Leute, das mit den Kreuzzügen kommt jedes Mal. Also, der erste Kreuzzug war im Jahr 1095 nach Christus. Nachdem der politische Islam 400 Jahre lang ein christliches Land nach dem anderen grausam erobert, militärisch unterworfen hat, Millionen Christen getötet hat und ein Land nach dem anderen islamisiert hat. Und dann waren sie auch in Jerusalem und haben den christlichen Pilgern verboten, in die heiligste Stadt des Christentums zu pilgern. Und dann hat Papst Urban nach 400 Jahren als Zeichen der absoluten Notwehr den ersten Kreuzzug ausgerufen. Und das waren insgesamt zwölf Schlachten, um Jerusalem zu erreichen und dass Christen wieder dahin pilgern dürfen. In dem gleichen Zeitraum hat der politische Islam über 550 Schlachten hat er geliefert. Wir haben da auch ein Plakat vorbereitet, werden wir bald zeigen, um das zu visualisieren, wie verheerend die islamischen Eroberungskriege waren und wie lächerlich gering damit dieser Verteidigung, der reine Verteidigungskrieg um Jerusalem wieder für christliche Pilger zugänglich zu machen. Und das ist ein Beispiel für den grausamen Eroberungskrieg des politischen Islams. Aber Herr Stürzenberger, ich will ja Ihnen in einem Punkt recht geben kurz, aber ich würde auch gerne noch eine Kritik anbringen. Nicht wie gestern mir die Kritik abschneiden. Darf ich die auch noch bringen? Ich greife immer dann an, wenn etwas Falsches gesagt wird und dann korrigiere ich es und dann können Sie weitermachen. Aber ich darf die Kritik auch noch bringen. Ja, gut. Also der erste Punkt, das habe ich gestern Ihnen auch schon gesagt, Sie haben vollkommen recht, dass die Kreuzzüge in reiner Verteidigungskrieg waren. Die verlorene Schlacht von Manzikert 1071, daraufhin hat der oströmische Kaiser um Hilfe gerufen, weil sonst viel früher schon Konstantinopel gefallen wäre. Gebe ich Ihnen vollkommen recht und auch in vielen Dingen. Mein Kritikpunkt, den ich ja dann auch noch dem jungen Mann gestern noch bringen durfte und noch mal hier bringen wollte. Die Art und Weise nur, wie Sie hier kritisieren, sehe ich als kontraproduktiv an, weil das eher dazu führt, dass man wieder eben natürlich, es wirkt provokativ, die Moslems sind dann aufgebracht, auch die, die noch nicht radikalisierten, die radikalisieren sich dann eher noch, weil sie einfach hier nicht, weil das Unfrieden stiftet und von einer Sache ablenkt. Es wird immer nur so, hier, suggeriert, dass ob das Problem nur die radikalen Moslems wären, aber nicht, wer dahinter steht. Sie haben den 11. September vorhin genannt. Warum hat denn die USA danach den Irak angegriffen? Im Irak gab es keine radikalen... Also pass auf, pass auf, wir müssen jetzt mal das dann auch wirklich jetzt gleich... Ich beantworte gleich und dann gehen wir weiter. Jetzt frage ich erst mal, wie würden Sie die Kritik am politischen Islam formulieren? Also wenn Sie sagen, wir machen es zu aggressiv oder zu fundamental, ja, wie würden Sie es machen? Moment, ich habe mir noch nicht überlegt, wie ich es mache, da gebe ich Ihnen ehrlich... Wissen Sie was, der wichtige Punkt ist, die Ideologie ist brandgefährlich. Sie führt zu Gewalt, Terror, Morden und so weiter. Wir müssen es ansprechen. Ja, und zwar genau so, wie wir es machen. Eindringlich. Wir kennen die ideologischen Grundlagen und die müssen beseitigt werden. Weil je früher die ideologischen Grundlagen beseitigt werden, desto früher werden die Morde, Vergewaltigungen, Messerattacken, Attacken auf Juden und Homosexuelle aufhören. Wir müssen es aus den Köpfen rausbringen. Ganz wichtig. So, Punkt zwei. Der 11. September hatte eine Vorgeschichte. So, der Hass auf die USA hatte seinen Grund. Wissen Sie warum? Weil Saddam Hussein damals Kuwait überfallen hat. Der wollte ein großarabischer Führer werden. Der hat Kuwait überfallen, eingenommen. Die Saudis hatten Angst, dass als nächstes Saudi-Arabien fällt. Dann haben sie Amerika um Hilfe gebeten, weil die enge Partnerschaft haben. Ihr wisst ja, Amerika liefert Waffen an Saudi-Arabien. Saudi-Arabien liefert Öl und Gas in die USA. Natürlich auch zu uns. Läuft alles auch bei uns. Also, lassen Sie mich weiterreden. Nicht dazwischenreden. Ich bringe jetzt den Gedanken zu Ende. Also, 1993 hat dann Osama Bin Laden aus Wut über die Tatsache, dass ungläubige, minderwertige amerikanische Soldaten den heiligen Boden des Ursprungslandes Islams verunreinigen mit ihrer Präsenz. Ja, den Terror gegen die USA befohlen. Das war das oberste Ziel des radikal-islamischen Dschihads. Sie haben 1993 den ersten Terroranschlag auf die World Trade Center gemacht. Sie wollten mit einem sprengstoffbeladenen LKW, den sie im Keller des World Trade Center des Nordturmes platziert haben, jenen zum Einsturz bringen. Der sollte auf den Südturm krachen. Beide Türme sollten in Manhattan runtergehen. Die wollten damit 100.000 Menschen töten. Tötet die Ungläubigen, wo immer sie findet. So, das hat nicht ganz geklappt. Es war zu wenig Sprengstoff und es war nicht an der tragenden Säule. Es sind, glaube ich, zwölf Menschen getötet worden und 30 schwer verletzt. So, dann ging es weiter. 1998 haben sie amerikanische Botschaften. Ja, ja, halt die Schnauze. Das sind die wertvollen Argumente, in Anführungsstrichen, der linken Gegendemonstranten. Nur plärren, nur halt die Schnauze. Damit zeigt ihr, dass ihr der intellektuellen Diskussion nicht gewachsen seid. Ihr zeigt eure geistige Armut und Ahnungslosigkeit. Uns und unseren Fakten und Tatsachen ist niemand gewachsen, Freunde. Und ich vergleiche das immer mit dem kleinen gallischen Dorf, umlagert von römischen Legionen. Und wir haben eine Menge Feinde. Teile der Justiz wollen uns bekämpfen, Teile der Politik, Teile der Medien und Teile dieser Extremisten da drüben. Aber ich sage euch eins, wir sind unbesiegbar. Wir haben den Zaubertrank aller Fakten und Tatsachen und Argumente und der Realität. Und ich sage euch eins, Freunde. Die Realität wird uns immer mehr Recht geben. Und immer mehr Bürger werden aufwachen. Wir werden eines Tages bei diesen Demonstrationen, bei diesen Versammlungen tausende Menschen haben. Wir werden ohrenbetäubenden Applaus haben. Und der Applaus dröhnt dann bis Berlin, dass dann im Bundestag endlich das Problem angepackt wird, Freunde. Ja, Applaus. Klatscht euch die Finger warm, Leute. Lasst uns laut werden. Lasst uns uns bemerkbar machen. Das ist der Punkt. Noch was zur AfD. Ich bedanke mich ganz herzlich an den Stadtrat der AfD, der in Leipzig anwesend war, der dieses komplette Versagen der Polizei und ich sage jetzt nicht der Polizisten, sondern der Einsatzleitung, die das Ganze befohlen hat. Der ist danach zu dem Einsatzleiter, hat sich seinen Namen geben lassen und hat gesagt, er wird eine Untersuchung über diesen Einsatz anregen und es wird im Stadtrat besprochen. Applaus für die AfD, die was macht. Genauso in Gladbeck. In Gladbeck wurden wir auch verschaukelt von der Polizei. Da sind ja skandalöse Dinge passiert. Wir wurden von radikalen, muslimischen Palästinensern mit Eiern beschmissen. Zwölf Eier. Die Polizei hat in der Nase gebohrt, hat keinen einzigen Eierwerfer festgenommen. Wir mussten selber denen hinterherrennen und versuchen, die festzunehmen. Wir wurden total verschaukelt. In Leipzig war es noch schlimmer. Da hat man ein Glas, der hat eine Bierflasche gehabt, hat daraus getrunken, hat die auf uns geworfen vor den Augen der Polizei. Der ist dann stolz, hat sich rumgedreht und ist so weggelaufen. Der wusste, die Polizei behelligte nicht. Der wusste anscheinend, dass der Einsatzbefehl war, bei jedem täglichen Angriff geht die Polizei sofort auf uns, wenn wir versuchen uns dagegen zu wehren. Die haben uns in Schach gehalten und die Verbrecher haben sie laufen lassen. Es kommt noch besser, Freunde. Der langbärtige Polizist in Leipzig, der mir an die Gurgel gegangen ist, als ich unsere deutsche Nationalhymne schützen wollte, die der Einsatzleiter unterbrechen wollte. Der hat danach einen Handshake mit dem Antifanten gemacht und später, wurde mir vorhin berichtet von einem Augenzeugen, hat er sogar mit dem Glasflaschenwerfer zusammengestanden und die haben sich unterhalten, was wir für einen Scheiß machen. Leute, der kriegt eine Gesinnungsprüfung an den Hals, die werden mit Strafanzeigen überzogen. Dieser Boomerang, der fliegt ihnen ins Genick rein. Und wenn noch ein Funken Rechtsstaatlichkeit in Leipzig ist, dann werden diese Leute zur Rechenschaft gezogen. Leute, Leipzig 3.0 ist in Vorbereitung und Leipzig 4.0 auch schon im Frühjahr nächsten Jahres. Leute, die werden uns nicht kleinkriegen. Wenn die glauben, dass sie uns einschüchtern können durch Polizeiwillkür, haben sie sich getäuscht. Wir sind unbeugsam. In uns, da ist der Geist der Weißen Rose, unbeugsam. Wir lassen uns durch nichts und niemanden einschüchtern. Und wir sind der Goliath, der den Stein, nee, wir sind der David, der den Stein schmeißt und der Goliath wird umfallen. Und alle werden so lange kämpfen, bis wir das schaffen. Uns kriegen die nicht klein. Und in Gladbeck war auch ein Stadtrat von der AfD. Auch er hat das Ganze dann vor den Sicherheitsausschuss des Stadtrates gebracht. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für ein Wahnsinn abläuft. Wir haben ja in Gladbeck eine Kundgebung angemeldet ab 12 Uhr, weil wir wussten von Bürgern vor Ort, da ist der meiste Publikumsverkehr in der Fußgängerzone. Wir waren vor dem Rathaus angemeldet. Und dann haben die uns allen Ernstes gesagt, da finden Hochzeiten statt, ihr könnt erst um 14.30 Uhr anfangen. Leute, es gab keine Hochzeiten. Das Rathaus war verschlossen. Es war eine Lüge. Die wollten uns nur von dem Publikumsstrom fernhalten, weil ab 14.30 Uhr ist da nichts mehr los. Dann wurde es im Sicherheitsauss angefragt, was war da los. Und dann haben die gesagt, oh ja, wir haben es verwechselt mit dem Wasserschloss. Leute, also die verkaufen uns für blöd. Ganz ehrlich, du und das, diese Willkür, das geht jetzt auch vor das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, das ist zuständig. Leute, wir werden denen die Beine stramm ziehen, ja. Diese hinterfotzigen Methoden lassen wir denen nicht durchgehen. Und am 12. November, Freunde, ist Gladbeck 2.0. Leute, alles was Beine hat, was patriotische, islamkritische Beine hat, kommt nach Gladbeck. Wir werden denen zeigen, den radikalen Moslems mit der Palästina-Flagge, die unsere Kundgebungsfläche gestürmt haben, die Allahu Akbar geschrieben haben, die uns nicht nur mit zwölf Eierwürfen beschmissen haben, auch mit Flaschen und mit Dosen und mit Kastanien und Feuerzeugen. Denen werden wir zeigen. Kein Millimeter deutschen Bodens wird islamisch sein, wird der Scharia unterworfen sein. Jeder Millimeter deutschen Bodens gehört uns, den deutschen Staatsbürgern und allen deutschen Staatsbürgern mit migrantischen Wurzeln, deren Herz für Deutschland schlägt und wo ich stolz bin, ja, dass hier so viele Inder und Kosovo-Albaner und aus Bosnien und Kroatien, aus allen Herren Ländern bei uns sind. Leute, diese Patrioten, das sind bessere deutsche Staatsbürger als die Linken. Deutschland hat er da drüben, die rufen nie wieder Deutschland. Bomber Harris, do it again. Ja, und übrigens rufen die auch All Cops are besters. Na, die da drüben, ne. Und die Polizei muss jetzt auch noch deren Versammlung da sozusagen, ja, schützen auch noch. Ja, Saudi-Arabien. Sie haben ja vorhin, ich habe ja im Film recht, nur Saudi-Arabien haben Sie ja genannt. Warum, Saudi-Arabien unterstützt aber, hat dir mit finanziellen Mitteln genau Osama Bin Laden unterstützt? Warum greift dann USA auf der Seite von Saudi-Arabien, die ihren eigenen Feind angreifen, nicht auf der Seite ein, sondern gegen Irak? Das ist ja völlig unlogisch. Ja, das ist natürlich zu kritisieren. Wir wissen ja, der Krieg gegen Irak, die sind von falschen Annahmeausgängen. Wir wissen ja, da gab es einen Kronzeugen, das war ein schiitischer Moslem, der behauptet hat, er ist im Atomwaffenprogramm und im Biowaffenprogramm von Saddam Hussein. Er hat behauptet, dass diese Waffen schon da sind. Der BND hat ihn damals verhört, hatte seine Zweifel. Dann wurde er an die Amerikaner gegeben und die haben ihm geglaubt. So, und man muss dazu sagen, Saddam Hussein hat Chemie und Biowaffen eingesetzt. Er hat die Kurden beschossen Ende der 80er Jahre, 5000 Kurden wurden getötet. Der hatte auch diese Labore und die Frage ist, weil es kann auch durchaus sein, weil die haben ja auch die Kontrolleure, haben die auch behindert, die haben die verarscht, stundenlang draußen warten lassen. Es kann sein, dass der seine Waffen irgendwo verbuddelt hat. Die haben es halt nicht gefunden. Aber die Amis waren ehrlich genug und haben gesagt, sie haben es nicht gefunden. Wenn die Betrüger und Täuscher wären, die Amis, dann hätten sie irgendwie Sand ausgebuddelt, irgendwelche Sachen, da haben wir sie, Krieg war gerechtfertigt. Sie sind ja noch ehrlich. Man kann nicht sagen, die Amerikaner, das ist eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie. Da gibt es Demokraten, Republikaner, die kontrollieren sich gegenseitig, Gewaltentrennung, mehr oder weniger. Aber man kann wirklich sagen, das ist kein Schurkenstaat. Saudi-Arabien ist ein Schurkenstaat. Da wird jeden Freitag massakriert. Hinrichtungen, Kopfschüsse, Steinigungen. Aber die machen halt Schäfte mit denen. Das ist halt die Korruption praktisch der Notwendigkeit. Wir brauchen Öl und Gas und wir verdienen verdammt viel mit Waffen. Ist zu verurteilen. Wir würden auch sagen, keine Waffen, keine Zusammenarbeit mit radikal-islamischen Ländern. Ganz klar, das wäre moralisch wirklich fundierte Politik. Aber Moral und Politik ist oftmals zwei verschiedene Dinge. Nur der Hintergrund ist ja, dass jetzt nicht nur Irak zum Beispiel, Irak war ja die Führung gar nicht radikal-islamisch. Der Außenminister Tarek Aziz war ja Christ. In Syrien ja dasselbe. In Syrien haben es die Christen am besten unter Assad. Und gewisse Eliten, ja nicht alle auch, ist ja nicht alles eins, gewisse Eliten in den USA wollen da gerade rein und Unfrieden stiften und haben genau diese Staaten angegriffen, unter denen die Christen noch am besten waren und haben ja gegen die Schiiten dann den radikalen sunnitischen Islam gefördert. Und das, ich sage nur, wir lenken ja ab, wenn wir an der Oberfläche bleiben. Wir müssen die tieferen Gründe sehen. Und die tieferen sind ja viel höher. Aber passen Sie mal auf, das ist aber ein wichtiger Punkt. Da dürfen wir jetzt nichts irgendwie vermischen. Also, in Syrien gab es ja eine Protestbewegung aus dem Volk raus. Da gab es eine, wirklich eine demokratische Freiheitsbewegung. Die waren unzufrieden, weil sie gesagt haben, Assad ist jetzt nicht so ein lupenreiner Demokrat. Der tut schon teilweise autokratisch herrschen. Was richtig ist, dass er Christen und andere Minderheiten schützt, weil er selber a lauit ist. Seine Frau kein Kopftuch. Moderner Moslem. Ist eigentlich besser für Syrien. So, aber dann war diese Freiheitsbewegung. Und die Amerikaner haben die unterstützt. Warum? Also natürlich, okay, Demokratiebewegung. Und zum Zweiten, Syrien ist leider in der Koalition mit Iran, der Islamischen Republik, ein barbarisches Land. Und in der Koalition mit Russland. So, da ist die Konstellation. So, zweitens. Das Problem war dann, dass dann die Allahu Akbar-Dschihadisten dann mitgemacht haben in dem Kampf gegen den Assad und dann auch größer und stärker geworden sind. Die Demokratiebewegung wird dann kleiner und unbedeutend. Und dann war dann der Dschihad gegen Assad. So, und in dem Moment hat dann Russland eingegriffen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also man kann russische Politik differenziert sehen und kritisieren. Der Kampf gegen die Al-Nusra und die Al-Qaida in Syrien war richtig. Die zu zerschlagen war richtig. Absolut richtig. Muss man sagen. So, und was im Irak ablief, da hat ja eigentlich die sunnitische Minderheit, 15% der Bevölkerung, die schiitische Mehrheit unterdrückt. Muss man schon sagen. Saddam Hussein war Sunnit. Und die Schiiten hätten eigentlich mehr Anteil an der Regierung. Das wurde danach, nach dem Sturz Husseins, ja auch dann errichtet. Und die Amerikaner hatten vielleicht die Naivität, dass es dann ein demokratisches System gibt. Aber die Folge war, dass die sunnitische Minderheit, die auch dann im Militär sehr stark war, die sind dann im Untergrund und haben dann hier Al-Qaida mitbegründet und dann ging der Horror los. Aber man kann nicht sagen, dass die Amis das so wollten, sondern es hat sich halt dann so ergeben. Wenn Sie an die amerikanische Naivität glauben, sind Sie naiv. Also bitte. Ne, also ganz ehrlich, ich sage Ihnen eines, genauso wie Afghanistan, die sind naiv im Umgang mit dem politischen Islam. Du Leute, wenn man nach Afghanistan geht und die Taliban bekämpft und dann versucht, dort 20 Jahre lang Demokratie einzuführen, wir waren ja beteiligt, die ganze westliche Alliierte der Welt war beteiligt, Franzosen, Engländer, die wollten alle aus Afghanistan einen demokratischen Staat machen. Da wurden Frauenrechte installiert. Da wurde wirklich versucht, Demokratie reinzubringen. Sie mussten erkennen, dass du den politischen Islam so nicht wegbekommst. Den politischen Islam, ich sage das hier mit vollster Überzeugung, den musst du bekämpfen. Du musst die Kinder umerziehen in demokratischen Traditionen. Du brauchst da zwei, drei Generationen, dann kannst du aus Afghanistan wieder ein Land machen, wie es vorher mal war. Guckt euch mal Afghanistan in den 70er Jahren an. Die waren genauso gekleidet wie die iranischen persischen Frauen vor 1979. Leicht bekleidet, modern, gibt man das Plakat her da von den iranischen Frauen. Ganz wichtig. Denn Afghanistan waren nicht immer mit Burka-Frauen besiedelt. Die waren früher genauso wie hier die iranischen Frauen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war vor 1979. So waren die Frauen in Persien. Wie bei uns. Konnten sie sich anziehen, wie sie wollten. So sollte es sein. So ist es jetzt. Zugehängt. Zwangs zugehängt. Wer es nicht macht, landet im Gefängnis. Leute, und darum geht es. Der politische Islam muss verboten werden. Ganz unmissverständlich. Scharia auf den Schuttplatz der Geschichte. Wir brauchen das Gesetz aus dem 7. Jahrhundert der arabischen Wüste nicht. So und jetzt noch ganz kurz zu der CSU. Was die noch sagt zum politischen Islam? Die Religion des Terrors ist der politische Islam. Es gibt keine andere Ideologie, die den weltweiten Terror qualitativ wie quantitativ so prägt wie der politische Islam. Durch ihn wird der islamistische Terror legitimiert und motiviert. Islamistische Terroristen rufen bei einem Anschlag Allah ist groß und sehen sich als Märtyrer. Deshalb ist es falsch zu sagen, der Terror habe nichts mit dem Islam zu tun. Überall, wo sich Terroristen auf den Koran berufen, wo der Islam für Gewalt missbraucht wird, wo muslimische Geistlichkeit Terror predigt, hat der Terror mit dem politischen Islam zu tun. Wer den Zusammenhang von politischem Islam und Terror nicht wahrnimmt, wird die weltweit agierende Ideologie der Gewalt nicht stoppen. Wer blauäugig die offensichtlichen Motive der Täter verneint, wird die Gewalt im Namen der Religion nicht beenden. Wer den Zusammenhang von politischem Islam und Terror verneint, der hat den Kampf gegen den Terror schon verloren. Mit grausamer und menschenverachtender Brutalität hat sich dieser Terror in den vergangenen Monaten auch in Europa ausgebreitet. Hunderte Menschen wurden getötet und verletzt. CSU, Leitantrag zum politischen Islam. Leute, und dass ihr wisst, dass wir nicht nur wir das sagen, sondern auch moderne Moslems. Wir haben hier Professor Muhannad Korshide, der lehrt an der Uni Münster. Der ist ein ganz maßgeblicher Theologe, der ist auch wissenschaftlicher Beirat in der Dokumentationsstelle Politischer Islam in Wien. Er sagt, der politische Islam ist eine menschenfeindliche Ideologie, die die Herrschaft im Namen des Islam anstrebt. Die Religion dient als Mittel, um Gläubige zu manipulieren. Der politische Islam richtet sich gegen uns alle und ist viel gefährlicher als der Dschihadismus und Salafismus. Es handelt sich um eine ähnliche Ideologie wie die des Terrorismus. Ein modern eingestellter Moslem. Applaus für Professor Muhannad Korshide. Und jetzt ist folgendes interessant. Der bildet Imame aus an seiner Universität Münster. und alle islamischen Organisationen lehnen diese Imame ab, weil sie ihnen zu modern ausgebildet sind. Was meinst du? Der sagt doch. Der kann es doch laut sagen. Sonst diskutieren wir zu viel. Es ist doch gut zu diskutieren. Wir haben doch eben was gesagt. Weil das, was da steht, ist schon mega falsch. Was hat Islam mit Terrorismus zu tun? Der politische Islam. Der politische Islam hat mit Terrorismus zu tun. viel zu wenig Wissen über den Islam. Wissen Sie was? Anhänger des politischen Islams nutzen die Tötungsbefehle des Korans. Tötet die Ungläubigen, wo immer sie findet. Massenhaft im Koran. Und das ist die Grundlage für Terror. Also in der Bibel kommt mehr Terror und mehr Gewalt vor wie im Koran. Doppelt so viel. Passen Sie auf. Das ist aber falsch. Wir haben im Christentum haben wir Jesus Hören Sie Ja, ja, ja. Aber falsch. Aber die verschiedene Koranen. Ja, ja. Nee, nee. Also pass auf. Hören Sie zu. Wir müssen ganz kurz Ja, ja. Wir haben den original arabischen Koran mit deutscher Übersetzung aus Saudi-Arabien. Es steht alles so drin. Es steht alles so drin. Ich habe ihn auf Deutsch gelesen. Ja, enthauptet die Ungläubigen, wo ihr sie auch immer findet. Sures 47, Vers 4. Herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel angerichtet habt. Aber hat man hat man aber die Zeilen davor gelesen? Das ist eine Geschichtenerzählung ist das. Es wird doch bis heute tausend vorausgeführt. Ja, es wird geköpft. Es wird geköpft am Fließband. Sie köpfen bis heute am Fließband. Ja, im islamischen Staat tausende Christen geköpft, tausende Jesiden geköpft. Ja. Und radikale Moslems haben den Geschichtslehrer Samuel Partie geköpft. Radikale Moslems haben einen Priester in Frankreich in der Kirche geköpft. Und was ist denn mit der Suche, mit dem Vers, das kommt vom Koran? Wer einen Menschen umbringt, ist so, als ob du die ganze Menschheit umgebracht hast. Ich kenne den auswendig. Ich kenne den auswendig. Weißt du, was da drin steht? Wir haben, ey, hör mir zu. Wir haben es den Kindern Israels verordnet. Hörst du mir jetzt, lass jetzt mal bitte mich mit ihm reden. Wir haben es den Kindern Israels verordnet, steht in dieser Suche. 5,32. Wir haben es den Kindern Israels verordnet, weil es eine Anweisung aus der Tora ist, der jüdischen Schrift, wo drin steht, wer eine Seele Israels tötet, so heißt es, als wenn er die ganze Menschheit getötet hat. Im Koran steht, wir haben es den Kindern Israels verordnet, also er behauptet, dass die Tora von Allah diktiert ist. Wer einen Menschen tötet, ohne, ja, okay, weiter zurück, wer einen Menschen tötet, ohne, dass er Unheil angerichtet hat oder einen Mord begangen hat, so sei es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Im nächsten Vers, Surah 5, Vers 33 steht, diejenigen aber, die Allah und seinen gesamten Befehden und Unheil anrichten, sollen getötet und gekreuzigt und an Händen und Füßen wechselseitig abgeschlagen werden. Bitte, Surah 5, Vers 32 und Surah 5, Vers 33. Ganz wichtig, weil es ist eine Lüge, dass das Töten im Koran befohlen ist. Es wird hier auf die Tora bezogen. Hier, 5, Vers 32. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels verordnet, dass wer eine Seele ermordet, ohne, dass er einen Mord und eine Gewalt im Lande begangen hat, soll sein wie einer, der die ganze Menschheit ermordet hat. Und wer einen am Leben hält, soll sein, als hätte er die ganze Menschheit am Leben. Es ist eine Anweisung an die Juden. So, der nächste Vers, siehe der Lohn derer, welche Allah und seinen Gesandten befäden und Verderben auf der Erde betreiben, ist nur der, dass sie getötet und gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt oder aus dem Lande vertrieben werden. Also, immer wird, immer wieder wird verleugnet, dass es stimmt, aber es steht zweimal im Koran, um den Islam, um den Islam zu schützen, darf man lügen. Und Allah ist der beste Listenschmied und Täuscher. Was sagt der Koran und die Tora? Der Teufel ist listig. Ja, Zakir ist das erlaubte Täuschen der Ungläubigen, um den Islam vorwärts zu bringen. Guck, sag ich Buhari, Mohammed selber hat gesagt, ich bin siegreich mit Terror geworden, weil er Menschen gefoltert und getötet hat. Ex-Muslim bist du. Kannst du beten? Natürlich. Sag mal, wie betet man? El Fatiha, hau mal raus. Du brauchst doch jetzt nicht beten. Wir reden hier über die kritischen Sachen. Sag ich Buhari, sag ich Muslim. Geh, okay, geh erstmal zur Moschee. Kennst du, sag ich Buhari. Aber dieser Vers, der hier gerade gezeigt wurde, das ist eine Geschichtserzählung, weil die Mekaner davor die Muslime gejagt haben oder nicht? Also pass auf, Mohammed hat in Mekka den Islam gepredigt. Er hatte in zehn Jahren nur ein paar Dutzend Anhänger. Er hat keinen Erfolg gehabt, weil die Juden und Christen gesagt haben, du bist ein Lügner und Betrüger, steht so auch im Koran drin. Dann ist Mohammed ausgewandert nach Medina. Dort hat er zwei verfeindete Stämme befriedet. Die haben aus Dank dem Islam gewonnen, angenommen und dann hat er einen Kriegsherr gehabt. Ab dem Zeitpunkt, das ist die Zeit von Medina, hat er Kriege geführt und zwar 74 Kriege. Er hat Karawanen überfallen, er hat damit seinen islamischen Staat finanziert, er hat ganz Saudi-Arabien islamisiert, er hat tausende, zehntausende Menschen ermordet, 800 Juden köpfen lassen in Medina 627 und das Ergebnis war, Saudi-Arabien war Juden und Christen rein. Bis heute. Wenn du nach Saudi-Arabien gehst mit der Bibel, wirst du verhaftet. Wenn du nach Mekka, in die heiligste Stadt des Islams gehen möchtest, darfst du nicht. Autobahnschild, Nicht-Moslems müssen abbiegen, dürfen nicht nach Mekka. Das ist der politische Islam. Warum die Zürich in deinem Land? Wen bist du Glauber? Wo kommst du her? Aus welchem Land? Wo sind deine Wurzeln? Das ist Gottes Erde. Menschen haben Grenzen geschaffen. Menschen haben Grenzen geschaffen. Wenn willst du, kannst du Zürich in deinem Land und kannst du glauben ganz normal und fertig. Man hat einen Friedenspakt mit diesem Land. Ich darf hier leben. Ich muss mich nur an die Regeln halten. Und was macht ihr, wenn ihr in der Mehrheit seid? Wie, was? Wenn Muslime in der Mehrheit sind? Wenn fünf Ausländer und ein Deutscher unterwegs sind, wird der Deutsche nicht fertig gemacht. Das spreche ich aus Erfahrung. Ja? Aber andersrum, wenn fünf Deutsche mit einem Ausländer unterwegs sind, macht man, ha, du isst kein Schwein, ha, warum darfst du nicht trinken, so und so. Es ist genau umgekehrt. Die türkischstämmige Alevitin Güna Balci, die modern eingestellte Muslimin Güna Balci, hat 2010 den Film Kampf im Klassenzimmer an einer Schule in Essen gedreht. Da sind muslimische Mehrheiten an Schülern, die diktieren bereits der Minderheit der Nichtmuslimischen. Erstens, an Ramadan wird nichts gegessen, nichts getrunken tagsüber. Zweitens, kein Schweinefleisch essen. Wenn da nicht Moslems, Schüler, Schweinefleisch essen oder ein Schinkenbrötchen, werden die gemobbt, werden sie attackiert. Den wird ins Essen gespuckt. Das ist alles dokumentiert. Das sind, wenn muslimische Mehrheiten sind, dann werden Nicht-Moslems unterdrückt, wie es in allen islamischen Ländern der Fall ist. Wo der politische Islam regiert, wo die Scharia herrscht, werden Christen unterdrückt. Auch in der Türkei. Haben wir vorhin gezeigt, früher 100% christlich, jetzt 99% moslemisch. Da dürfen Christen keine neuen Kirchen mehr bauen, keine alten renovieren, dürfen keine Priester ausgebildet werden, werden teilweise Kloster versucht, zu annektieren und zu islamisieren. Die schönste Kirche des Christentums, die Hagia Sophia, wurde jetzt in eine Moschee umgewandelt von Erdogan. Eroberung des Christentums. Aber was hat jetzt Erdogan wieder mit Islam zu tun? Was hat ein Mann mit dem ganzen Islam zu tun? Gibt es, wieso darf denn die Moscheen in Deutschland hier keinen Gebetsruf mit? Allahu Akbar, warum gibt es so was? Wissen Sie, was der Gebetsruf ausruft? Holt mal den muslimischen Gebetsruf. Allahu Akbar, Allah ist der Allergrößte. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Da wird den Christen der Gott abgesprochen, den Juden der Gott abgesprochen, den Hindus, den Buduisten. Es wird behauptet, dass es keinen anderen Gott gibt. Das ist der totalitäre Machtanspruch des politischen Islams. Allah ist der Allergrößte. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allah ist. Es gibt keinen Gott außer Allah. Sind Sie damit einverstanden? Ich habe Ihnen gerade gar nicht zugehört. Woher kommt denn dieses Glaube an drei Göttern? An die Dreifaltigkeit? Woher kommt das denn? Das ist der christliche Glaube. Wissen Sie das denn? Das kommt daraus. Das sind nicht drei Götter. Nein. Nein. Das sind nicht drei Götter. Das sind drei Komponente. So wie der Mensch. Du bestehst auch aus drei Komponenten. Körper, Seele, Geist. Erste Buch, Mose. Sagt Gott. Lasst uns Menschen machen. Hör zu, wenn du eine Frage stellst. So. Ist mir egal. Ich antworte. So. Hat Gott gesagt, erste Buch, Mose. Lasst uns Menschen machen. Uns ähnlich. So. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Mensch, genau du, bist auch aus drei. Körper, Seele, Geist. Bist du jetzt drei Musterfass? Oder einer? Ja. Ja. Also. Und ihr, ihr akzeptiert den christlichen Gott nicht. Mohammed hat Jesus degradiert als Teil des dreieinigen Gottes zu einem Propheten. Mohammed hat ihn zu einem muslimischen Propheten degradiert. Entgegen der Geschichte. Jesus Christus war Teil des dreieinigen Gottes, Mensch geworden nach christlicher Überzeugung. So. Und ihr, der ist, der politische Islam hat ihn degradiert zu einem Propheten des Islams. Zweitens, der Islam behauptet, dass alle Menschen Moslems waren. Adam und Eva Moslems. Abraham, Moses, alle waren Moslems. Der politische Islam behauptet, Juden und Christen haben ihre Schriften verfälscht. Der politische Islam behauptet, der Koran ist die einzige Wahrheit. Ja. Und Mohammed ist das Siegel der Propheten. Der politische Islam behauptet, er ist die einzig wahre Religion. Alle anderen Religionen existieren nicht. Der politische Islam will herrschen. Er will die Scharia, das Gesetz allen Menschen aufzwingen und damit alle Länder dieses Planeten unterjochen. Das ist der Auftrag des politischen Islams. Und sie führen es durch. Leute, es gibt gewaltige Organisationen des politischen Islams. Die Muslimbrüder, weit verzweigt auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. Sie werden finanziert von schwerreichen, arabisch-islamischen Staaten wie Katar, die mit hunderten Millionen Euro Muslimbrüder in Europa fördern, auch in Deutschland. Es gibt Milligörig, die nationale türkische Kraft, die ebenfalls stark in Deutschland ist. Die DITIB ist in weiten Teilen extremistisch. Und Erdogan steuert die DITIB. Und Erdogan sagt, seinen türkischen Staatsbürgern in Deutschland macht drei, vier, besser fünf Kinder. Es geht um die Erreichung der demografischen Mehrheit. Und in Berlin hat uns ein Moslem genau das gesagt. Wenn wir die Mehrheit haben, dann werden wir dieses Land in einen islamischen Staat verwandeln. Die Deutschen werden eingeladen, den Islam anzunehmen. Wenn sie sich wehren, wird Gewalt angewendet, bis hin zum Töten und Terror. Er war ehrlich. Und das ist genau das, was auch im Koran drinsteht. Bekämpft die Juden und Christen, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sie unterwerfen. Bekämpft sie, tötet sie, wo immer sie findet. Und dann noch so schlimme, grausame Befehle, wie köpft die Ungläubigen herunter mit dem Haupt, bis sie ein Gemetzel unter ihnen angerichtet hat. Leute, es steht im Koran. Jeder kann es nachlesen. Und es sind Befehle Allahs zeitlos gültig. Es ist keine Schrift aus dem 7. Jahrhundert, die heute vergessen ist. Es sind zeitlos gültige Befehle eines Gottes. Ein gläubiger Moslem, ein Anhänger des Polisen Islams, nimmt das für einen Befehl, den er umsetzen muss. Früher oder später wird dann Terror durchgeführt. Es ist ein schwelender Vulkan und er bricht ja immer wieder aus. Es gibt immer wieder Allahu Akbar-Terroranschläge in Deutschland. Größere, kleinere. Und das muss aufhören. Also, es wird oft gerne von muslimischen Aktivisten und Politikern gesagt, das Muezzinruf das gleiche ist wie unsere Kirchenglockenläuten. Das stimmt einfach nicht. Unsere Kirchen sind Sakralgebäude, wo Religion gemacht wird und keine Politik. Muezzinruf ist politisch und was in Moscheen gepredigt ist, ist auch eine Politik. Politik, die für unsere Gesellschaft gefährlich oft ist. Ja, absolut richtig. Das Kirchenglockengeläute ist was völlig anderes als der Muezzinruf. Da wird nur mit dem Glockengeläuten mit aufmerksam gemacht, es ist jetzt Andacht, kommt. Der Muezzinruf ist eine politische Auslage. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist eine Frechheit. In einem Land, was christlich geprägt ist, wo Juden leben, wo Hindus leben, wo Buddhisten leben, was ist das für eine freche Anmaßung zu behaupten, es gibt keinen Gott außer Allah. Dieser Ruf, der muss verstummen, der darf nicht ertönen. Und diese völlig naive Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reger, die total naiv ist, als auf der Kölner Domplatte Silvester 2015, 2016 tausend Vergewaltigungen, Belästigungen, Begrabschungen und Diebstahl stattfand von hauptsächlich radikalen Moslems aus Nordafrika und aus der arabischen Welt, wo tausend Frauen Anzeigen gestellt haben. Das war ja ein verheerendes, ein verheerendes Schauspiel. Da hat sie gesagt, Frauen haltet eine armlänge Abstand von denen. Die ist ja so naiv, die hat keine Ahnung von der Realität. Eine armlänge Abstand. Das interessiert einen radikalen Gewalttäter einen Scheißdreck. Das ist doch kein Schutz. Die ist völlig naiv. Und jetzt hat sie als Zeichen der Toleranz, als Zeichen der Willkommenskultur allen islamischen Gemeinden in Köln erlaubt, diesen totalitären faschistischen Machtanspruchruf des Mulzins auszurufen. Leute, ich sage euch eines, es gab schon Demonstrationen vor der DITIB, Zentralrat der Ex-Muslime, ja, auch Exil-Iraner haben da demonstriert, weil sie wissen, dieser Allahu Akbar-Mulzin-Ruf, der führt nicht selten zu Gewalt. Erleben die alle in den Ländern, wo sie unterdrückt sind. Und wir werden auch vor der DITIB demonstrieren, noch im Dezember, Freunde, noch im Dezember, vor der DITIB. Und da werden wir all die Plakate zeigen. Leute, das ist ein moderner Moslem, Ahmad Mansur. Er hat gerade das Buch rausgegeben, Operation Alavi, der politische Islam, unsere Demokratie unterwandert. Er sagt, für Akteure aus dem Umfeld des politischen Islams geht es beim Mulzin-Ruf ausschließlich um mehr Sichtbarkeit, mehr Macht und mehr Unterwanderungsmöglichkeiten. Sagt ein modern eingestellter Moslem. Er lehnt den Mulzin-Ruf ab. Das sollte uns zu denken geben. Hamed Abdel-Samad, ich kenne ihn persönlich, Sohn eines ägyptischen Imams, der war früher bei den Muslimbrüdern radikal. Jetzt ist er im Lauf von 15 Jahren immer weiter aus dem Islam raus. Ich habe ihn noch 2010 an der Uni München kennengelernt, da hat er noch in Teilen den Islam noch gelobt. Jetzt ist er einer der schärfsten Kritiker, weil er sich umfassend informiert hat und er ist jetzt echt raus da. Es ist viel ihm schwer, geboren in einer muslimischen Familie, Vater Imam, Allah war für ihn ein liebender Gott. Da brauchst du lange, bis du rauskommst. Jetzt ist er ein entschiedener Gegner des politischen Islams. Er sagt, er ist jetzt nur noch Kultur-Moslem. Er sagt, die Kirchenglocken machen keine Propaganda wie der Mulzin-Ruf. Über sie wird keine Ideologie verkündet, aber wenn der Mulzin-Ruf den Schlachtruf Allahu Akbar ruft, also Allah ist größer als alle Religionen, alle Feinde, alle Menschen und Mohammed ist ein Gesandter, ist das eine klare Ansage an den Rest der Gesellschaft. Und zwar, der politische Islam wird herrschen, es wird nur einen Gott geben, die Scharia wird als Gesetz eingeführt und dann geht es uns dreckig, Freunde. Dann sind wir Menschen zweiter Klasse und wir werden niemals es hinnehmen, dass wir in unserem Land als Menschen zweiter Klasse erklärt werden. Leute, da wird es einen Volksaufstand geben. Wenn die Politik das nicht in die Hand nimmt, dann wird es Massendemonstrationen geben. Wie jetzt andere zu Zehntausenden auf der Straße sind, werden wir zu Zehntausenden auf der Straße sein. Leute, und dann werden wir sehen, ob wir der Politik nicht Beine machen können. So, und jetzt, ja, filmst du gerade? Hallo, servus, für wen filmst du? Ähm, ja. Bist du für unsere Aufklärung? Äh, nein. Gegen, warum? Ihr labert scheiße. Alles klar. Sportsfreund, gute Besserung. Gute Besserung. Also, jetzt werden wir euch mal zeigen, was die Leute, die Funktionäre des politischen Islams vorhaben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was die alle hier an Planungen haben. Ganz klar, das Ziel ist, ganz Europa zu islamisieren. es wird kommen, Freunde. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine gewaltige Kraft dahinter steckt. Weil der politische Islam ist in den Köpfen ganz vieler Menschen. Der politische Islam gibt insbesondere Männern eine gewaltige Überlegenheit. wenn sich muslimische radikale Männer dann stark fühlen, überlegen, dann ist das eine Verführung. Und diese Verführung wird auch umgesetzt. wir können Ihnen nur eins sagen, diese Gefahr ist riesengroß. Als erstes zeigen wir Ihnen einen Vertreter der Muslimbrüder. Hier, Ibrahim El-Sayad. Er ist der Chef der Muslimbrüder in Deutschland. Er hat sogar mit dem als modern eingeschätzten Imam Benjamin Idris aus Penzberg, der in München ein riesiges europäisches Islamzentrum bauen wollte, mit finanziert mit 30 Millionen Euro aus dem Terror unterstützenden Staat Katar, wo wir in München drei Jahre lang Unterschriften sammelten, über 60.000 Unterschriften bekamen und damit Druck ausgeübt haben, dass Katar letztlich die Finanzierung zurückgezogen hat. Wir haben den persönlich konfrontiert, den Emir von Katar, der war in München. Was ist da mit Ihnen? Ich kriege total Angst, wenn ich Sie höre. So gut, dass Sie uns aufklären. Ich bin Ihnen so dankbar. Mache ich Ihnen Angst? Mache ich Ihnen Angst? Wir wissen so gut Bescheid über die Welt. Es ist so toll, dass es so Leute wie sie gibt. Machen Sie sich kritische Gedanken zum die mir sagen, wie die Welt ist, damit mir endlich jemand erklärt, wie es wirklich ist. Ich bin Ihnen so dankbar. Machen Sie sich keine Gedanken, was gerade im Iran passiert? Machen Sie sich keine Gedanken, was im Iran passiert? Haben Sie kein Mitleid mit den iranischen Frauen, die geknechtet werden? Was anderes? Hat nichts mit dem Islam zu tun? Nichts mit dem, was Sie hier verbreiten. Das ist nicht viel weniger schlimm. Da ist Kopftuchzwang in der Islamischen Republik Iran. Da sind Frauen nur halb so viel wert wie Männer. Das ist der politische Islam, über den wir heute aufklären. Ich bin nicht toll, ich sage nur das, was Sache ist. Ja, ich weiß, das sagen Sie. Sie wissen Bescheid. Sie sind ziemlich gut. Machen sich keine Gedanken über Terroranschläge des politischen Islams in Europa, Terroranschläge gemacht werden, wenn Massenmord betrieben wird. Bleiben Sie mal für sich. Ich habe keine Angst. Ich habe mit vielen islamischen Menschen Kontakt und ich habe keine Angst. Haben Sie kein Bedauern mit 704 Frauen, die im Jahr 2020 Gruppen vergewaltigt wurden? Vielfach von radikalen Moslems. Sie hat keine Angst. Sie hat keine Angst. Alles ist in Ordnung. Du hast in gewissen Teilen Recht. Jetzt frage ich dich, wo habe ich nicht Recht? Sag mir, wo habe ich nicht Recht? Ich möchte von dir jetzt wissen, wo habe ich nicht Recht. Das interessiert mich jetzt. Du hast in dem Moment nicht recht, dass die israelische Fahne hängt und redest davon, dass sie eine Demokratie ist. Fakt ist, dass im babylonischen Talmud und das ist der Vorreiter, an den die Juden glauben. Steht zum Beispiel auch drinne? Also passt mal auf, ihr seid Teilnehmer der Veranstaltung da drüben. Wollt ihr diskutieren? Ich? Ja, du wolltest. Wir diskutieren mit allen. Schau mal her, pass auf, Leute, es geht hier nicht um rechts oder links. Es geht um den politischen Islam, der viele Minderheiten auch terrorisiert, der Werte vertritt, die nicht unsere Werte sind. Wir sind für Gleichberechtigung von Mann und Frau. Der politische Islam ist dagegen. Doch, wir wollen wir ja. Alle Menschen, es geht um den politischen Islam und seine radikalen Anhänger, die Gewalttaten begehen. Darum geht es. Und die die Scharia als Gesetz einführen wollen. Nicht friedliche Moslems. Es gibt auch Christen, die radikal sind und Verbrechen begehen. Gibt es auch, aber siehst du die jetzt in Massen in Deutschland, in Europa, Terroranschläge machen, Homosexuelle attackieren. Ist okay, ist okay, ist okay. Siehst du die? Ich erinnere nur an den NSU. NSU, das waren Nationalsozialisten. Gegen die sind wir doch auch. Das ist nationalsozialistischer Terror. Wir sind auch gegen Nationalsozialismus. Das ist eine Ideologie. Ach, wo sind wir ein Teil davon? Wir bekämpfen Nationalsozialismus. Wir haben die Weiße Rose wieder gegründet. Wir warnen vor dem Nazi-Islam Pakt. Wir sind solidarisch mit Israel. Das ist alles Anti-Nazi. Wirklich so. Lasst euch das nicht einreden, dass wir Nazis sind. Das ist Blödsinn. Ach, komm, wir sind demokratisch. Und wir warnen vor diesen gefährlichen Auswüchsen. Schwule werden in Deutschland attackiert und umgebracht von radikalen Moslems, die die Ideologie des politischen Islams. In Dresden war es ein radikaler syrischer Moslem, der die beiden Schwulen aus Köln Händchen halten, 53, und 54 Jahre den einen ermordet, den anderen schwer verletzt hat. Homosexuelle gelten im politischen Islam als abscheuliches Verbrechen. Da steht die Todesstrafe in vielen islamischen Ländern drauf. Gefängnis Gefängnisstrafe. Das ist die Realität im politischen Islam. Und das Problem ist, dass eben Menschen aus diesen Ländern, wo die Einstellung so ist, nach Deutschland kommen und viele haben das noch verinnerlicht. Und diese Feindlichkeit gegen Homosexuelle, gegen Juden und die Unterdrückung der Frau ist leider in den Köpfen vieler radikaler Moslems drin. Und wir wollen, dass die Ideologie rauskommt und dass die dann demokratische Staatsbürger werden mit unseren Werten. Das ist doch nichts Schlimmes, oder? Warum sind sie dann gegen kleine radikalen islamistischen Gruppen, aber nicht gegen die großen rechtsextremen Gruppen? Das sind wir auch dagegen. Wir haben doch vorhin euch ein Plakat gezeigt, gegen alle totalitären Ideologien, gegen Nationalsozialismus, gegen Kommunismus und gegen politischen Islam. Jede totalitäre Ideologie will die eigene Ideologie mit Gewalt an die Macht bringen. Das ist so, in totalitären Ideologien. Muss man Demokrat sein, um in diese Gesellschaft zu passen, oder wie? Ja, klar. Also, wenn du jetzt totalitäre Terroristen akzeptierst, dann wirst du hier keine Ruhe mehr haben. Ich bin Kommunist. Ja, gut, aber du bist auch kritisch gegenüber den Gewalttaten des Kommunismus. 100 Millionen Opfer des Kommunismus. Ja, bin ich. Bist du auch dagegen, oder? Nein, nein, Russland ist nicht mehr kommunistisch, aber der Putin ist sozialisiert im Kommunismus. Ja, jetzt nicht mehr, aber er hat noch die Sowjetideologie im Kopf. Und er will auch wieder Teile der Sowjetunion wiederherstellen, hat er selber gesagt. Es war der größte... Kommunistisch. Es war Lehnismus. Ja, ist egal, auf jeden Fall war es schlimm. Ich weiß, ihr denkt immer, der Kommunismus muss nur richtig ausgeführt werden. Nach dem 150. Versuch werdet ihr merken, es funktioniert nicht. Also, wir wollen eine soziale Marktwirtschaft. soziale Marktwirtschaft und dann, dass keine Ausbeutung stattfindet, dass Arbeitnehmer anständig bezahlt werden. All das ist ja bei uns schon relativ gut. Es gibt natürlich Verbesserungen, da sind wir alle am Arbeiten, aber es ist schon mal eine gute Grundlage, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. und wir wollen unsere Werte bewahren. Wir wollen, das ist genau eure Werte, für die ihr auch steht und wir sagen euch, der politische Islam, der ist gegen diese Werte und es wird eben auch in die Köpfe von radikalen Moslems reingebimst. Und das Problem ist, es steht so im Koran. Das ist das Problem. Der Koran hat all diese Sachen in, in, das ist das Problem. Du musst ihn lesen, du musst den Koran lesen, wirklich, lies den Koran, dann seht ihr, was das für eine Gedankenwelt ist. Die kommt aus dem siebten Jahrhundert der arabischen Wüste, wo es wirklich auch wüst zuging in der Ideologie. In der Bibel steht genau dasselbe. Ja, im Alten Testament. Aber wir sehen ja, ich bin also Agnostiker, ich bin jetzt kein Verteidiger des Christentums, aber ich sehe es objektiv, ich bin christlich aufgewachsen, ich sehe das Neue Testament, Jesus einer der Nächstenliebe gepredigt hat, der Feindesliebe gepredigt, der war Pazifist, der hat niemals Gewalt gegen andere gepredigt, der hat auch nicht Frauen unterdrückt. Von Jesus hörst du nichts Frauenfeindliches. Das Alte Testament, ja, das wissen wir, aber das ist in der Schublade verschwunden, Jesus hat im Christentum den Bund, den Neuen Bund von Gott mit den Menschen geschlossen und das Neue Testament ist maßgeblich. Deswegen haben wir weitestgehend auch die Möglichkeit modern das Christentum zu gestalten. Evangelische Kirche hat Frauen als Priesterinnen, die dürfen heiraten, Regenbogen fahren auf den Kirchen, katholische Kirche hinkt hinterher, aber auch die holen langsam auf. Politischen Islam ist es verboten. Alles, was im Koran drinsteht, ist Allahs Befehl, muss ausgeführt werden. Da ist eine starre Ideologie, die keinen Spielraum für Veränderungen lässt. Und da ist das Problem. Ja, es ist so, wirklich. Leute, wart ihr vorhin auch da drüben gestanden? Wart ihr da drüben gestanden? Leute, eins ist wichtig, seht uns nicht als Gegner. Wir wollen die Aufklärung über den Politischen Islam in alle Gruppen reintragen. Unser einziges Ziel ist, dass der politische Islam diskutiert wird, kritisch beleuchtet wird und dann erkannt wird, was gefährlich ist für unsere Gesellschaft und das muss dann auch echt kritisch beleuchtet und gegebenenfalls dann auch verboten werden. Und die Scharia. Warum gehen sie gegen so eine kleine Gruppe, während in Deutschland rechtsextreme Gruppen homosexuelle Leute beim CSD in München verletzen und teilweise auch töten? Wieso gehen sie nicht dagegen, was hier ist? Schauen Sie her, Kampf gegen Rechts geht gegen genau diese nationalsozialistischen Bestrebungen, wird von der Bundesregierung mit 100 Millionen Euro gefördert. Es gibt zahllose Organisationen, die den Rechtsextremismus, Nationalsozialismus bekämpfen. Da müssen wir nicht noch zusätzlich auf die Straße gehen, da wird genug gemacht. Beim politischen Islam wird zu wenig gemacht. Wir haben, und das weiß man, beim Generalbundesanwalt laufen 700 Verfahren gegen islamistische Terroristen, nur 20 gegen Rechtsextremisten und ungefähr so viele auch gegen Linksextremisten. Wir haben 700 akute Gefährder, radikal-islamische, gewaltbereite Terroristen, denen man jederzeit einen Terroranschlag zutraut. Die Gefahr ist viel, viel größer als die des Rechtsextremismus. Der Rechtsextremismus ist auch gefährlich, das sagen wir doch auch. Er ist rassistisch, er ist totalitär, er ist judenfeindlich, homosexuell feindlich, alles beschissen. Wird gegen vorgegangen. Aber der politische Islam, der damals auch einen Pakt mit den Nazis geschmiedet hat, ist ähnlich gefährlich. Und da wird fast nichts gemacht. Und deswegen sind wir auf der Straße und versuchen das Problem in die Köpfe reinzubringen. Es wäre was anderes, wenn sie hier stehen würden und gegen Homophobie sein werden. Es wäre was total anderes, wenn sie nicht nur den Islam beschuldigen. Es wäre total in Ordnung, wenn sie sagen, wir sind gegen Homophobie, aber nur auf den Islam so einen Scheiß zu machen, ist absolut... nur den politischen ist... Aber schau mal her, ich habe selber einen schwulen Bruder gehabt. Natürlich finde ich mich angesprochen, aber es spaltet die Gesellschaft. Aber jeder macht doch auf ein Problem aufmerksam, wo Defizite sind. Also wir brauchen doch jetzt nicht allgemein gegen Homophobie sein. Das ist doch eh klar, Konsens in der Gesellschaft. Aber dass der politische Islam homosexuell feindlich ist, das wird nicht thematisiert. Und deswegen haben wir hier das... Wir fordern Homosexuelle vor dem politischen Islam schützen, weil im Koran das als abscheuliches Verbrechen dargestellt wird. In den Hadisen steht die Todesstrafe für Homosexuelle. In den Ländern, wo der politische Islam herrscht, im Iran beispielsweise, in der Islamischen Republik Iran, werden Schwule an Baukränen aufgehängt. 4.000 Schwule getötet. In vielen islamischen Ländern werden sie falsch. deswegen sprechen wir an. Weil unsere Außenministerin Alaina Baerbock im Bundestag sagt, die Zustände in der Islamischen Republik Iran haben nichts mit dem Islam zu tun, müssen wir darüber aufklären, dass es falsch ist. Unsere Bundesregierung hat keine Ahnung, wie gefährlich der politische Islam ist. Deswegen sind wir hier. Ja. Ich sage da nichts dagegen, aber erzkonservative Deutsche, Katholiken, die haben auch was gegen Homosexuelle. Ja, das ist auch schlimm, aber die haben nichts mehr zu sagen in Deutschland. Der Zeitgeist ist doch klar pro Homosexualität. LGBT und die ganzen Bewegungen riesengroß. Das ist doch wunderbar. Und wir hetzen nicht, wir klären auf. Leute, und wir sagen auch, die friedlichen Moslems, wir haben ja einige Moslems hier schon da gehabt, die gesagt haben, wir haben nichts gegen Schwule, wir wollen hier gerne leben, die sind auf unserer Seite. Wir spalten nicht, wir hetzen nicht, wir klären auf und wir wollen die friedlichen Moslems auch dazu bewegen, dass sie auch sagen, lasst uns den Islam modernisieren, lasst ihn spirituell sein, lasst ihn kein Unheil mehr in Form des politischen Islams über die Menschheit bringen, weil das ist echt massiv, 57 islamische Länder, wo in vielen Ländern der politische Islam mit der Scharia herrscht, da gibt es schlimme Unrechtszustände. Unrechte gibt es überall auf der Welt, also sie müssen alles erwähnen, wenn sie sowas machen. Ich muss doch nicht die gesamte Weltgeschichte in eine Kundgebung reinpacken. Schauen sie doch mal Amerika an, schauen sie doch mal was weiß ich, irgendwelche kapitalistischen Züge, die sie natürlich loben, weil sie profitieren davon. Nein, ich bin kein Kapitalist, wir sind doch alle dafür. Aber schau mal her, wir können doch hier eine Kundgebung machen, völlig diffus gegen alle Ungerechtigkeit dieser Welt. Da werden wir bis Mitternacht nicht fertig. Leute, wir haben ein Thema, wo Defizite sind. Und das Defizit ist die Aufklärung mit dem politischen Islam. Das ist eine, und ich sage euch eins, wenn der politische Islam endlich umfassend kritisiert wird und verboten wird, ist das die größte gesellschaftspolitische Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Diese Leistung wird in die Weltgeschichte eingehen. Und wir hoffen, dass der Geist der Modernisierung dann von Europa über die nordafrikanischen Länder geht, dass so Länder wie Tunesien, Algerien, Marokko, Ägypten befreit werden vom Joch des Polizien-Islams. Dass es dann in die Islamische Republik Iran reingeht, dass die Frauen befreit werden. Leute, im Iran sind nur 30% sunnitische Moslems. Der Rest sind Atheisten, Zarathorastiker und andere Religionsgemeinschaften. Und diese 30%, die dominieren die anderen 70%. Die Leute haben die Schnauze voll von der Islamischen Republik Iran. Da gehen Hunderttausende in Lebensgefahr auf die Straße. Da werden schon bisher 250 getötet, viele ins Gefängnis geworfen. Das sind Helden. Applaus für die Freiheitsbewegung in Persien. Ich sage bewusst Persien. Und wir würden uns freuen, wenn daraus ein demokratisches Land wird, wie es früher einmal war. Und dann kommen die nächsten Länder dran. Afghanistan, da waren wir schon mal drin. Und wir hätten die Sache gründlich durchziehen müssen. Die Taliban, die Stress machen in Umerziehungslager. Ganz eindeutig. Die Kinder erziehen in Demokratie. Den Frauen alle Rechte gewähren, die sie vorher hatten, das fanden die toll. Und jetzt sind sie gezwungen, die Schülerinnen in Afghanistan nach der sechsten Klasse die Schule zu verlassen. Nach der Scharia sollen sie nach Hause, werden zwangsverheiratet, vielfach sind nur noch für Haushalt und Kindererziehung dann da. Und wenn sie aus dem Haus gehen, ein Ganzkörper zählt um den Körper mit Gitter vor den Augen. Leute, ein Wahnsinn, was da mit den Frauen gemacht wird. Pakistan, auch so eine islamische Republik, wo Koranschulen sind, wo Moslems radikalisiert werden in Koranschulen, wo vielfach Terroristen in die ganze Welt geschickt werden. Zum Beispiel nach Indien, wo mein Chef Ralf Burkai getötet wurde von den radikalen pakistanischen Moslems. Und auch Warum? Erstmal geben Sie gar keine Quellen wieder. Also alles, was Sie sagen, können Sie nicht direkt belegen. Alles, was wir sagen, sind Zitate aus dem Koran, Zitate von maßgeblichen Politikern und von Repräsentanten der Gesellschaft. Alles, was wir wiedergeben, sind Zitate. Alles, was wir wiedergeben, was in der Welt passiert, ist dokumentiert durch Zeitungsberichte, Fernsehberichte. Alles dokumentiert. Sie können, sagen Sie ein Ding, was nicht stimmt. Ich finde, es ist sehr einseitig. Sie gehen gar nicht darauf ein, wie Katholiken oder Evangelisten teilweise Kriege geführt haben. Jetzt gehen Sie auf den Islam ein. Nicht jeder ist genauso, wie Sie es gerade wiedergeben. Sehr, sehr einseitige Wiedergebung. Was macht heutzutage die meisten Probleme? Sind es christliche Terrorgruppen oder sind es Terrorgruppen des politischen Islams? Es gibt 30 Terrororganisationen des politischen Islams. Al-Qaida, Al-Nusra, Boko Aram. Da lachen Sie. Wo sind die Terroranschläge in Europa verübt worden? Von radikalen islamischen Terroristen. Jetzt geht sie weg. Sie flüchtet vor den Tatsachen und Argumenten. Leute, man kann uns nicht argumentativ widerlegen. Also, wir haben ja gestern schon mal darüber geredet. Kritik gegen Islam geht anders. Gegen den politischen Islam? Egal welchen. Nein, das ist wichtig. Wir wollen den Islam die Möglichkeit geben. Und das ist eine Handreichung. Denn sonst wird es hier echt übel enden. Das ist eine historische Handreichung, eine Möglichkeit. Was ist los? Nichts. Du hast eben übel geschimpft. Du hast eben übel geschimpft über mich. Ich habe nichts gegen dich. Warum? Ja, einfach so, weil Sie sind so wie ein Nazi, wissen Sie? Komm, jetzt lass es doch. Also, komm, wir Nazi. Der Nazi Adolf Hitler hat mit dem politischen Islam paktiert. Der ist stolz auf den Islam gewesen. Haben wir Ihnen vorhin gezeigt. Können wir gerne nochmal zeigen. Also, es gibt viele Sachen, die man kritisieren kann. Das Problem ist, das Problem ist aber, wie Sie das machen. Die ganze Shitshow hier ist ausgelegt auf maximale Provokation. Shitshow? Maximale Provokation? Das ist Aufklärung, guter Mann. Das stimmt alles, was wir sagen. Fühlen Sie sich provoziert, wenn wir brandgefährliche Koranbefehle euch zeigen, die von radikalen Moslems des politischen Slums ausgeführt werden. Es wird geköpft, es wird getötet, es werden Terroranschläge gemacht, es werden Schwule getötet, es werden Juden ausgepeitscht und ins Gas gewünscht in Deutschland. Du, ist das Provokation, wenn wir das aufzeigen? Nein, es ist Aufklärung, Leute. Ja, warum sagen Sie Shitshow? Ich bin da echt ein wenig sauer. Ich möchte Sie einfach auch als Verbesserung, ja. Was sollen wir besser machen? Wenn Sie mit irgendjemandem reden wollen, dann provozieren Sie doch den nicht. Ich gehe doch nicht zu ihm und sage, hey. Sie provozieren mich, indem Sie sagen, das ist eine Shitshow. Das ist eine Scheißshow, sagen Sie. Sie provozieren mich. Natürlich, weil mir kommt das so vor. Das sind alles Zitate. Das ist die Dokumentationsstelle politischer Islam. Der politische Islam ist eine Herrschaftsideologie, die die Umgestaltung beziehungsweise Beeinflussung von Gesellschaft, Kultur, Staat oder Politik anhand von solchen Werten und Normanschrift, die von deren Verfechtern als islamisch angesehen werden, die aber im Widerspruch zu den Grundsätzen des demokratischen Rechtsstaates und den Menschenrechten stehen. Es geht hier um den Umsturzversuch einer totalitären politischen Ideologie, ähnlich wie dem Nationalsozialismus, der unser Land damals in den Würgegriff bekommen hat und zu der schlimmsten Katastrophe in der deutschen Geschichte geführt hat. Und der politische Islam war damals Bündnispartner, die haben sich gegenseitig die Gemeinsamkeiten ihrer Ideologien bestätigt. Leute, da sehen wir es, Hitler, ein Fan des politischen Islams, der hat gesagt, diese militärische Ideologie hätte die Germanen an die Weltherrschaft geführt. Ja, Großmufti Mohammed Amin Al-Huseini hat die Gemeinsamkeiten aufgezeigt. Leute, man kann nicht laut genug davor warnen. Deswegen haben wir die Weiße Rose wieder gegründet, weil wir jetzt rechtzeitig kommen. Die damalige Weiße Rose war zu spät, weil da war die nationalsozialistische Ideologie schon an der Macht. Da wurden Kritiker gleich getötet. Und es wird uns auch passieren, wenn der politische Islam an der Macht ist, genauso wie in der Islamischen Republik Iran, werden Kritiker getötet, werden Homosexuelle getötet. Juden dürfen da nicht leben, nicht öffentlich. Das ist alles brandgefährlich und deswegen kann man nicht eindringlich davor warnen. Das ist keine Shitshow, das ist eine faktische Aufklärung, die hoch notwendig ist. Die müsste zeitgleich in allen deutschen Städten stattfinden. Und wir werden immer mehr haben, die darüber aufklären. Wir haben Ex-Moslems wie Kian Kermanschai, der oft aus London zu uns kommt und genau das gleiche sagt. Wir haben Irfan Pezi, einen Ex-Moslem, der war sogar deutscher Kommunikationschef von Al-Qaida in Deutschland. Der ist ausgestiegen und der warnt jetzt eindringlich. Die wissen alle, was los ist. Leute, es ist eine existenzielle Gefahr und vor dieser existenziellen Gefahr musst du eindringlich warnen. Es erscheint für sie erschreckend, polarisierend, weil sie sich wahrscheinlich damit noch nicht so befasst haben. Sie denken, was erzählt der denn da? Leute, wir haben schon ein Dutzend Moslems sind mir schon bei Kundgebung begegnet, die jetzt Ex-Moslems sind. Die haben gesagt, wir haben deine Kundgebung gesehen im Internet, haben gesagt, was ist denn das für ein Spinner? Was erzählt denn der für ein Scheiß? Dann haben sie den Koran genommen, gelesen, huch, der Spinner hat ja Recht, es steht so drin, jetzt sind es Ex-Moslems, weil sie gesagt haben, das wollen wir, da können wir nicht dahinter stehen. Lest den Koran, Leute, liebe Moslems, lest den Koran und fangt an, ihn kritisch zu lesen. Wir wollen ja nicht unbedingt, dass ihr aussteigt aus dem Islam. Wir wollen aber, dass die gefährlichen Bestandteile von euch auch als kritisch angesehen werden und macht mit, dass die für ungültig erklärt werden, weil sonst geht es immer weiter mit Gewalt, Terror, Tötungsanschlägen und so weiter. Das Problem ist doch einfach, wie sie das den Leuten sagen möchten. Ich war gestern schon auf ihrer Kundgebung in Wiesbaden, wo es noch relativ ruhig gegangen ist, weil ich durch die Menge gegangen bin und die Moslems beruhigt habe, weil die wären ja wahrscheinlich an die Gurgel gegangen und das ist ja ihre Art. Aber schauen Sie mal, ist es unser Problem oder das Problem von Moslems, die es nicht akzeptieren können, dass der politische Islam kritisiert wird. Schauen Sie, wissen Sie, wo das Problem ist? Der Islam darf nicht kritisiert werden. Der Koran gilt als das unfehlbare Wort Allah. Ich bin Ex-Moslem. Sie sind Ex-Moslem. Dann wissen Sie, um was wir reden. Warum deinem Moslem attackiert worden, weil du hast dein Glauben verloren oder so? Aber wissen Sie was? Sie wissen, Sie wissen, was die Gesetzmäßigkeit im politischen Islam ist. Mohammed hat gesagt, wer die Religion verlässt, den tötet. Wer wendet das an? Wer die Religion verlässt, den tötet. Ja, wir sind in Deutschland, aber es gibt genügend radikale Moslems, die auch bereit sind, die Scharia umzusetzen. Jetzt vielleicht noch nicht so, wo es noch die Minderheit ist, aber je höher der Gesellschaftsanteil wird, desto höher wird der Druck dann sein. und dann besteht die Gefahr für Islam-Aussteiger wird dann immer größer. Es gibt die Ewigkeitsklausel, kennen Sie die aus dem Grundgesetz? Das heißt, das Grundgesetz ist immer gültig. Es gibt nichts So lange, bis es abgeschafft wird. So lange, bis es, schau, Nadem Elias, der Vorsitzende des Zentralrats der Moslems, der säkulare Rechtsstaat mit dem Grundgesetz gilt so lange, wie Muslime in der Minderheit sind. So, wenn Muslime in der Mehrheit sind und da, ja, aber das wird abgeschafft einfach. Dann ist es die Islamische Republik Alemanistan oder wie das Ding dann heißt. Dann werden es Verfassungsrichter sein, die Moslem sind. Dann werden es Verfassungsrichter sein, die Scharia ausrufen. Das können Sie sich jetzt noch nicht vorstellen. Das dauert noch 50, 60, 70 Jahre. Dann haben wir muslimische Mehrheiten. Und auf dem Weg dahin, hier, der säkulare Rechtsstaat gilt so lange, wie Muslime in der Minderheit sind. Der andere Vorsitzende des Zentralrats der Moslems in Deutschland, der, immer weiter, 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 Ayub Axel Köhler. Also, her, hier, Leute, ihr müsst die ernst nehmen. Sie sind Ex-Muslim. Sie wissen, hören Sie bitte zu, hören Sie bitte zu, ja, der Zentralrat der Ex-Muslime ist eine gewichtige Organisation in Deutschland, die größte islamische Organisation. So, das ist der Ayub Axel Köhler, bis 2010 Vorsitzender des Zentralrats der Muslimen in Deutschland. Er hat seine Schrift Islam-Leitbilder herausgegeben. Das müssen Sie ernst nehmen. Die Glaubenskonzepte des Islams und die Scharia zeigen den quasi totalen Anspruch der Religion auf Mensch und Gesellschaft. Die Demokratie ist dem Islam fremd. Diese, ja, na klar, der Koran ist aus dem siebten Jahrhundert, ist bis heute gültig. Da richten sich ganz viele Moslems danach. Im Koran steht esst kein Schweinefleisch, also essen Sie keins. Im Koran steht verhüllt euch, deswegen verhüllen sich viele Frauen. Im Koran steht Blut ist unrein, deswegen schächten Sie Tiere. Bis heute, ja, im Koran stehen ganz viele Dinge, wonach sich Moslems bis heute richten. Das ist aus dem siebten Jahrhundert, 1981, das ist genau auf den ideologischen Grundlagen des politischen Islams. Leute, hier sind gewaltige Organisationen, wie die Muslimbrüder, TTIP, Milli Görish, ja, und die größte rechtsextremistische nationalistische islamistische Organisationen in Deutschland. Die Grauen Wölfe mit 17.000 Mitgliedern, das sind Radikale, die haben ein Programm im Kopf. Das ist ein Heer von Leuten, die bereit sind, die Scharia einzuführen. Da die Polizei kann nur die Leute festnehmen, die bereits Terror ausführen. Es wird Tausende, Zehntausende von Toten geben. Das sage ich Ihnen nicht als Apokalyptiker, sondern als rationaler Mensch, der weiß, was der politische Islam für eine Ideologie verbreitet. Und er findet eben immer wieder Moscheen, wo radikale Imame das predigen. Das geht in die Köpfe und dann wird es ausgeführt. Leute, Sie waren gestern in Wiesbaden. Wir erleben es bei jeder Kundgebung am Freitag. Nach dem Freitagsgebet ab 16 Uhr kommen dann Moslems, viele Radikale, da geht es mit Eierwürfen los, Gegenstandswürfen, Bedrohungen, Wasserzuschüttungen. Es wird immer bedroht und Gewalt ausgeübt in jeder Stadt, in der ich gewesen bin. Ich war bisher bei über 400 Kundgebungen. Noch nie gab es eine Kundgebung, bei der nicht jede Menge radikale Moslems mich bedroht haben, beleidigt haben, mit Gegenständen beschmissen haben. Mir wurde ins Gesicht geschlagen, Brille in drei Teile zerschnitten, Blutschnitt unterm Auge, mir wurde das Köpfen angedroht, dutzendfach in Offenbach, da wurden wir also erstmal überfallen von Linksextremisten, haben die Plakate umgeschmissen, mit den Muslimen haben wir diskutiert, stimmt, es waren aber sehr sehr viele feindselige Äußerungen und es waren Bedrohungen, aber es wird nicht gewalttätig, stimmt. Uns haben vorher Leute gesagt, aus Offenbach kommt ihr nicht lebend raus. Ja, ja, klar, aber es wurde uns vorher gesagt, das ist radikal da drin. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, durch eine verständige, durch eine verständige Diskussionsführung auch mit den Moslems, da versuchen, einen argumentativen Diskurs auf Augenhöhe, wir haben gesagt, wir haben nichts gegen euch, Leute, seht die Probleme, ja, okay. Also, du bist ja vorhin weggelaufen, ich sagte, du hast in gewissen Teilen recht, was du sagst, ich will das kurz zu Ende führen, ich habe einen Freund, der durfte erst seine muslimische Freundin heiraten, wenn er konvertiert ist und sich beschneiden lassen hat, das kritisiere ich genauso, hat mit uns seitdem auch nichts mehr zu tun, das ist falsch, Punkt, jeder sollte frei sein und selbst entscheiden, wen oder was er heiratet, ja. Das ist Gesetz des politischen Islams. Das ist richtig so, das ist richtig so, so, fertig. Aber, wie gesagt vorhin, die Juden richten sich nach dem babylonischen Talmud und in dem babylonischen Talmud stehen genauso Sachen wie drin, wie ein Mädchen mit einem Alter von drei Jahren ist zum Beischlaf geeignet, zum Beispiel, oder jeder Nicht-Jude ist Goy, Vieh, das ist genauso falsch. Schlimm, ich weiß, dass es drin steht, so, aber uns interessiert, was wird heute noch ausgeführt und was ist historisiert? Der demokratische Staat Israel, der fußt nicht auf diesen Gesetzmäßigkeiten. Israel ist demokratisch, da leben auch viele Nicht-Moslems. 15% der Bevölkerung Israels sind Moslems. Ganz viele leben da gerne. Die sind da sogar in der Knesset, im Parlament, auch in der Regierung. Ja, wer sich da anständig aufhört, ja, der kann ein gutes Leben führen, der kann gut leben, gute Berufe führen. Ja, das sind Moscheen, ja, die dürfen da ihren Islam leben, alles gut. Wenn es auf den Gesetzen des israelischen demokratischen Staates beruht, wenn die anfangen würden, Stress zu machen mit so einem Mist, was in Talmud und Tora drin steht, ich weiß, dass es drin steht. Für mich ist interessant, ob es ausgeführt wird. Wir wissen auch, dass im Alten Testament homosexuellen, feindliche Sachen drin stehen. Wissen wir alles, ja, und Frauenfeindliche. Es ist in der Schublade der Geschichte, weil mit Jesus neues Testament, neuer Bund von Gott mit den Menschen, so, deswegen müssen wir uns damit nicht befassen. Wenn, zum Beispiel, das sehen wir auch, in Jerusalem gibt es Stadtteile, wo orthodoxe Juden leben. Die sind zum Beispiel, alles klar, also für Kritik jederzeit offen, aber bitte nicht, aber bitte nicht Shitshow, ja, bitte nicht, was ist, sie können uns jederzeit konstruktiv kritisieren, ja, wir können... Wenn wir das nächste Mal herkommen und nicht hetzen würden und so diese Provokationen weglassen würden, wäre das eine angenehme Show, da würden wahrscheinlich viel mehr Leute hier zuschauen und gucken, was sie machen. Aber was soll man denn machen? Soll man die bedenklichen Sachen weglassen? Soll man das mit den Köpfungsbefehlen weglassen? Was ist denn Provokation? Die ganze Show ist... Das, nein, das sind doch alles, schau mal her, Dokumentationsstelle... Von den Plakaten da unten zum Beispiel, mit irgendwelchen Soldaten, mit irgendwelchen... Ja, das sind Kinder... Ja, das sind Kinder... Nein, die Soldaten, die Kindersoldaten sind vor zwei Jahren, vor zwei Jahren... Warum ist das Provokation? Wir zeigen, was für ein Unheil passiert. In DITIB-Moscheen werden Kinder vielfach im Soldatendenken erzogen. Wollen Sie was ändern? Ja, klar. Aber so ändern Sie es. Ja, sollen wir das nicht zeigen? Wenn Sie was ändern wollen in der Gesellschaft von den Moslems, dann müssen Sie doch auf die zugehen und nicht die provozieren. Wir gehen doch auf sie zu. Wir haben nichts gegen euch. Sie haben eben gesagt, das hat nichts mit dem politischen Islam zu tun, dass ein Nicht-Moslem eine muslimische Frau nicht heiraten darf. Es ist streng verboten. Eine muslimische Frau darf niemals einen nicht-muslimischen Mann heiraten. Hintergrund ist, der Mann ist bestimmend. Er befiehlt. So, und der Mann bestimmt die Religion der Kinder. Und der politische Islam will, dass die Kinder Moslems werden, dass sie immer mehr Mehrheiten bekommen, Erdogan hat den türkischen Moslems gesagt, in Deutschland habt drei, vier, besser fünf Kinder. Es geht darum, demografische Mehrheiten zu erreichen. Das ist das Ziel. So, wir wollen, dass eine muslimische Frau entscheiden kann, den zu heiraten, den sie liebt und nicht den, den die Scharia vorschreibt. Ja, das ist Freiheit für die muslimischen jungen Frauen. Und wissen Sie was? Ganz viele, ganz viele muslimische Mädchen werden geehrenmordet, weil sie genau das machen. Sie kleiden sich modern, kein Kopftuch, Minirock und dann haben sie noch einen deutschen Freund nicht mehr gesagt. Dann werden viele von diesen jungen Mädchen und Frauen getötet von ihren Vätern und Brüdern und Kusern. Das ist die sogenannte Ehrenmorde. Sie haben die Ehre der Familie beschmutzt, sie haben den Islam beleidigt. So, ein Beispiel, um mal zu sehen, wie wahnsinnig das ist. In Schweinfurt, da war ein Dönerbuden-Besetzer, Mehmet. Türke, beliebt, war immer freundlich, sind Sie gern hingegangen, die Leute haben Döner. So, vier Töchter, Büsra, seine Lieblingstochter, die hat sich genauso verhalten. Kein Kopftuch, leicht bekleidet, deutschen Freund. Er hat sie eines Nachts mit 67 Messerstichen, als sie schlief, getötet. Seine Lieblingstochter. Als die Polizei ihn festgenommen hat, hat er gesagt, sie hat den Weg Allahs verlassen, ich habe sie erlöst. Leute, das ist der politische Islam, das kann dazu führen, steht das bitteschön. Eine muslimische Frau darf keinen Nicht-Muslim heiraten, steht im Koran. Wirklich. Das ist zwar natürlich die Wahrheit, aber es heißt nicht gleich, dass man jemanden mit 67 Messerstichen abstechen darf. Mohammed hat gesagt, wer die Religion verlässt, den tötet. Und genau das hat der Mehmet gesagt. Sie hat den Weg Allahs verlassen in den Hadisen. Wer die Religion verlässt, den tötet. Bukhari, zuverlässig. Und das ist ja auch noch Gesetzmäßigkeit in vielen islamischen Ländern, wo die Scharia gilt. Und Jesus. Jesus sagt, jeder, der nicht meinem Glaube angehört, so schlachtet den. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Da wird zitiert, da wird zitiert, ein Herrscher, der das sagt. Lukas 13. Ja, ne, ne. Nein, nein. Also Leute, also erstens mal steht es nicht so im Neuen Testament. Moment, zweitens, es wird nirgendwo ausgeführt. Kein Christ muss, kein Christ muss um sein Leben fürchten. Tausende, zehntausende Menschen treten aus der Kirche aus. Ich auch. Mir hat noch nie jemand ein Christ angedroht, mich zu töten. Quatsch. Das ist bei uns alles möglich. Religionsfreiheit. Du kannst auch die Religionsfreiheit keine Religion zu haben. Hey, jetzt gerade mit der ganzen Pädophilie-Diskussion da in der Kirche treten 100.000 aus der Kirche aus. Noch nie wurde kein Christ getötet, wenn er aus der Kirche austritt. Noch nie. Aber hunderte muslimische Menschen, die austreten, indem sie die Regeln des Islams verlassen, werden getötet. Leider Gottes. Also Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Mit dem Schwert. Nein, sondern ich bin gekommen nicht um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Damit zählt auch die Tora als eben auch die Steinigungsverse dazu. Also ich verstehe jetzt nicht, wo genau... Also zehn Gebote meint er damit wahrscheinlich. Die zehn Gebote des Alten Testament. Aber schau mal her. Er erfüllt alles, die Schriften und führt sie zum Ende. So rum ist das. Er ist die Weiterführung, er ist die Personifizierung des Gesetzes und führt sie weiter und lebt vor. So ist das gedacht. Ja, und im Neuen Testament, Leute, im Neuen Testament findest du nichts Verwerfliches. Da wird Nächstenliebe gepredigt, sogar Feindesliebe, Barmherzigkeit, Verzeihen, Pazifismus. Jesus war ein Gegner der Gewalt. Er hat nie Gewalt angewendet. Mit Jesus kannst du wirklich eine gute Philosophie begründen, ja, einen wirklich menschenrechtsfreundlichen Staat. Ja, leider Gottes hat Mohammed, hat Mohammed Kriege geführt. Er hat es Töten befohlen. Er hat eigenhändig getötet. Er hat 800 gefangene Juden köpfen lassen. Ja, er hat befohlen, die zu töten, die aus dem Islam aussteigen. Das ist leider Gottes ein Problem. Gibst du mir Resch, dass die Sachen, die im Metallmund stehen, auch für ungültig erklärt werden sollen? Ja, von mir aus klar, aber es wird ja nicht ausgeführt. Es gibt einen jüdischen Staat auf diesem Planeten, Israel, ein demokratischer Staat. Ich muss sagen, ich war dreimal, ganz langsam, ganz langsam, ich war dreimal in Israel, ein freiheitlicher, demokratischer Staat. Ja, so. Also Leute. Also noch eine Sache. Wenn Sie sich wirklich so pro-israelisch sehen, warum kritisiert dann die israelische Kultgemeinde in München sie als antijüdisch, weil sie die Zirkumcision und die Schächtung kritisieren? Also das macht der Marian Offmann, den kenne ich gut. Der war mein Vorgänger als Pressesprecher der CSU München. Und ich habe nur gesagt, ich bin dafür, dass unsere demokratischen Gesetze über religiösen Gesetzen sind. Ich bin gegen die Beschneidung von Jungen. Das sollte, weil es gibt bei uns das Recht auf körperliche Unversehrtheit. So. Und ich sage, es sollten dann, egal ob es muslimische Jungen sind oder jüdische, sollten, wenn sie volljährig sind, mit 18, selber entscheiden, ob sie sich die Vorhaut wegschneiden lassen wollen. Wissen Sie was? Ich weiß, was das bedeutet. Die Vorhaut ist der Schutz der Eichel. Die Natur hat sich was gedacht dabei. Das ist alles sinnvoll, was die Natur mit den Menschen gemacht hat. So. Ich bin selber auch beschnitten, weil meine Vorhaut als Kind etwas zu lang war. Da war die Frage, lass mal so oder beschneiden wir es. Ich hatte tierische Schmerzen nach dieser Operation. Höllische Schmerzen, ja. Und ich muss ganz sagen, wenn ich nochmal, wenn ich als Erwachsener gefragt worden wäre, hätte ich gesagt, lass das Ding dran. Es schützt die Eichel, es macht seinen Sinn. So. Genauso bin ich gegen die Schächtung. Ja. Weil Schächtung bedeutet Tierquälerei. Der Tierschutz ist bei uns im Grundgesetz festgeschrieben. So. Und deswegen dürfen meiner festen Überzeugung nach keine Tiere bei lebendigem Leibe, die Gurgel durchgeschnitten werden, dass sie ausbluten. Ja. Also wenn, dann mit Betäubung, dass sie nichts mitkriegen davon. Wollen wir mal ein bisschen Platz schaffen, unser Filmer, der kommt da gar nicht, der kriegt ja kein Bild mehr. Also ein bisschen mehr in den Hof hinaus. Ja, gehen wir ein bisschen weiter zurück. Das ist ein bisschen, wir haben ja immer noch Corona, dass wir uns gegenseitig nicht anstecken, das wäre natürlich geil. Und noch eine Sache. Kommt noch ein wenig näher. Kommt noch. Leute, hey, wir haben nichts gegen euch. Ihr wisst es doch. Ich weiß, ich bin ein Unreiner. Entschuldigung. Ich habe dich als Unreiner angelangt. Nicht so gut. Hey Leute, wir wollen doch in Frieden miteinander leben, oder? Aber ich, nein, sie sind halt so nah mit ihrem Handy bei mir. Also pass auf Freunde, wir werden hier echt gewaltige Verwerfungen bekommen, wenn der Polite, und da leidet ihr dann auch drunter, wenn der politische Islam, hier die Herrschaft erreichen will, willst du noch näher? Du kannst mir auch ein wenig weiter, kannst du noch näher rangehen? Hallo, Servus. Hey Leute, es wird dann zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen. Und dann wird es keinen Frieden mehr geben. Und dann werden diejenigen, die sich auf die Seite der Radikalen stellen, die Feinde der demokratischen Gesellschaft sein. Wer hat denn diese islamischen, radikalischen Organisationen gestellt? Nicht die Christen selber, damit sie ihre Feinde, zum Beispiel wie die Russen, bekämpfen und sagen, ja, äh, die CIA, die, die islamische Radikalisten hergestellt haben. Nein, pass auf, die Amerikaner haben die Taliban und die Al-Qaida unterstützt, im Kampf gegen die Sowjets, weil die Afghanistan erobert haben. Die Amerikaner haben die unterstützt. Nein, komm, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ordner machen das hier, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Alles cool, alles cool, Leute. Wir haben hier eine friedliche Atmosphäre, wir diskutieren miteinander. Jungs, ihr seid okay, ja, wir haben hier keine Auseinandersetzungen, alles cool. Hey, pass auf, wir wollen mit euch das Problem besprechen. Ich weiß, dass ihr erst mal die Abwehrreflexe habt. Wenn jemand den politischen Islam kritisiert, dann ist er erst mal, wie kommt der dazu? Wie kann er den politischen Islam kritisieren? Also, als Deutscher kann ich Sie verstehen, warum Sie den Islam nicht sehr mögen? Den politischen Islam. Wir haben nichts gegen den Islam als Religion. Ich kann dir auch was Positives sagen. Im Islam gibt es die Armenunterstützung. Gut, richtig. Im Islam gibt es auch Barmherzigkeit untereinander, aber eben nur unter Moslems. Seid barmherzig, untereinander, aber hart gegenüber den Ungläubigen. Das würde ich streichen. Ja, mein Gott, aber in dem Israel wird es nicht ausgeführt. Es ist doch, ich weiß, was es da viele Verse gibt, es ist entscheidend, ob es ausgeführt wird. Und wir haben Gegengesellschaften, wo Moslems untereinander sind und dann vielfach die Andersgläubigen dann abgelehnt werden, auch noch unterdrückt werden. Aber es wird quasi eigentlich nur gegen die gesprochen, die auch die Muslime verfolgen. Beispielsweise steht auch im Koran, Allah verbietet euch nicht gegen diejenigen gütig zu sein, die euch nicht wegen eurer Religion verfolgen und nicht Moscheen zerstören, etc. Ja, aber das Problem ist, wenn der politische Islam sich ausbreitet und er will sich ausbreiten, er will auch die Macht erringen, wenn sich da jemand dagegen stellt, dann muss der bekämpft werden. Bekämpft die Juden und Christen, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen. Islam heißt 929, das ist ein Betonvers im Allah, das ist wirklich, das ist die Maßgabe des politischen Islams. Ja, erobern, ja, nicht Moslems unterwerfen, als Menschen zweiter Klasse die Scharia einführen und dann einen islamischen Staat errichten. Das ist die Vorgabe. Leute, das wollt ihr doch auch nicht. Ihr wollt doch nicht in einem islamischen Staat mit Scharia leben, oder? Mit Scharia? Ja, also richtige Scharia, nicht was, was paar muslimische Länder als, selbst als Scharia ansehen, aber dann total falsch islamische Sachen machen. Dieben die Hände abhacken? Also es, es gibt kein einziges muslimisches Land, welches die Scharia hundertprozentig im Gesetz implementiert hat. Der islamische Staat hat hundertprozentig ausgeführt. Saudi-Arabien, Saudi-Arabien, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Jemen, ja, ein Haufen, Haufen radikale islamische Länder. Da glaube ich mal, mir ist was jetzt, also in den gesamten Kundgebungen, da sehe ich, dass die meisten, mehr 99,9% der Mohammedaner überhaupt ihre Schriften nicht kennen und nur blind ihren Imamen folgen, die eigentlich nur Geld machen, aus eurer Naivität. Es gibt einen Fall vor 15 Jahren, da gab es doch, die dänische Zeitung hat ja die Mohammed-Karikaturen gedruckt, rausgebracht und ein Jahr lang war Ruhe, bis nicht ein Imam in Beirut die Hasspredigt gemacht hat, freitags. Nach der Hasspredigt sind hunderte Leute zur dänischen Moschee gerannt. Und sie haben noch andere Karikaturen hinzugefügt, die gar nicht von dieser dänischen Zeitschrift kamen. War noch viel schlimmere. Damit wurde der Hass angeschürt. Und was war das Ergebnis? 150 Tote. 150 Tote sind da draufgegangen. Überlegt euch mal, lasst euch nicht von den Imamen ausnutzen. Liest das Buch, die wollen euch nur ausnutzen. Das sage ich euch. Also, Dieben die Hände abschneiden wird zum Beispiel in Dubai durchgeführt. Dubai wirkt bei uns für Urlaub. Da kannst du einen Luxusurlaub relativ günstig machen. Ein guter Freund von mir reist jedes Jahr nach Dubai. Weißt du, was der mir sagt? In Dubai brauchst du keine Angst zu haben, dass dir deine Sachen geklaut werden. Die haben eine Heidenangst, dass ihnen die Hände abgehackt werden. Im Koran steht, dem Dieb und der Diebin schneidet die Hände ab als Lohn für ihr verbrecherisches Tote. Ja, Michael. Also erstmal. Aber in diesem, da gibt es ein Hadith. Diese Strafe ist ultimativ rigoros. Schon wenn man ein Ei klaut, wird die Strafe durchgeführt. Das hat Mohammed selber gesagt im Hadith. So, wollt ihr das? Also erstmal, damals gab es so Sachen wie Gefängnisse überhaupt nicht. Das gilt ewig. Also man konnte nicht irgendwie aus der Wüste aus dem Nichts ein Gefängnis bauen und dort dann die Diebe reinstecken. Man musste irgendeine andere Lösung finden. Zweitens, man muss erstmal genug Zeugen dafür finden, dass man überhaupt die Hand abhacken muss. Zweite Sache, der Wert muss über dem Wert eines Silberschildes liegen. Wie viel ist das? Das weiß ich nicht. Und der Ungläubige, wie viel, wie viel, wie viel Rechte hat er? Wie viel Zeugen aus, wie viel ungläubige Zeugen aussage musste man nehmen? Also weißt du, beim Dieb ist es relativ einfach. Bei einem Dieb ist es relativ einfach, die Zeuge. Der wird beim Klauen erwischt und dann ist er fällig. Wisst ihr was? Wir haben ein humanes Strafvollzugsrecht. Ein Dieb macht einmal einen Fehler, dann wird er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, dann hat er die Möglichkeit, sich zu bessern, resozialisieren und dann kann er ein gutes Leben führen. Bei der Scharia ist die Hand ab, sein Leben lang. Es wird durchgeführt. Es ist ein Befehl Allahs, zeitlos gültig. In vielen islamischen Ländern wird es durchgeführt. Also in einigen. Und entschuldige Michael, ich wollte noch was sagen, du hast ja vorher gesagt, die Scharia oder die Eroberungssuge, weil die Christen euch angegriffen haben. Nein, das ist falsch. Nein, solange wir den Allah nicht akzeptieren, dürft ihr uns angreifen, bis zum, das ist der islamische, das ist die islamische, ihr verteidigen, euer, euer, der Oktrin ist die ganze Welt zu beherrschen. Die Eroberungsschriege gingen von Saudi-Arabien aus durch die ganze nordafrikanische Welt. Länder wie Ägypten, Syrien, Tunesien, Marokko, Algerien, das waren alles nicht islamisch, das waren viele christliche Länder und andere Religionen. Angriffskriege, 70 Jahre, von Mekka nach Spanien. Und es ging bis nach Spanien. Das christliche Spanien war 800 Jahre lang unter dem Joch des politischen Islams. Die Spanier waren Unterworfene, die durften nicht auf Pferden reiten, sie mussten auf Eseln reiten, eine Erniedrigung. Sie mussten die Wegseite wechseln, wenn ihnen ein Moslem entgegenkam. Sie waren minderwertige Menschen zweiter Klasse. Sie durften viele Berufe nicht ergreifen. Sie mussten sich schlagen lassen von Moslems, durften nicht zurückschlagen. Vor Gericht hatten sie weniger Rechte. Und die Spanier haben dieses Joch des politischen Islams nach 800 Jahren beendet und sie feiern jedes Jahr die Reconquista, die Rückeroberung ihres Landes. Es ist lustig, es ist halt so. Und ganz viele osteuropäische Länder waren auch unter dem Joch des politischen Islams, wo die osmanischen Heere dann Bulgarien, Rumänien, Ungarn und so weiter erhobert haben. Noch ein Punkt, was mir eingefallen ist. Ihr hofft doch alle, geh doch weiter näher. Willst du noch meine Pickel anhoffen nehmen? Es reicht doch von da. Warum gehst du so nah an sein Gesicht dran? Willst du damit drohen? Es ist doch laut hier. Was passiert euch im Paradies? Sind Sie gegen unsere Aufklärung? Was passiert euch im Paradies? Sind Sie gegen unsere Aufklärungsarbeit über den politischen Islam? Sagen Sie doch mal was. Was ist Ihre Meinung? Michael. Sag es nichts. Was passiert mit dem Muslim im Paradies? Und die ganze Heilsgewissheit, hundertprozentig, der kriegt nur einer, der in den Schicht hat geht. Und was erwartet Ihnen da? Hier dürft ihr kein Alkohol trinken. Im Paradies dürft ihr Alkohol trinken. Ihr dürft auch 72 Frauen haben. Das ist ein weltlicher Puff, nichts anderes. Das ist ein Puff, nichts anderes. Wir Christen und Juden, wir Christen und Juden, wir, wir Christen und Juden, wir leben in Frieden bei unserem Vater. Wir brauchen kein Puff, wir brauchen kein weltliches Paradies. Schau mal her. Ihr kennt ja die Sache. Also, ein Dschihadist, der tötet und getötet wird, kommt ins Paradies und kriegt 72 Jungfrauen. Also, das 9-11-Plakat bitte, das 9-11-Plakat. Ein Schahid, kein Dschihadist. Ein Märziger, ja, ein Märziger. Sure 9, Vers 111, danach haben sich die 19 Terroristen des 11. September gerichtet. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Da hoffen sie drinnen, die radikalen Moslems und zerstören die World Trade Center, töten 3000 Ungläubige. Ja, und Allah fordert, er hat ihr Leben fürs Paradies erkauft, damit sie kämpfen für seine Sache, den politischen Islam verbreiten, Ungläubige töten und wenn sie selber getötet werden, kommen sie ins Paradies, kriegen 72 Jungfrauen. Wie werden die beschrieben im Koran? Vollbusig, ja, gluteugig, die werden, Mohammed hat das, den radikalen Moslems den Mund wässig gemacht. Er hat ihnen gesagt, habt keine Angst in die Schlacht zu gehen, habt keine Angst in die Schlacht zu gehen, wenn ihr getötet werdet, bekommt ihr das ewige Leben, 72 Jungfrauen, ja, sexuelle Freuden in aller Ewigkeit und die 72 Jungfrauen über Nacht wird das Jungferneutchen wieder hergestellt. Du, diese Geschichten glauben die, sogar Mohammed Atta, der war intelligent, der war Architekturstudent in Hamburg, der Professor, sein Professor, der hat große Stücke auf ihn gehalten, der hätte so eine Karriere machen können in Deutschland. Dann ist er in einer radikalen Moschee in Hamburg, ist er radikalisiert worden, ist mit den ganzen Tötungsbefehlen gedrillt worden, das Ende vom Lied, er saß im Flugzeug unter Allahu Akbar, rauscht ins World Trade Center und sein Leben war beendet. das ist der politische Islam. Aber auch im Paradies, da werden sie von jungen, hübschen Knaben bedient. Wallahi, ich schwöre bei Allah, jedes Leben, was er zu Unrecht genommen hat, wird er an Yomel Kriyama am Tag des jüngsten Gerichtes sich dafür verantworten müssen, für jede Seele, die er zu Unrecht getötet hat. Und er wird auch dafür bestraft, insha'Allah. Aber schau her, nach dem Gesetz des politischen Islams ist ja der Dschihad gegen USA ausgerufen worden. Wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil, ihr kennt die Geschichte, Saddam Hussein hat einen großen Eroberungsfeldzug gemacht, vom Irak aus. Kuwait erobert, er wollte ein großer arabischer Führer werden. Die Saudis hatten Angst, dass er als nächstes Saudi-Arabien einkassiert. Saudi-Arabien hat sich an seinen Partner USA gewendet, weil die haben intensive wirtschaftliche Geschäfte. Da waren 300.000 amerikanische Soldaten um Saudi-Arabien zu beschützen. Osama Bin Laden hat es als Beleidigung des Islams empfunden, dass unreine Ungläubige in Form der amerikanischen Soldaten heiligen islamischen Boden beschmutzen. Er hat den Dschihad gegen die USA ausgerufen und in dem Moment, wo Dschihad ausgerufen ist, darf jeder Moslem dann Krieg führen gegen dieses Land. Das war berechtigter Dschihad aus der Sicht des politischen Islams Mohammed Atta hat getötet und wurde getötet laut Sura 9 Vers 11, wo er sich auch berufen hat drauf, ist er jetzt im Paradies bei 72 Jungfrauen. Er wird belohnt von Allah. So steht es im Koran. Aber der Koran sagt nicht, dass du ein Flugzeug in ein Gebäude stürzen kannst und danach im Paradies bist. Osama Bin Laden hat früher in Afghanistan gekämpft und wie Sie schon richtig gesagt haben, danach hat eben Saddam Hussein Kuwait erobert und die ganze Geschichte. Aber das ist ja aus Osamas eigenes Ego passiert, nicht aus seiner islamischen Überzeugung. Nein, Osama Bin Laden ist gläubiger Moslem und er ehrt Saudi-Arabien als Mutterland des Islams und in dieser Anschauung dürfen unreine Ungläubige dort nicht sein. Es gibt auch die Vorgabe nach Mekka darf kein Nicht-Muslim heiliger Boden, der heiligste Boden. Also das ist der Unterschied. Erstmal, das mit Mekka wurde von Saudi-Arabien gemacht und nicht vom Koran. Zweite Sache, das ist der Unterschied. Eben, er sah Saudi-Arabien als heiligen Boden, aber Mekka ist eigentlich der heilige Boden und nicht Saudi-Arabien als das ganze Land. Und eben die amerikanischen Soldaten, weil die halt eben, Osama hatte eben Angst gehabt, dass die amerikanischen Soldaten eben dann eben nachher Saudi-Arabien erobern. Genauso wie es im Irak gemacht haben, genauso wie es durch die Briten in Palästina gemacht wurden und nachher dort einfach durch Kolonialisierung einen Staat gegründet haben namens Israel etc. Naja, also ich meine, Israel wurde begründet auf Beschluss der Vereinten Nationen 1948 mehrheitlich den Juden ihr Land wiedergeben, wo sie vor 3000 Jahren schon waren. König David hat in Jerusalem, da gab es noch gar keinen Islam vor 3000 Jahren. Das ist jüdisches Land, Judea, Samaria, lass den Juden doch ihren Staat Israel. Klein wie Hessen, lass denen doch das kleine Land. Du, wenn man mit Israel Frieden schließt, da könnten die ganzen islamischen Länder profitieren. Es machen auch immer mehr islamische Länder Frieden. Ja, also ich glaube Saudi-Arabien hat jetzt schon einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen und noch einige andere Länder. Ja, hört doch, also wir würden es den radikalen Moslems in Palästina sagen, hört auf, Raketen auf Israel zu schießen, Tunnels zu bauen, Selbstwort- Attentäter dahin zu schicken und wir sagen eines, sobald die Moslems in Palästina und im Gaza-Streifen aufhören, Krieg gegen Israel zu führen, ihren eigenen Staat gründen, den Frieden, Kooperation mit Israel, hängen wir da zwischen die deutsche und die israelische Fahne die Flagge Palästinas und sagen Friede allen Völkern. Ja, macht es doch. Du, es gibt viele Moslems in Gaza, die wollen nicht diesen Krieg, die wollen einen Frieden leben, ihr könntet in Gaza ein touristisches Paradies machen. Macht es doch. Was soll der Dschihad gegen Israel? Aber ganz viele radikale Moslems auch hier in Deutschland sagen, Israel darf nicht existieren. From the river to the sea, Palestine should be free. Das heißt, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Ein großer palästinensischer islamischer Staat. Israel wird das Existenzrecht abgesprochen. Bitte? Was ist los? Es gab den jüdischen Staat schon immer. Palästina wurde von den Römern so benannt. schon 3000 Jahre. Das ist nur eine Lüge. Im Koran steht sogar, dass den Israelis... Ihr verleugnet euren Koran. Im Koran steht auch, dass Israel recht ist. ist ein jüdischer Staat. Jetzt machen wir ganz kurz einen Ausflug da drüben. Ich sehe nämlich gerade, dass unsere linken Sportsfreunde an uns herangerückt sind, muss ich gerade feststellen. Oder? Sie sind ein wenig näher gekommen, oder? Die da drüben. Sie können glauben, was Sie wollen. Hier ist unsere Kundgebungsfläche. Servus da drüben. Jetzt haben wir sie aufgeweckt. Mainz bleibt Nazi frei. gut. Sorgt dafür, dass Mainz Nazi frei bleibt und frei von totalitären Faschisten des politischen Islams. So, jetzt haben wir sie aufgeweckt, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt gehen wir wieder zurück. Wir haben sie aufgeweckt. Ja gut, Albanisch war christlich früher. Albanisch war christlich früher und wir wissen, dass in Albanien ganz viele moderne, moderate Moslems sind. Hobbys, hast keine anderen Hobbys. Doch, schon. Genug. Ja. Jetzt haben wir sie aufgeweckt da drüben. Und lauter werden sie auch. Jetzt haben wir sie aufgeweckt. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also Leute, das war jetzt lustig, gell? Jetzt haben wir die aufgeweckt da hinten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey Leute, es geht doch nicht, ja logisch, mach Fotos, wie du willst. Es geht doch nicht um Kräfte messen, es geht doch nicht um Niederbrüllen. Leute, es ist ein echtes Problem. Ihr seid jung, ihr wachst auf in dem Land hier. Leute, und es muss klar sein, dass wir alle auf dem Boden des Grundgesetzes sind. Auf der, hör mir zu, dann darfst du auf dem Boden des Grundgesetzes unserer Werte. Gleichberechtigung von Mann und Frau, Schutz von Homosexuellen, von Juden, keine Feindseligkeit gegen Nicht-Moslems. Also was willst du sagen? Ich bin Palästinenser. Israel hat mein Land kaputt gemacht. Dein Land? Also, Israel ist auf dem Boden von jüdischem, hör, du musst mir zuhören. Da waren die Juden schon vor 3000 Jahren. Judea, Samaria, war schon vor 3000 Jahren jüdisch. Auch im Koran steht, dass den Juden das Land gegeben wird. Steht im Koran drin. Also lasst doch denen das kleine Land, das ist so groß wie Hessen, ein ganz kleines Land, wo auch 15% Moslems leben. Die sind da gerne, weil man in Israel gute Jobs haben kann. Man kann da auch ins Parlament, in die Knesset, sogar in die Regierung. Keine Absicht, ich weiß. Ich muss mal kurz was loswerden. Also ich bin ja auch in dem Jahrgang von euch allen und ich finde es einfach, ich weiß nicht, ich weiß selber, ja, ist mir aber egal, aber ich finde selber diese Generation, ich muss mich langsam schämen für euch, weil ihr alle diesen Islam, dass ihr alle, dass ihr alle diesen Islam als Kult nehmt. Wenn ihr einfach mal ein bisschen euch weiterbildet und einfach mal überlegt, was er überhaupt sagt, vielleicht, dass es irgendwann wichtig ist, aber ihr lebt alle nur noch Kapital Bra. Hast du den Koran gelesen? Ja, klar, sicher nicht. Gehst aber wahrscheinlich in jede Shisha-Bar und raus, so viele Shishas, wie du kannst, ne? Was? Leute, wir wollen doch nur, dass ihr euch kritisch damit auseinandersetzt. So. Hey. Ich bin nur Unreiner, gell? Nein, ich habe eine Geste gemacht und du bist sehr nah an mir. Unabsichtlich. Ich entschuldige mich. Es war keine Absicht. Ich fasse niemanden an. Leute, wir haben nichts gegen euch. Glaubt uns. Wir finden es gut, dass ihr hier lebt in Deutschland und wir würden uns wünschen, dass ihr auch diesen Staat, die Demokratie schätzt, die Freiheiten, unsere Gesetze. So. Jetzt gibt es aber die Scharia, das Gesetz des politischen Islams und die soll, die Scharia soll eingeführt werden und das wollen wir nicht. Leute, wir wollen mit euch keine Auseinandersetzung haben. Wenn ihr erwachsen seid, ja, und wenn es dann irgendwann mal die Konfrontation gibt, dann werden wir wahrscheinlich in einer Konfliktsituation sein, die möglicherweise nicht mehr friedlich ist. Wir wollen mit euch hier friedlich leben und wir wollen appellieren, dass ihr euch kritisch damit auseinandersetzt. Ja. Und dazu müssen wir uns das kritisch anschauen. Okay? Genau. Kannst du kurz was dazu sagen? Also ich stimme bei diesem Punkt zu, dass sie meinen, dass wir alle friedlich zusammenleben sollen. Das Problem ist allerdings, so eine Veranstaltung, das fördert nicht das Zusammenleben, sondern das schafft nur zwei Parallelwelten, die Spaltung stiften zwischen den Deutschen und den Muslimen. So wird es kein Zusammenleben geben, sondern so werden Muslime nur radikalisiert. Schau mal her. Wir haben doch hier ein großes Plakat, habt ihr da vorne gesehen. Unsere Kritik richtet sich nicht gegen Moslems, sondern gegen den politischen Islam. Der politische Islam wird von immer mehr Parteien und Politikern in ganz Europa und Regierungen kritisiert, weil er gefährliche Bestandteile hat. Darum geht es. Nicht gegen Moslems. Vor allem nicht gegen friedliche Moslems, so wie ihr, die hier gerne leben in Deutschland. Und wir würden uns wünschen, wenn ihr dann auch aktiv sagt, wir wollen unsere Gesetze hier, die in Deutschland gelten, erhalten. Wir wollen nicht die Scharia. Du hast vorhin gesagt, du willst die Scharia. Und da sind wir an einem Punkt, wo es heikel wird. Also erstmal, ich meinte nicht die Scharia, wie die in anderen muslimischen Ländern ausgeführt wird, in der Scharia steht beispielsweise auch, dass man sich an den Gesetzen des Landes halten muss, wo man sich gerade auffindet. Und sie wissen auch, dass mit dem Töten das genauso falsch ist. Anas Islam, der war in München und sie wissen das genau, er hat auch diesen Hadith erzählt, dass das halt eben Haram ist, ein Nicht-Muslim, mit dem man einen Friedenspakt hat, zu töten. Und dass man sogar das Paradies dadurch nicht riecht. Aber der Dschihad kann immer ausgerufen werden, wenn irgendein Anlass besteht. Zum Beispiel, wenn der Prophet Mohammed beleidigt wird, nach Ansicht von radikalen Moslems. Dann wird getötet. Passiert dutzendfach in Europa. Haben wir noch alles erlebt. Ja, Charlie Hebdo, radikale Moslems, haben elf Zeichner und Redakteure getötet. Nein, wer den Prophet Mohammed beleidigt, das ist auch in der Scharia. Der Prophet Mohammed hat selber zwölf seiner Kritiker töten lassen. Da waren Spottdichter, da waren alte Frauen, die Lieder geschrieben haben, die ihn verspottet haben. Die wurden getötet auf seine Anweisung. Verweigert es nicht, lehnt es nicht ab. Es stimmt, es ist in der Biografie des Prophet Mohammed stolz niedergeschrieben. Ganz viele radikale Moslems sind stolz auf Mohammed, weil er sich machtvoll gegen seine Beleidiger durchgesetzt hat. Er hat gezeigt, mich beleidigt man nicht. Tötet diejenigen, die mich beleidigen. Das wird durchgeführt. Charlie Hebdo wurden elf getötet. Der Lehrer Samuel Paty, ein wirklich netter, gebildeter Geschichtslehrer. Der hat sogar seinen muslimischen Schülerinnen und Schülern gesagt, hey Leute, wir wollen jetzt Meinungsfreiheit diskutieren. Am Beispiel der Mohammed-Karikaturen. Wenn ihr euch dadurch beleidigt fühlt, könnt ihr den Unterricht verlassen. Das war ein herzensguter Mensch. Auch allein ein Ziner Vater übrigens. So, und dann haben Moscheen in der Nähe von Paris gehetzt gegen ihn. Er hat den Propheten beleidigt. Er hat Mohammed-Karikaturen gezeigt. Und dann wurden die aufgehetzt. Und dann ist ein tschetschenischer, radikaler Moslem auf den Los, hat ihn abgepasst, auf der Straße geköpft. Und wenn im Koran drin steht, wenn er auf die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis er ein Gemetzel unter ihnen angerichtet hat. Das motiviert tausende radikale Moslems zum Köpfen. Im islamischen Staat wurde es wie ein Gottesdienst zelebriert. Es gibt Videos von radikalen Moslems. Übrigens, tausende radikale Moslems aus Deutschland waren in dem islamischen Staat. Die haben mitgeköpft. Da wurde unter Allahu Akbar und islamischen Sprechgesängen wurden Jesiden und Christen bei lebendigem Leibe geköpft. Die mussten sich hinknien und wurden geköpft. Was mir schon alles gesagt wurde, mir wurde in Stuttgart und auch gestern in Wiesbaden gesagt, ich bin ein Hund, geh auf die Knie, geh auf alle Viere, du bist ein Hund, du bist minderwertig. Das ist aber alles aus dem Koran. Juden werden als Affen und Schweine bezeichnet. Juden und Christen als die schlechtesten Geschöpfe. Schlimmer als das Vieh, weniger wird als Tiere. Ihr kennt den Koran gar nicht. Wir kennen ihn. Wir haben ihn von der ersten bis zur letzten Seite gelesen. Da stehen menschenverachtende Sachen drin und die führen zum Hass auf Nicht-Moslems. Und jeder radikale Moslem, der in einer Moschee damit konfrontiert wird, wo ein Imam sagt, das ist das Gesetz, ja. Der läuft an Gefahr, Hass zu entwickeln bis hin zu Gewalt und Töten. Leute, in Nordrhein-Westfalen werden 114 Moscheen vom Verfassungsschutz überwacht, weil die wissen, dass dort radikale Imame Hass predigen. Und da werden dann auch dann radikale Moslems produziert, die Feind unserer Gesellschaft sind. Und das ist ein Problem. Das ist ein Massenphänomen. Das sind keine einzelnen, wenigen Extremisten, die irgendwas falsch verstehen. Das sind radikale Moslems, die den politischen Islam aus dem Koran rausziehen und umsetzen. Wir haben ein Problem. Wir müssen da ran. Wir müssen die Tötungsbefehle und die ganzen feindlichen Befehle gegen Ungläubige, gegen Juden, Christen, Homosexuelle und Juden für ungültig erklären. Sonst hört es nie auf. Lasst uns damit anfangen. Macht mit. Ihr seid junge Moslems. Ihr könntet da eine Modernisierungsbewegung anstoßen. Wenn ihr wollt. Wenn ihr sagt, wir wollen die Scharia, wir wollen den islamischen Staat, Allahu Akbar, dann wissen wir, was los ist, Freunde. Und dann wird es zu nichts Gutem führen. Das wird zu Konfrontation führen. Und es wird auch nicht gewaltfrei bleiben. Weil es wird dann von radikalen Moslems Gewalt ausgeübt. Und dann gibt es die Gegenreaktion. Es wird Bürgerkriege geben. Wie im christlichen Libanon. In den 50er und 60er Jahren ein blühendes christliches Land. Die Schweiz des Nahen Ostens. Dann haben sie den Fehler gemacht und haben aus Nächstenliebe palästinensische, muslimische Flüchtlinge aufgenommen. Jetzt haben sie 50, 50 Bevölkerungsanteil. Die hatten 15 Jahre einen brutalen Bürgerkrieg. Moslems gegen Christen. Die wollten auch einen islamischen Staat errichten. Jetzt haben sie die islamische Terrororganisation Hisbollah. Und das ist das, was uns in Deutschland droht, wenn wir die Entwicklung so weiterlaufen lassen. Es ist ein Problem. Also erstmal, ich finde es auch total falsch, in ein nicht muslimisches Land zu gehen und dort eben dann die Leute zu töten, die den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam beleidigen. Aber ich finde es ebenfalls falsch, auch was der IS macht, das mit den Köpfen. Denn sie gehören zu den Gruppen der Khawarij. Und die Khawarij, über die hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gesagt, dass sie die Hunde des Höllenfeuers sind. Also wenn im Koran drinsteht, herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel angerichtet habt, ein Befehl Mohammeds, der von Allah kommt. Also damit politischer Islam konform. Leute, und sie haben vorhin gesagt, in einem Gebiet des Friedens, des Vertrages, ja, soll man nicht Dschihad machen. Stimmt. Aber es gibt eine islamische Fatwa, die sagt, Moslems, die in einem Land der Ungläubigen sind, sollen sich ruhig verhalten, solange sie in der Minderheit sind. Von Frieden reden. Ab dem Zeitpunkt, wo sie in der Mehrheit sind, sollen sie den Dschihad beginnen und dann das Land in einen islamischen Staat mit Scharia umwandeln. Eine Fatwa, die bindend ist. So, und das droht uns, wenn Moslems in der Mehrheit sind. Und dann werden auch die Friedlichen, demokratisch gesonnen, dann in den Zwang kommen, mitzumachen. Wenn sie nicht mitmachen, gelten sie als Apostaten, die sich gegen den politischen Islam wenden. Und dann sind sie selber in Lebensgefahr. So, und dann wird es losgehen. Wenige Radikale können die Masse der friedlichen, ja, demokratisch Gesonnenen dann mitziehen. Das ist das Problem. Das wollen wir nicht. Es wird Unheil geben. Es wird bürgerkriegsähnliche Zustände geben. In Frankreich gab es die schon. Da gab es die Aufstände der Banlieues, junge radikale Moslems. Da musste sogar das Militär einrücken. Diese brodelnden Zustände sind in Frankreich schon weiter als bei uns. Wir hatten neulich eine Kundgebung in Saarbrücken. Da kam ein Franzose aus Paris mit dem Zug extra hergefahren. Der hat gesagt, in Frankreich könnten solche Kundgebungen gar nicht mehr stattfinden. Da würden hunderte radikale Moslems die Kundgebungen stürmen. Da könnten auch die Polizisten nichts mehr machen. Frankreich ist es ein paar Jahre voraus. Ihr unterschätzt die Urkraft des politischen Islams. Ihr wollt es vielleicht selber nicht. Aber die Kraft ist da. Es sind gewaltige Organisationen wie die Muslimbrüder. Weit verzweigt in ganz Europa. Finanziert mit 100 Millionen aus islamischen Ländern wie Katar, Saudi-Arabien etc. Die sind mächtig. Die größte rechtsextremistische islamistische nationalistische Organisation sind die Grauen Wölfe in Deutschland. 17.000 türkische islamistische Nationalisten. Die größte rechtsextremistische Organisation. Es gibt Milligörisch nationale Weitsicht türkische Nationalisten. Es gibt die DITIB die in Teilen radikal ist. Die unter der Führung von Erdogan ist und der Dianet der islamischen Religionsbehörde in der Türkei. Die wollen auch, dass Europa islamisch wird. Erdogan islamisiert gerade die Türkei mit Volldampf. Er lässt gerade das Kopftuchgebot in die Verfassung reinschreiben. Die sind auf dem Weg in die Zustände der islamischen Republik Iran. Am Ende des Weges wird dann das Kopftuchzwang sein. Hallo, erstmal zusammen schon was sagen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Salafismus und Islamismus. So, der Islamismus wollen den Frieden zwischen Christen, Juden und Muslimen. Das ist scheißegal. Aber der Salafismus wollen uns alle zum Feinden machen. Das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Salafisten gibt es viele, ja. Aber auch Islamisten. Islamisten sind keine Salafisten. Das ist der große Unterschied. Pass mal auf, ich sag dir mal eines. Es gibt in Berlin eine moderne Moschee. Die Ibn-Ruscht-Göte-Moschee. Von einer Imamin Seran Ateş. Die steht unter Morddrohungen. Die hat in ihrer Moschee hat die gesagt, Juden, Christen und Muslime können zu mir in die Moschee. Frauen und Männer können zusammen beten. Die hat Morddrohungen von radikalen Moslems in Berlin. So, und das sind alles radikale Anhänger des politischen Islams. Weil ich glaube, in Moscheen dürfen nicht Juden und Christen zusammen mit Moslems. Also da machen sie es und da kriegt die Morddrohungen. Die steht unter Polizeischutz. Frauen müssen getrennt sein von Männern. Getrennt sein, entweder in einem Extraraum oder hinten auf der Balustrade. Weil Frauen könnten Männer ablenken. Und übrigens auch Frauen machen das Gebet von Männern zunichte. Steht auch in den Nadisen. Und zwar eine Frau, ein Kamel, ein Hund und ein Esel, die vorbeilaufen, machen das Gebet eines Mannes zurichte. Also das ist meines Erachtens eine Frauenabwertung. Im Koran steht, Frauen müssen gehorchen. Wenn sie nicht gehorchen, sollen sie geschlagen werden. Suche 4, Vers 34. Im Koran steht, Frauen sind das Saatfeld der Männer. Die Männer dürfen es bestellen, wann immer sie wollen. Das heißt, sie müssen jederzeit sexuell zu Willen sein. Ihr seid jetzt ein bisschen zu nah an den Boxen. Das vibriert hier nämlich langsam. Es soll ein Schub nach draußen. Also geht wieder ein bisschen zurück, Freunde. Geht bitte ein bisschen zurück. Wir sind zu nah hier zurück. Wir haben viel Platz da hinten. Ja, kleine Frage, aber bitte, ich möchte nicht anfangen. Geh aber weiter zurück. Weiter zurück, sonst gibt es hier Feedback mit den Boxen. Hey, wir wollen ja mit euch reden. Es ist ja super, dass wir uns unterhalten. Und es ist super, dass es friedlich abläuft. Echt. Und wir haben nichts gegen euch. Wir wollen einfach, dass wir über die Probleme reden. Du hast eine Frage? Ich möchte wissen, was sie damit erreichen wollen. Also, wir wollen die gefährlichen Bestandteile des politischen Islams, die unseren Gesetzen widersprechen, die letzten Endes auch zu Gewalt und Terror und Töten führen. Die wollen wir für ungültig erklären lassen. Ja, damit es aufhört. Damit wir alle friedlich zusammenleben können. Der Islam kann dann als spirituelle Religion weitermachen. Ihr könnt an Allah glauben, ans Paradies hoffen. Alles gut. Ja, es gibt gute Dinge im Islam. Die Armensteuer, Chakat, gut. Ja, auch die Barmherzigkeit ist gut im Islam. Seid barmherzig untereinander. Aber ich würde den Rest streichen, aber hart zu den Ungläubigen. Steht in dem gleichen Vers. Ja, streichen. Seid barmherzig zu allen Menschen. Das wäre gut. Ja, okay? Aber wie wollen Sie es denn so erreichen, wenn Sie die ganze Zeit mit Provokationen kommen? Sie kommen die ganze Zeit gegen den Islam. Sie waren schon in so vielen Städten in Deutschland. Was wollen Sie denn damit erreichen? Das ist dein Korach. Den politischen Islam. Sagt doch nicht immer Islam. Den politischen Islam. Und das, was wir hier zitieren, Dokumentationsstelle politischer Islam. Sogar der moderne Moslem Mohammed Koshida, ein Professor, sagt, dass der politische Islam gefährlich ist. Ahmad Mansur sagt es auch. Er hat gerade das Buch rausgegeben, Operation Allah, wie der politische Islam unsere Gesellschaft unterwandern will. Er warnt, dass der politische Islam gerade im Iran für eine Menge Unrecht sorgt. 4.000 Homosexuelle getötet. Frauen ihre Rechte beraubt. Zwang Kopftuch zu tragen. Nur halbe Rechte vor Gericht und nur halbe Erben. Die dürfen nur halb so viel erben im Vergleich zu einem Mann. Das gehört der Geschichte an. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Also Scharia. Politischer Islam. Umgangssprachlich Scharia. Damit das im Kopf mal richtig einsortiert wird. Okay. Was wollten Sie sagen? Im Iran, da gibt es zwar den Kopftuchzwang, aber nirgendwo im Koran oder in islamischen Büchern steht, dass der Kopftuchzwang sein muss. Verstehen Sie? Sura 33, Vers 59. Muslimische Frauen tragen das Kopftuch, damit sie als Muslime erkannt werden und nicht belästigt werden. So, das ist die klare Aussage. Sura 33, Vers 59. So, das bedeutet, eine Frau schützt sich vor der sexuellen Belästigung, indem sie ihre Haare bedeckt. Das ist in meinen Augen Unrecht. Hey, bei uns in der zivilisierten Welt des 21. Jahrhunderts laufen Frauen leicht begleitet rum und Männer sind zivilisiert. Sie geben der Frau ein Kompliment allenfalls. Hübsche Frau, Kompliment, aber sie fassen sie nicht an. Das ist in Deutschland, in der westlichen freien Welt, ist das das Gebot. So, aber dieses Kopftuchgebot kommt aus dem 7. Jahrhundert. Da haben sich Frauen geschützt vor sexuell erregten Arabern, die dann schon bei den Haaren dann sich erregt gefühlt haben und dann zu Belästigungen, Begrabschungen und bis hin zu Vergewaltigungen gegangen sind. Und es wird auch in Deutschland ausgeübt. Es gibt ganz viele radikale Moslems aus Ländern wie Afghanistan, wo die Moslems der Frau nur mit Burka kennen. Gitter vor den Augen. Dann kommen die nach Deutschland und sehen leicht begleitete Frauen mit tief ausgeschnittenem Dekolleté, Mini-Rock und wenn diese radikalen Moslems den politischen Samen verinnerlicht haben, sehen sie diese Frauen als Frauen, die das geradezu wünschen, dass sie die Erregung auslösen. Dass sie das geradezu verdient haben. Dass sie dann sozusagen ungläubige Schlampen sind, die es verdient haben, dann begrapscht, belästigt und vergewaltigt zu werden. Das ist das Problem. Und es wird ausgeführt. Wir haben im Jahr 2020 704 Gruppenvergewaltigungen in Deutschland erleben müssen. Täter vielfach, Flüchtlinge vierfach überrepräsentiert, afghanische Moslems zwanzigfach überrepräsentiert. Leute, das ist ein Systemfehler. Das sind alles radikale Moslems, die das verinnerlicht haben. Guck mal, wenn zum Beispiel, zehn Leute ein Mädchen vergewaltigen, hat nichts mit Islam zu tun. Es liegt daran, dass der Junge, der sie vergewaltigt hat, ein Schwein ist. Es hat nichts mit Islam zu tun. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ein christischer Mann ein muslimisches Mädchen vergewaltigt. Kann sein oder kann nicht sein? Kann sein. Vergewaltigungen gibt es, seitdem es die Menschheit gibt. Ist schlimm. Weil Männer, schlechte Männer mit schlechtem Charakter nutzen ihre physische Gewalt aus, vergewaltigen wollen. Gibt es schon immer. Ich habe Ihnen vorhin den Vers gesagt, der das Unheil auslöst. Muslimische Frauen verhüllen sich, damit sie als Muslime erkannt werden und nicht belästigt werden. Das heißt, nicht belästigt werden, wenn sie also leicht bekleidet sind, dann laufen sie Gefahr, belästigt zu werden. Hier, und das geht ja bis in hohe Funktionäre des politischen Islams. Scheich Yusuf Al-Karadawi, Vorsitzender vom Europäischen Rat für Fatwa und Forschung, der höchste Rechtsgelehrte für Europa, der sagt, weibliche Vergewaltigungsopfer müssen bestraft werden, wenn sie bei einem sexuellen Überfall unangemessen angezogen sind. Mit ihrer Kleidung oder ihrem Verhalten sind diese Frauen schuldig, einen sexuellen Angriff zu provozieren. Das heißt, die Frauen sind schuld an der Vergewaltigung, nicht die Männer, die die Vergewaltigung ausführen. Und es gibt islamische Länder wie in Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate, da werden Frauen tatsächlich ins Gefängnis geworfen, wenn sie leicht bekleidet werden. Das ist Scharia, das ist ein hoher Rechtsgelehrter. Hier, der spricht das aus, wie es im Koran befohlen wird. Leute, es gibt sogar viele, viele Moslems in Deutschland, die das nach der Vergewaltigungsnacht von Köln auf der Domplatte, wo 1000 Vergewaltigungen, Begrabschungen, Belästigungen und Diebstahl ausgeführt wurden. Hauptsächlich von Moslems aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. Das ist doch ein kollektives Fehlverhalten. Nicht, weil die Menschen schlecht sind, die aus den Ländern kommen, weil da radikale Moslems, die den politischen Islam im Kopf haben, das genauso ausführen, wie das, wie es im Koran steht und wie es Fatwa-Funktionäre des politischen Islams sagen. Der, ein Imam der Kölner Moschee hat gesagt, dass Frauen sollten nicht alleine, leicht bekleidet, losgehen, weil sie damit das provozieren. Das ist das Problem. Es ist nicht so, denkst du ernsthaft, dass Gott stolz auf die Leute sein wird, derjenige, der zum Beispiel eine Frau vergewaltigt, denkst du, Allah wird stolz auf diesen Typen sein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mädchen vergewaltige, denkst du ernsthaft, dass Gott stolz auf mich sein wird. Ich würde, wenn ich jetzt ein Mädchen vergewaltigen würde, ich würde in der Ewigkeit in der Hölle verbrennen. Das sagst du dir. Die Schriften müssten geändert werden. Weißt du was? Du bist ein guter Mensch. Und wir würden uns wünschen, dass das auch dann Gesetz im politischen Islam ist. Also, dass der politische Islam, dass der am besten verboten wird, weil, ganz ehrlich, radikale Moslems denken anders als sie. Ja, so. Und sie ziehen sich das aus dem Koran raus und sie ziehen sich das aus, was Funktionäre des politischen Islams sagen und dann setzen sie es um. Deswegen muss es für ungültig erklärt werden. Da müssen wir ran. Und dann haben wir nur noch Moslems wie sie, friedlich, guter Charakter, höflich zu Frauen, keine Belästigungen, ja, keine Feindseligkeit gegenüber Juden, Homosexuellen, ja, und dann sind wir am Ziel. Lasst uns das zusammen erreichen. Dann ist doch alles gut. du hast doch, warte mal noch kurz, du hast doch vorher mit den Gruppenvergewaltigungen gehabt, als es mit dem Islam nichts zu tun hat. Aber seit 2014, 15, wo die Asylanten kamen, sind dauernd Gruppenvergewaltigungen, Messerstechereien, aber die kommen aus dem Land der Scharia. Wir kommen aus den Ländern der Scharia. Das stimmt, genau, das stimmt. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht in einer Scharia leben. Wir wollen es doch, und das stimmt. Wenn du dafür bist, und unsere Meinung, dann kommst du uns und kämpfst, und wir wollen für die Demokratie, für die Freiheit. Sonst sind wir auf einer Ebene. Lasst es uns anfangen. Es wird die größte gesellschaftspolitische Errungenschaft des 21. Jahrhunderts, den politischen Islam zu beenden, die Scharia für ungültig zu erklären, aus dem Islam eine spirituelle, friedliche Religion zu machen, und dann werden wir diesen Planeten sicherer, freier und lebenswerter machen. Lasst es uns zusammen anfangen. Ich wollte nur kurz mal erwähnen, dass laut der Scharia die Vergewaltigung mit der Todesstrafe bestraft wird. Wahrscheinlich der Muslimin, aber nicht der Unruhe. Ja, das steht. Es gibt auch quasi Aufnahmen durch Überlieferungen, wo der Prophet Mohammed gesagt hat, dass ein Mann, der eine Frau vergewaltigt, dann der Mann dafür die Todesstrafe bekommt. Ja, das wird aber in den islamischen Ländern mit der Scharia nicht ausgeführt. In islamischen Ländern wird die Frau bestraft, wenn sie leicht bekleidet ist. Leute, das Ziel ist klar. Frauen sollen sich verhüllen, ja, damit sie die Männer nicht erregen. Damit wird zwei erreicht, der Islam wird sichtbar, weil ganz viele muslimische Frauen sind dann sichtbar mit Kopftuch, ja, er verbreitet sich weiter und es wird auch Druck ausgeübt auf die nicht-islamischen Frauen, wenn sie sich schützen wollen vor Vergewaltigungen, verhüllt euch einfach. So, so wird der Druck ausgeübt. Aber was ist mit dem Mohammed? Der hat doch selber Frauen vergewaltigt. War das das? Stimmt das nicht? Lies mal deine Hadithe, lies mal deine Schriften. Also Freunde, er hat auch sechs Sklavinnen gehabt, er hat auch Sklavinnen gehabt. Freunde, wir sind jetzt fünf Minuten vor 18 Uhr. Freunde, wir sind fünf Minuten vor 18 Uhr und wir sind Law and Order Fans. Wir haben heute eine schöne Kundgebung hier gehabt. Wir haben gute Diskussionen gehabt, nicht mit denen, aber hier mit ganz vielen Bürgern, die zugehört haben, die aufgenommen haben, die auch diskutiert haben, gerne auch kritisch. Und wir haben hier schöne Diskussionen mit jungen Moslems gehabt, die sagen, richtig, politischer Islam ist gefährlich, Scharia ist nicht gut, lasst es uns beenden. Wir haben auch ein paar Diskussionen mit Linken hier gehabt, konstruktiv, wir haben uns ausgetauscht, so wollen wir es haben. Ja, so. Und jetzt hören wir uns unsere schöne deutsche Nationalhymne an. Wir wissen, dass von da dann negative Reaktionen kommen und wir wollen, dass wir alle, und vielleicht singen wir auch ausnahmsweise, einmal friedliche, nette, demokratiebewusste muslimische Bürger mit. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Heiligkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ja, dann lasst uns alles leben, Brüderlich mit Herz und Hand. Heiligkeit und Recht und Freiheit und Freiheit sind des Lüttes hohen Land. Heiligkeit und Recht und Freiheit sind des Lüttes hohen Land. Heiligkeit und Recht und Freiheit sind des Lüttes hohen Land. Ich frage Sie, warum haben Sie das Zeichen gemacht und das? Wegen was wurden Sie eigentlich verklagt? Also, wir haben uns hier die deutsche Nationalhymne angehört. Er hat den Finger gezeigt, das ist die einzige Wahrheit, der Islam. Und den Daumen runter. Er ist auf unserer Seite, er war in unserer Reihe. Danke dafür. Wir würden uns wünschen. Guck mal, ist es nicht so. Es gibt ja natürlich die Antichristen, die ihrer Meinung nach Muslime sind. Das sind, sag ich mal, genau wie Nazis damals. Okay, aber wir sind jetzt am Ende. Pass auf, ganz wichtig. Also, wir wünschen es uns, dass ihr auch die deutsche Nationalhymne mitsingt und nicht euch so hinstellt. Weil das ist das Gegenzeichen. Der Islam ist die einzige Wahrheit und die Scharia ist das Gesetz. Wir akzeptieren nicht die deutsche Nationalhymne. Wir akzeptieren nicht die Demokratie. Das war hier die ganz klare Demonstration. So, jetzt können wir, wir können leider immer weiter diskutieren, weil wir sind am Ende der Kundgebung. Also Freunde, wir bedanken uns bei allen, die mitdiskutiert haben. Es war eine friedliche Veranstaltung. Danke auch an die vielen Muslime, die hier waren, die friedlich hier auch mitdiskutiert haben. Ihr habt eure Meinung, ist in Ordnung. Aber ohne Gewalt. Super war gut so. Ja, okay. Wir bedanken uns bei allen, die hier mitgeholfen haben. Bei allen Bürgern, die gekommen sind zu dieser Veranstaltung. Wir bedanken uns bei allen Polizisten, die für eine friedliche Veranstaltung gesorgt haben. Ihr hattet heute einen leichten Job, weil es war ein zivilisiertes Publikum in Mainz. Ja, wir bedanken uns nicht bei denen da drüben, weil sie nicht auf die Diskussion eingegangen sind, sondern weil sie uns beleidigt haben. Langt mir nicht an meinen Popo, bitte. Ja, okay. Also, und wir freuen uns, dass wir bald in weiteren Städten sind. Wir sind nächstes Wochenende in Hagen und Dortmund. Wir sind danach in Gelsenkirchen und Gladbeck am 12. November. Ja, noch ein Schlusswort. Zehn Sekunden. Guck mal, ich bin der Meinung, dass Muslime, Christen und Juden zusammen gegen den Antichristmus kämpfen müssen. Super, gut. Also, ja. Jede Religion hat das Recht auf Freiheit. Ein schönes Schlusswort. Also, Freunde, es ist 18 Uhr. Wir wünschen allen einen schönen Abend in Frieden, in Freiheit und Sicherheit. Die Versammlung ist hiermit beendet. Danke. Das war das erste Mal, dass von Russland keine Gewalt, keine Beleidigung, keine Beleidigung, also, ich bin erstaunt. Ich meine, die haben zwar hier gedrängt und ja, andere Meinung, aber es war cool. Es war cool. Es hätte auch böse ausgehen können. Der hätte auch jetzt dann plötzlich hier Rambazamba gehen können. Aber war nicht. Soll ich mich abschieben. Danke dir. Nächstes Wochenende nach Offenbach. Schön. Wir kommen auch wieder nach Offenbach. Ist es nicht da nicht? Diesmal wahrscheinlich nicht getaktet. Bis Ende Rezember. Nächstes Jahr wieder. Und war der Platz gut, wo wir waren? Gibt es noch Bessere? Nee, Rambazamba ist auch der Fall. Ja. Es war so eine schmale Frühstückerzone. Gibt es noch Bessere? Alles war ein wenig eng. Wo ist nun der Markt? Also, ist der Markt jeden Freitag und Samstag? Ja. Also, wenn der Markt irgendwann mal zugänglich ist, dann würden wir nach Offenbach auf Offenbach machen. Wir warten große Plätze. Also, Samstag nicht. Ich schreibe hier auf Samstag, Offenbach Markt. Dann kommen wir da hin. Der ist größer als der. Der war zu eng für uns. Es war in Offenbach alles gut, weil wir konnten mit den Moslems da auch diskutieren. Es war teilweise auch natürlich auch mit Beleidigungen, was heute hier nicht war. Das war heute echt erstaunlich. Sie hatten eine andere Meinung. Wirklich, ja. Aber sie haben weder beleidigt, noch haben sie Gewalt angehängt. Keine Gegenstände geworden. So kam auch viel Stützen und dann war Ruhe. War gut. Der setzt sich dann sehr einig gegen diese angedrohte Gefängnis. Ich spinne hier. Wenn ihr Mitglied werden wollt. Wollt ihr Mitglied werden? Bei der PPV? Zuwachseneu jetzt mal. Kannten Sie uns vorher schon? Wir machen diese Aufklärung dabei. Wir sind die größte islamschädliche Organisation. 13 oder 50 ist ja mittlerweile. 50 Euro im Jahr ist nicht viel. Ehepaar ist 60 Euro. Da kann man sich teilen. 30 Euro dann für jeden. Das sollten Sie nicht sehen. Da bin ich mir schon dafür. Aber wir sind die Interessiven. Bescheid. Bedroht uns alle. Zum Abschluss ein Foto machen Sie das? Ja, ja, klar. Ah, Foto. Alles Gute für euch. Ebenso. Würd ich auch. Ciao. Und das wäre ja einfach so klasse. Ja, gut. Ja, es war einfach nur klasse. Ja, wirklich, ja. Versuch uns zu diskutieren. Ja, man kommt an den Punkt. Es war, wie du sagst, ohne Beleidigung, ohne Gegenstandswürfe. Zeit lang habe ich gedacht, ups, jetzt sind Sie aber nah an den Plakaten. Aber es wurde nichts umgeschmissen. Es war alles zivilisiert. In Ordnung. In Ordnung. Richtig so. Und wenn jede Grundgebung so wäre, würden wir keine Polizei bräuchten. Wir bräuchten mindestens nur ein Beamten, glaube ich nur. Und wir müssten uns nicht umzäunen. Ja, echt wirklich. Aber was mich halt enttäuscht hat, bei der Hymne, es war nur ein moderner Moslem bei uns in der Reihe gestanden. Die anderen, das zeigen, der Islam ist die einzige Wahrheit. Und Daumen runter. Also wisst, also, das ist der Gegenentwurf zu Einigkeit und Recht und Freiheit, Demokratie und Grundgesetz, islamischer Staat, Scharia, politischer Islam. Richtig, ja. Junge Moslems. Und zwar alle, alle. Kein einziger hat Nutzung. Das hat aber nur noch die Brücke klappt. Ja, friedlich. Ich bin stolz auf Mainz. Ich dachte eben auch, die... Das können wir kippen. Das kann der Kippen. Aber das hat so, die Sachen so real sind, das loszulassen. Aber die kennen ja nicht. Aber es war in Ordnung, sie haben diskutiert. Die Stofffutter, das gehst du mal auf die andere Seite. Ich bin stolz auf Mainz. Ich bin stolz auf die Linken. Wir haben ja wie gesagt, nächsten Samstag... Wir haben ja wie gesagt, nächsten Samstag... Wir haben ja wie gesagt, nächsten Samstag... Wir werden versuchen, dass wir das hier... Wir sind nicht verstehen. Ja. Ja. Das ist ganz frech. Man wird direkt neben so einer... Anstrahlung, so einer Kostfahrstelle. So eine Kostfahrstelle. Aber das... Wir sind... Ich... 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 Gebe ihn bei meinem Pärtchen... ... auf einmal. Ich war früher mal Wendlieder da... ... und was war das? Ah ja. Jetzt bin ich hier. Sie haben ja geschrieben. Ja, natürlich. Ich habe ihn geschrieben. Das von 1995 bis 2005. Ja, 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 ja. Aber ich bin von jeder... Ich mag ganz von jeder Musik. Ich bin von Latein. Ich bin von Latein. Ich bin von Latein. Ich bin von Latein. Ja, ja. Es kam... Ich weiß nicht. Ich hatte... Sie sind blind. Ich habe... Sie sind blind auf meinen Augen. Ich wollte Ihnen sagen... Was war ein Bude? Ich war ein Bude. Und es war ein Bude. Ja. Ja, das war ein Bude. Ja. Also, die am Teil... Und... Nicht alle, aber... Ich bin bei den anderen hier. Ich glaube, ich war eine Fünste. Ja... Schönen Sie. Hat Sie sich gemacht gemacht? Fertig... Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Wir sind noch in Kraftwerk. Ja. Kraftwerk 2.0 ... 12. November. Das ist damals 12. Ja, ich weiß. Da wird ein Exempel-Statoren. Ja. Du bist altwei. Lassen Sie es sich nicht runtermachen. Lassen Sie es sich nicht runtermachen. Das sind die Wünsche und die Wünsche. Das sind die Wünsche. Das ist die Wünsche. Das sind die Wünsche. Das sind die Wünsche, die Wünsche. Und dann, wieder die Wünsche. Und das wird wichtig. Dann müssen wir den Rantzahlen. Die muslimischen Palästinentern zeigen, dass kein Meter Deutsch in die Wünsche ist. Damals, an der ersten Junge, haben sie den Wünsche. Wir haben eine Veranstaltung gestürmt, da müssen wir Eiern beworfen. Ich habe es ja gesehen. Ich habe versucht, die Straftäter festzuhalten, weil die Polizei in der Nase gebohrt hat. Ich habe den Weißkirchen gesehen. Ich habe die Batterie an den Kopf geschnitten. Ich habe die Polizei längst gemacht. Ich würde das jetzt in der Situation machen, aber wir müssen jetzt mal was machen. Danke. Ich habe nur eine Frage. Eine Frage. Auflehrung, Modernisierung. Entschuldigen Sie, Herr Schnürzenberger. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, Herr Schnürzenberger. Ja, ja, Free-Palästin. Leute, Schlussabsage. Bitte höflich bleiben. Gleich, gleich, Frage, erst Absage. Also Freunde, es war eine bemerkenswerte Kundgebung, die also nicht besonders erfreulich anfingen. Wir hatten unseren ganzen Kundgebungsstand. Und ihr seht ja, wie viel wir hier haben. Pavillon, 14 Plakate, Bus, Beach-Flex, alles aufgebaut. Dann kam dann die Polizei und hat gesagt, die linke Gegendemo, die also kurzfristig angemeldet wurde, die haben den besseren Platz da hinten bekommen, näher an dem Marktplatz. Wir mussten an unsere ganzen Sachen hierhin verfrachten, weswegen wir leider Gottes eine Dreiviertelstunde später erst anfangen konnten. Die haben da mit Musikbeschallung 15 Meter von uns entfernt uns zugedröhnt mit Musik und Nazis raus und bla 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 bla. Dass sowas genehmigt werden konnte, ist in meinen Augen Störung einer Versammlung, ist entgegen des Versammlungsgesetz. Wir werden da auch vor dem Verwaltungsgericht davor klagen, weil es muss endlich mal festgestellt werden, dass sowas nicht gestattet werden darf. Eine ordnungsgemäß angemeldete Versammlung, die schon im Sommer angemeldet wurde, wo wir Diskussionen mit Bürgern führen wollen, darf nicht totbeschallt werden durch Linke und Linksextremisten, die uns nur mundtot machen wollen. Das muss aufhören. Werden wir alles führen? Diese Grundsatzurteile kostet Zeit, Mühen und Geld vorm Verwaltungsgericht. Sowas kostet 500 Euro. Also Freunde, wenn ihr uns unterstützen wollt, werdet Mitglied bei der Bürgerwägung Pax Europa. Damit, danke, danke, einer mehr. Damit, ich kriege auch ein Buch als Geschenk, wenn Sie hier abgeben. Wenn ihr Mitglied werdet, unterstützt ihr unsere Arbeit. Wir sind das Bollwerk auf der Straße zur Aufklärung mit dem politischen Islam. Wir setzen uns ein, dass die Linksunterwanderung unserer Gesellschaft in Justiz, Politik, Medien und auch Polizei teilweise zurückgedrängt wird. Kostet auch viel Zeit. Wir müssen Strafanzeigen schreiben, wir müssen uns dahinter klemmen. Unterstützt uns, dann können wir das alles durchführen. Wir sind ein Teil dieser Gegenbewegung zur Linksunterwanderung und zur Unterwanderung durch den politischen Islam. Freunde, macht mit. Wir wollen diese Aufklärungskundgebungen auch nächstes, übernächstes und auch noch in drei Jahren und, wenn es nötig ist, in zehn Jahren durchführen. Geht nur, wenn ihr uns unterstützt, weil das kostet alles einen Haufen Geld. Unterstützt EWO Live, das Journalistentum, was uns in einer unglaublich starken Arbeit richtig gut unterstützt. Reist mit uns durch ganz Deutschland über trächtliche Veranstaltungen. Wir haben Videos, die schon 150.000, 160.000 Zuschauer haben. Das zeigt Wirkung. Immer mehr Menschen wachen auf. Und merken, was falsch läuft. Es ist extrem wichtig. Ich möchte an dieser Stelle auch noch meinen ältesten Bruder Klaus auf Teneriffa grüßen. Er ist eigentlich aus der 68er-Bewegung, hat politisch auch viel mit SPD und Grünen sympathisiert. Er ist Mitglied bei der BPE geworden, weil er auch im Geiste, würde ich mal sagen, eher so ein bisschen linksorientiert war. Jetzt Mitte der Gesellschaft, würde ich mal sagen. Aber er sagt, eure Arbeit ist wichtig. Ja, ihr habt recht. Mit der Kritik am politischen Islam. Grüße nach Teneriffa, einer aus der patriotischen Familie von mittlerweile 1.300. Wir werden mit jeder Kundgebung mehr. Ende des Jahres hoffen wir 1.500 zu haben. Und dann nächstes Jahr 2.000. Es geht immer weiter aufwärts, weil wir mit allem, was wir sagen, Recht haben, Freunde. Also, herzlichen Dank an alle, ja, eine schöne patriotische, islam-kirchische Gemeinschaft, alles nette Menschen. Ja, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Hagen und Dortmund, übernächste Woche Gelsenkirchen und dann wichtig, 12. November, Gladbeck 2.0. Kommt alle nach Gladbeck. Es wird ein Exempel statuiert, das kein Millimeter deutschen Bodens radikalen Moslems überlassen wird, die hier ihren islamischen Machtanspruch dokumentieren, wie sie es bei der letzten Kundgebung gemacht haben. Richtig. Und wir werden nach einer kleinen Pause im November weitermachen. Wir haben dann auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Dann werden wir weitermachen mit einer Protestkundgebung vor der DITIB in Köln gegen den Murzienruf. Der muss gestoppt werden. Ja, und dann werden wir auch, wir planen auch noch Leipzig 3.0. Leipzig 4.0 ist schon angemeldet, ja, da müssen wir jetzt dagegenhalten. Solange das Eisen noch heiß ist, um geschmiedet zu werden. Was in Leipzig passiert ist, war nicht in Ordnung, um es vorsichtig auszudrücken. Wir haben heute noch neue Informationen bekommen. Verbrüderung sogar mit den Glasflaschenwerfern, den Verbrechern, wo der langwärtige Polizist, wurde mir berichtet, mit dem Glasflaschenwerfer auch noch diskutiert hat, ja, dass es doch unverschämt ist, was wir hier machen. Unglaublich, unglaublich, ja. Also, wir werden dagegenhalten, Freunde. Wir werden eine wunderbare, große Organisation, die friedlich mit Argumenten das Problem anpackt und die Politik irgendwann dazu bringt, es zu lösen. Dankeschön, Abend, Hunger. Danke euch. Vielen Dank. Und dann sind wir da rein. Nicht? Okay, Shalom, liebe Geschwister. Also, ich grüße Kolossian 2.9, Isabella, Juwaves, Child of God, VKM, RASOX20, Veronika M, Tomatenstiel, I Follow The Tube, Wait Jesus, Hapiqua TV und Widerloca TV und S. Und ich wünsche euch die Gnade und den Frieden des Herrn Jesus Christus. Danke, Amen. Danke euch für die Eerdung. Eerdung an ist der Kiste. Eerdung an ist der Kiste. Eerdung an ist der Kiste. Und ich wünsche euch die Gnade und der Kiste. Eerdung an ist der Kiste. Ich wünsche euch die Gnade und die Gnade und die Gnade zu sein. Und wir werden nach Beutlingen zusammen was machen. Es ist wichtig, dass wir uns dann Bescheid sagen, wenn heute nicht das ist, dass wir raus. Ja, die sind nicht dabei, wie machen wir das jetzt? Scheiße. Vielen Dank.